ich glaube 22 planken schlack mit folgenden gesichtern sind alle richtig yes we did it nice hallo oh jetzt mit keppi hi hallo 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 seid ihr da könnt ihr könnt ihr uns sehen wegen wir jetzt auch schon am anfang ist das neu ja hey hallo god bless ok super also weltklasse wie das hier funktioniert aber wir haben gerade noch rippen gespielt habe ich gesehen finde ich gut und wie war es wird aber gut oder super überrascht wie gut das tatsächlich ist frau blizzard also sie können doch da gar nicht mitreden ich habe gehört sie spielen nur blizzard spiele ja ja ich spiele ausschließlich der spiele am liebsten spiel ich starcraft wer sind sie denn hallo ich bin ina auf tütsch nennt man mich in zehn jahr jetzt seit august tatsächlich seit august das erste mal aber so regelmäßig eigentlich seit oktober ja sagt man noch so über sich ja stell dich doch mal vor ich bin knapp 1 80 groß wohne in hamburg weißt du bist 180 groß fast ich bin 177 und du sitzt da schon wieder wie ein schluck wasser in der kurve ja tatsächlich das ist ja ist das so deine sonntagshaltung nee das ist meine generelle streamhaltung im plan steigst du jetzt mal gerade also junges fräulein können wir uns jetzt mal gerade hinsetzen ich sitze gerade aha ok und sonst nichts weiter zu erzählen ich weiß nicht also bei mir gibt es grundsätzlich alles und nichts zu erwarten weil chaotisch ohne ende grundsätzlich spiel ich worauf ich lust habe auf meinem stream das kann von bis alles sein im moment spiele ich zum beispiel zum zweiten mal richard wobei ich jetzt beim ersten dlc angelangt bin den ich auch tatsächlich zum ersten mal spiele aber ansonsten mache ich das immer abhängig ganz spontan wie gerade so meine laune ist und ja was sagt man sonst noch über sich macht das nicht so häufig nicht aber das schiebst auch regelmäßig aber da muss ich mich nicht also ich stelle mich jedes mal neu vor tatsächlich ja ok kann ja sein dass ich irgendwie alles bin durch stüte schlafen also ja ja wie war die verspätet sich gern steht da das stimmt ja bitte wie waren die letzten zwei wochen so bei euch was habt ihr so getrieben ich will an schlappi sonst kann das gar nicht obwohl sei ruhig du weißt letztes was in dagarag in der letzten vier wochen weil meine letzte klackenschnack sendung war ja vor vier wochen ja das ist ein zu langer zeitraum an sowas kann ich mich nicht mehr erinnern also die letzten zwei wochen es ist heiß in deutschland das war jetzt die letzten drei tage ich weiß ich habe unheimlich viel gearbeitet und ich habe unheimlich viel gestreamt ja ich habe ich habe vorletzte woche in die letzte woche habe ich täglich gestreamt von sonntag bis sonntag durchgängig weil ich so verrückt war mit dem gerrit miscreation zu spielen miscreation zu spielen und es hat gemacht und ansonsten bin ich nicht mal zum angeln gekommen also eigentlich stressige tage derzeit hier oben im norden was das miscreation die unbelesenen und informierten mit miscreation ist ein ist ein daisy clone kann man sagen ja sagen sie auch selbst daisy clone aber besser hübscher obwohl das aktuelle sie sieht so schlecht ja gar nicht mehr aus das hat noch nie schlecht aus es hat nur mehr fps jetzt ach so ja also es sah schon eigentlich immer gut aus es sieht immer nur schlecht im stream aus leider okay dass das mal irgendwann neue codec kommt zum live stream das wäre super toll ja das wäre cool ja das wäre super ein bisschen effektiver ist auch und bei den nvidia encoder oder so nvidia oder gibt es ja schon aber ja aber ein guter meine ich das bringt ja gut was hast du so getrieben verschiedenes getrieben ich habe viel gestreamt tatsächlich weil es mir momentan echt viel spaß macht komisch draußen scheint die sonne und alle haben spaß mit pokémon go ich ist den ganzen tag zu hause rum und streame aber es macht irgendwie spaß das darf ich eine theorie aufstellen warum das so ist ja weil du im keller lebst und dort ist es einigermaßen kühl ja das stimmt siehst du thema in den letzten drei tagen aber davor war es ja nicht so warm also als ich auch gerne drin gespielt habe ich vieles jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben tatsächlich auf rimworld hätte ich nicht gedacht dass mir das so viel spaß macht aber es ist einfach kennt ihr dass diese diese spiele die ihr spielt dann sterbt ihr weil es so unfassbar schwierig ist und alles geht den bach runter nach irgendwie 45 stunden arbeit und dann regt ihr euch auf macht das ausgeht weg und nach fünf minuten kommt euch so der gedanken das hätte ich besser machen können und dann setzt euch wieder dran und fangt es noch mal an und versucht das gelernte wieder anzubringen und so ist das es hat einfach nicht auch spaß zu machen und deswegen ja da gebe ich dir recht ja es geht mir auch so nur ich spiele das ja gerade auf kindergarten stufe welche welche stufe spielst du gefragt ja ich ignoriere ich ganz gekonnt ja eben das aber nicht zugeben aber nicht mit absicht baby mod der baby modus glaube ich spiele ich aber doch nicht den alle einfachsten doch bei mir passiert ja gar nichts ich kann da ja machen was ich will die stäben von alleine die leute über du kriegst ja auch sonneneruption und sowas ja 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 das ist schon etwas okay und sonst so nisch nisch war denn gemacht gar nichts ich ja wir reden ja gar mit dir sonst gar nicht ja ksp halt gestreamt und so halt ne körper das macht auch viel spaß ich kann mich halt momentan nicht so schlecht entscheiden aber sonst was mache ich will sonst nichts jetzt den ganzen tag hier rum und spiele was gitarre ein bisschen geübt ja ich habe sogar mir neue bei mir werden demnächst neue seiten aufgezogen na wow der war ja also da könnte man schon mal klatschen für genau aber das wäre der energie das war die idee die energie wäre es auf jeden fall nicht zu flach dafür ist so heiß ja das schwitzt man gleich ja genau das mache ich auch gerne aber noch nicht im stream bald bald und rox mit akustik gitarre einfach nur so einfach nur so spielen und singen warum ich nur noch nicht okay die augen dabei zu machen dann siehst du die kamera nicht ja das stimmt wenn ich einfach kamera aus ich dunkel und du ihnen so getrieben die letzten zwei wochen das übliche gearbeitet streamt geht's für das gearbeitet getwittert gestreamt gearbeitet also eigentlich jetzt nicht wirklich was besonderes besitze auch pokémon go ich gehe dafür aber tatsächlich nicht extra raus deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter da aber naja so tatsächlich nicht spannendes zu erzählen welches level 9 ich bin 3 nur zu hause und 9 nicht nur zu ich gehe ja schon raus aber ich gehe nicht für pokémon raus wenn ich zur arbeit gehe dann mache ich schon anja muss tatsächlich nach draußen vor die tür zum arbeiten ich habe festgestellt auch gerade gestern wieder dass ich irgendwie langsam alt werde mir wird bei jedem kackt schlecht motion sickness ganz großes thema ich kann nicht mehr mehr schaukeln das ist ganz schön traurig ich habe mich letztens und mit einer freundin über solltau über heidepark sollte unterhalten und dann ich auch so ja ist nichts mehr wirst du während des gesprächs motion sickness gekriegt hat nein aber wir haben uns einfach generell darüber unterhalten keine achterbahn mehr fahren kann jedenfalls nicht mit looping und gestern habe ich der pool gespielt und ja ich habe gestern der pool geguckt den film immer wieder gucken ja das gut was ist ein motion sickness eigentlich der pool genau dasselbe wie wie sehkrankheit also wenn dann deine augen was empfinden als dein körper also wenn du den horizont siehst und dafür deine augen ist es gerade aber dein körper schwankt und bei motion sickness zum beispiel bei computer spielen das ist halt genau andersrum deine augen denken du bewegst dich aber dein körper sagt dir ne moment ich stehe aber und dann setzt das gleichgewicht sind so ein bisschen aus ich habe das bei der pool ich habe das bei daisy bei miscreated habe ich das auch da muss ich mir zwischendurch pausen machen das geht gar nicht das nicht durchgezogen also so eine games ich hatte das auch schon anfang der 90er bei wurfestein als das aus dem markt kam das musste 92 93 gewesen sein da war das ganz ganz schlimm da habe ich irgendwie so für die stunde gespielt und danach war mir so kurz übel das ging gar nicht mehr ich bin allerdings sehfest also da habe ich gar kein problem mit aber das ist dann auch trainiert glaube ich aber diese motion sickness bin ich nie losgeworden das ist bei mir ist das hat manchmal ganz extrem und mir überhaupt nicht aber gestern war es eben so ein anderes spiel in dem fall wo ich gesagt habe okay ich spiel jetzt lieber was anderes weil das nicht schön war also ein bisschen schwindelig das ist so ein gefühl als ob du unterzucker ist also so finde ich das jedenfalls so ganz komisch kribbeliges blödes gefühl und die ist nicht gut und dann musst du echt was essen also ich erst dann immer etwas so ist gut ich brauche dann frische luft trinkt was und dann ja genau ich was ruhiges jetzt ja ein bisschen so ein kreis laufen also irgendwie also nicht vorm rechner sitzen bleiben oder jetzt weiß ich ja warum ihn aber so viel ist im stream immer wegen jahren sind ja das ist mir das ist ihnen ja auch nur ihr seid mir piraten also ich habe das auf dem wasser habe ich das nicht da habe ich gar kein problem seegang und so interessiert mich nicht mal auf der nordsee wo das doch kritischer ist als die ostsee also da habe ich das nicht auch von nordsee hängt das mit den wellen zu sagen weil die weil der abstand zwischen den wellen halt so blöd ist da kriegen ja viele siegkrankheit eher als auf der ostsee kann man nach googeln jetzt das ist wirklich so ja du ich glaubt ihr das ist ja viel mehr arbeit im wasser drin also ja nicht nur das sondern der abstand ist ist auch an also das ist es gibt da einfach einen ganz anderen wellengang als auf der ostsee die ostsee hat ja so gut wie keinen das fühlt sich immer anders an wenn wir nach schweden fahren wellengang ostsee nordsee das muss ich jetzt gleich mal google das heißt sie nicht ohne grund planken schnack ja wir müssen ja hier aufklären die planken gleich noch schmutzig werden genau hier wenn die sinnesorgane widersprüchliche informationen zu der räumlichen lage und bewegen des körpers liefern genau da habe ich nur quatsch was ich erzählt habe mit dem horizont es gibt glaube ich extra für seekranke leute so brillen also ich glaube unterdeck ist schlimmer als überdeck glaube der horizont hilft sogar ich glaube da habe ich mich gerade vertan aber soll den horizont immer angucken wenn man richtig also mir das mal ich bin mal auf helgoland gewesen und bei windstärke 9 zurück und windstärke 9 auf der nordsee das ist schon mal ein bisschen wind und das war so ein vergnügungs dampfer mir wird kotzübel als ich unterdeck ging also wo die alle ihre wo die hart abgekochten typen saßen und ihr ei gegessen haben und so also da gehst du gleich wieder rückwärts raus und ich habe quasi die sechs stunden oder fünf stunden was das dauert mit dem schiff darüber zu fahren die 50 kilometer habe ich quasi mir einen platz gesucht auf dem schiff in draußen in der mitte also ich habe quasi mit dem einbein auf steuerbord und mit dem anderen bein auf backbord gestanden und und habt immer so ausgeglichen die ganze zeit so dass ich mit dem schiff gerollt bin und dann ging das das hat dann funktioniert dann dann ging es wieder besser war dummerweise dunkel deswegen hatte ich keinen horizont und deswegen kinder das ging ganz gut so ich kenne sowas nicht habe keinen ich habe keine höhenangst emotion sickness seh krank auch nicht gar nichts ich kenne das immer wenn ich als kind schon das erste mal nach ferien auf die schaukel gegangen bin im kindergarten dann hatte ich auch immer so wird mir auch immer schwindelig aber nach ein paar mal geht das im phantasialand oder so ist das auch die erste achterbahn ist die schlimmste da wird es einem so mulmig im bauch ging ja das war schade weil ich mag das total gerne achter dann fahren da muss ich das vielleicht einfach nur antrainieren wieder ja also einige gehen auch noch aber sobald loopings und wer ist das schrauben mit reinkommen dass dann nee wir können das ausflug ich trage ich habe das auch nur so ein bisschen also gerade bei der höhen das ist ja dasselbe also oder mehr oder weniger ist eigentlich ein anderes phänomen glaube ich diese probleme aber da habe ich es auch unterschiedlicher letzte woche auf dem hotel gestanden in travemünde da ist so ein hotel das ist 120 meter hoch das gebäude da habe ich direkt auf der kante gestanden da ist kein kein geländer oben und ab da runtergeguckt das interessiert mich nicht also dass das war okay allerdings wenn ich hier die regenrinne zum beispiel hier von meinem haus irgendwie und auch mit leiter muss die ersten zwei stufen das schon vorbei kann ich nicht und nicht weil ich jetzt die regenrinne selber machen muss sondern ich bin dann geht gar nicht ich kriege das nicht hin also auf dächern die sind für mich sicher auf alles was mit leitern oder masten zu tun hat geht nicht eigentlich gute gene vom papa gekriegt er tont heute noch mit fast 60 auf dem schau und schnell rum kein grafweh möchte das auch gar nicht meine woche war übrigens gut danke der nachfrage das freut ich habe es immer noch nicht installiert bitte was hast du gespielt tragen wir doch erst mal was ich interessiert mich so brennend also es harmoniert in letzter zeit sehr gut mit uns beiden wir ja das stimmt wir püken uns immer ein bisschen was ich gespielt habe ich habe ein lenkrad bin autorennen gefahren ja das habe ich getan und rimworld habe ich gespielt ansonsten ist gerade echt ein bisschen flau so was spiele angeht aber so die beiden sachen halten mich doch über wasser da sie ist noch am laufen nebenbei zwischen aber hier und da also es ist doch ein zwei sachen zu spielen noch aber mehr das augenmerk ist auf handwerken gelegt aktuell so ein bisschen mein zimmer umgebaut wie man ja sehen kann ich habe mit akkuschrauber gekauft mein erstes eigenes werkzeug nicht vom papa es geht bald los großes großes steht vor der tür das alles klappt so ansonsten war war nicht viel los ne ne ich wirklich wir können ja gemeinsam starbound spielen wie das ist so ähnlich wie wie minecraft in 2d kann das sein kann man das so sagen ja das war das war hier das andere gefällt mir jetzt der name nicht ein terraria terraria genau das ist mit weltraum das ist mehr no man's sky in 2d aha quasi nur mit haus bauen und das soll ich mir ansehen ja guck dir das mal an macht spaß ok pass auf ich gucke mir das jetzt an gleich später und wenn das gut ist dann spiele ich das und wehe das ist kacke sag ich dir hat sie mir jetzt spaß gemacht pokémon go ladies and gentlemen das ist ja das ist ja immer noch so ein so ein so ein thema und leicht in den medien was mich sehr was ich sehr schön finde ist dass garak aufgrund seines hintergrundwissens eine sehr schöne thematik vorhin angesprochen hat bezüglich des datenschutzes und ich würde das gerne noch mal aufgreifen also das waren haben wir uns vorhin ja noch drüber unterhalten über das ganze und vielleicht sollten wir für die leute die etwas ja weniger inter interessiert sind agbs zu lesen was eventuell mal auf tun und gar das wort überreichen dort mal kurz was zu zu sagen ja es war ja ich würde das mal so machen wie im zdf weißt du wenn die moderatoren irgendwo stehen es dauert dann immer so zwei sekunden ich habe es heute nicht begriffen warum das so ist weil das schwachsinn ist dass das es gibt keine technik mehr die so lange braucht und ich finde das aber so geil einfach mal diese zwei einfach mal warten ja und dann los anfangen aber war das nicht ja früher war das nicht früher so dass das so lange gedauert oder der übertragung oder was ja ja das war früher es ist heute aber immer noch so das machen die immer noch so als ob die das gewohnt sind irgendwie ich weiß es auch nicht ich finde es so lustig weil das gar nicht mehr nottut also jedenfalls nicht in jedem fall manchmal vielleicht schon wer weiß wo die daten da so längst gehen aber ich finde das total geil das ist also ist eine 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 ein stück weit oder ist ein geiles stück weit ist das professionalisierung im klanken schnack wir müssen einfach kunst pausen setzen ja genau ja genau sie ja wir müssen kurz tausend war ja 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 da hast du da gebe ich dir recht gut dann machen wir so das war gut ok pokémon ich habe mal provokativ wie ich immer so bin geschrieben per twitter glaube ich sogar das ist gar nicht so lange her wie pokémon spielt ist dumm wer mich kennt ja das ist einfach mal so man muss das natürlich dann wieder abstrahieren aber es ist im grunde genommen erst mal so auf den punkt gebracht man hat ja nur so wenig zeichen bei twitter und ich kann ja keine romane schreiben deswegen habe ich dann wie bei der mathematik habe ich gekürzt ja also formeln immer zurück und am ende kam aber raus wer pokémon spielt ist dumm das passte dann in die zeile bei twitter und ja ist leider ein bisschen zu stark zusammengekürzt weil das ist nicht die aussage ist an sich in dieser kürze vielleicht nicht ganz richtig aber man könnte sich darüber streiten also ja aber aber so oder so ähnlich also das interessante ist wenn man sich mit leuten unterhält so ja wieso ist alles gar nicht so schlimm also es geht um datenschutz ja ich weiß nicht ob irgendjemand eventuell mal die ganzen geschichten gelesen hat und zwar die nutzungsbedingungen die datenschutz richtlinien von dem von dem hersteller das kann man ja nachlesen und ich glaube es hat keiner gemacht oder wenige machen das und ich würde es übrigens auch nicht machen mich hat es nur in diesem fall interessiert und ich habe für mich hat es eine frage aufgeworfen wir haben in deutschland datenschutz gesetze die extrem sind im vergleich zu den usa oder hat russland überhaupt so was ich weiß nicht aber die usa haben ja so ein bisschen datenschutz irgendwie wobei ich mir nicht sicher bin ob sie wirklich einen haben aber nehmen wir mal an ja dass sie einen haben und wir haben aber ein ziemlich extrem datenschutz und da sind wir auch ganz stolz und die frage ist und und das ist glaube ich eine sache die man hier mal diskutieren kann jetzt und es gehört zu pokémon deswegen passt das hier ganz gut rein ist der datenschutz in deutschland das was die bürger wollen ja nein denn pokémon hebelt den datenschutz den deutschen datenschutz an vielen ecken und kanten aus und die leute finden das cool weil sie das spiel cool finden ihnen ist egal dass daten von google getauscht werden also von ihren google account daten runter gesorgt werden mit der begründung des herstellers es ist notwendig für spiel ja ich weiß nicht was an meiner telefonnummer notwendig für spiel ist und oder an meiner adresse ich meine wer so okay das ist ein anderes problem wäre so doof ist bei google die daten einzugeben das ist ein anderes thema aber aber grundsätzlich ist es notwendig oder nicht nein es ist in der regel nicht notwendig dann werden daten übertragen in dem moment wo man durch die gegend läuft und pokémon sucht die sind natürlich wirklich notwendig für das spiel weil sonst weiß ja der server nicht wo man sich gerade aufhält aber trotzdem werden da bewegungsprofile angelegt und das ist schon relevant was die datenschutz geschichte angeht nun ist es den leuten aber egal anscheinend und deswegen stellt sich für mich die frage ist der deutsche datenschutz noch brauchen wir denn überhaupt weil es tritt nämlich ein problem auf an das keiner denkt also ich will nicht damit sagen dass mir ist es egal ob jemand pokémon spielt oder nicht dass das soll er machen ja wenn er das zur zerstreuung braucht und das cool findet und vielleicht dabei auch noch mal zehn kilometer läuft am tag wunderbar kann man nichts gut zu sagen wir sind alle viel zu fett außer dass levy natürlich aber sonst jetzt sind wir ein bisschen ab hier hörst du mal auf im film zu essen oder man ja und aber es aber es ist doch so dass also das will ich gar nicht ich kann sowieso keinem vorschlagen was er spielen soll das ist in ordnung dass er spielt ja damit habe ich kein problem das problem ist dass deutsche firmen sofort wenn die so eingeben auf den markt bringen würden und in deutschland betreiben würden sofort in grund und boden verklagt werden amerikanische firmen aber nicht an denen prallt das ab oder asiatische firmen oder was auch immer und das ist das problem will der deutsche diesen datenschutz den wir haben eigentlich noch oder nicht das ist so die frage die die sich mir da stellt und wenn nicht dann warum schaffen wenig ab hat in sachen datenschutz nicht eh schon längst die eu übernommen ich glaube wir haben noch unseren eigenen wir haben unsere datenschutz ist aber nicht 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 so weit von unserem entfernt eigentlich nur das problem ich sehe ich sehe es aus wirtschaftlicher sicht und zwar gutes beispiel es gibt in kiel ein freies wlan das von einer firma gebaut wurde die das kostenfrei zur verfügung stellen das erste was passierte und man muss sich dort nicht anmelden das heißt man kann in kiel richtig ins wlan gehen hat ein sauschnelles wlan in der ganzen stadt über 100 access points und nicht so ein spaß scheiß da wie in berlin mit zwei access points sondern über 100 in kiel ja in der innstadt da gehst du hin und dann loggst du dich da ein und das einzige was du machen musst ist die agbs bestätigen da drin steht ganz kurz ist ein ganz kurzer ag bis da steht dann drin dass du dich verpflichtet ist nicht böse zu sein so über übertragen im übertragen im sinne nicht böse zu sein also nichts illegales mit der über dieses netz zu tun so mehr nicht du musst keinen namen keine daten kein gar nichts und wisst ihr was da passiert ist da ist der landtagsabgeordnete der piraten in schleswig holstein piraten wohlgemerkt piraten ja gekommen und hat gesagt leute das ist ja wohl nicht ganz dicht ihr müsst doch die daten sammeln also unfassbar also riesen stress für deutsche firmen und bei so kleinigkeiten weil wegen datenschutz auf der einen seite muss der datenschutz gewährleistung auf der anderen seite muss ich aber auch daten sammeln das läuft ja sowieso in deutschland kreuz und quer weil du hast ja als als internet provider zum beispiel die pflicht daten zu speichern und ich rede nicht von der vorerst datenspeicherung das ist eine ganz andere baustelle die kommt ja demnächst wieder auf uns zu aber auch jetzt werden ja schon daten gespeichert auch von euren telefongesellschaften sonst wüssten die ja nicht wie sie euch eine rechnung schicken sollten mit wem ihr wann telefoniert habt verbindungsnachweise das wird alles gespeichert über 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 längere zeit nicht über jahre aber über längere zeit so und da greift der datenschutz und für deutsche firmen ist es unheimlich schwierig und ich finde das ist wirtschaftlicher faktor also eine wirklich komplizierte geschichte dass deutschen firmen ist nicht erlaubt wird dinge zu tun die zum beispiel jetzt bei pokémon go überhaupt gar kein problem darstellen anscheinend obwohl der deutsche datenschutz ausgehebelt wird nur weil man sie nicht greifen kann deswegen die frage will der bürger überhaupt geschützt werden also ist der deutsche datenschutz schutz überhaupt das was der bürger will dann dürfte er pokémon gar nicht spielen will er es nicht weil ihm das egal ist ich habe viele leute gefragt die ich getroffen habe auf der straße die mich fast umgerannt hätten weil sie pokémon sammeln ja und ich habe die immer angesprochen jeden den ich getroffen habe sag mal weißt du eigentlich was du dafür daten auf deinem und so ja mir egal ist alles toll macht voll spaß ja und ja wenn das so ist ja stellt sich mir die frage warum haben wir dann einen datenschutz der der sagen wir mal uns wirtschaftlich als nationen wirtschaftlich schlechter stellt als eine amerikanische und asiatische firma vielleicht zu komplex für einen klaren geschnack ich bin mir nicht sicher aber ich finde dass es gehört dazu darüber nachzudenken ist das richtig oder nicht und vor allem was ich wissen will ist es wirklich so dass euch die der datenschutz völlig egal ist also euch pokémon spieler hier im chat sind garantiert 90 prozent pokémon spiele na vielleicht nur 80 aber trotz alledem ist euch das egal dass wir immer so das würde mich interessieren ich habe das wäre ich glaube die ursachen liegen da eher noch ein bisschen tiefer dass das generell niemand wie sagt man heutzutage kein bockgesellschaft dass ich da irgendwer generell mit irgendwas befasst und das also ich sag mal so ist ja nicht so als wenn unsere daten nicht in irgendeiner form bei irgendwem bei irgendeinem großen unternehmen wie google oder microsoft oder sonst irgendwo liegen das richtig also die sind da ja auch vorhanden das ist richtig natürlich aber aber mir geht es darum dass sagen wir mal eine durchschnittliche kleine firma in deutschland mit 30 angestellten sofort im grunde boden verklagt wird wenn sie sich nicht an datenschutz erzählt aber so ein pokémon machen kann was es will und überhaupt nicht verklagt wird und wenn dann lächeln sie dann nur einmal müde drüber ich meine das problem ist doch eigentlich ist dieser und und vor allen dingen auf der anderen seite dass die spieler sagen was habt ihr denn eigentlich getraucht datenschutz interessiert mich doch nicht das spiel macht spaß ja will ich haben und für mich im umkehrschluss bedeutet das ja eigentlich dass unsere datenschutz gesetze falsch sind weil sie keiner will aber ist das nicht so dass sie ich meine die frage ist fällt das denn unter unser gesetz oder wo das wird ja hier benutzt also fällt also würde werden sie hier belangbar ja ok ja es wird ja hier benutzt es ist ja ein der vertriebsstand findet hier statt das internet auch wenn unsere kanzlerin das noch für sehr sehr neuland hält aber das ist halt deshalb keine grenzen und dadurch wird es natürlich auch hier genutzt und es ist schwierig für unternehmen weltweit alle gesetze zu beachten das geht natürlich nicht na wieso ist das ist die andere seite ich bin da völlig bei denen also wie sollen die das machen dass sie für jedes land ich mein in der türkei ändern sich die gesetze im moment täglich ja also wie soll es nach hinterher kommen das funktioniert nicht das heißt also im grunde genommen musst du musst du über geotagging das machen und sagen hier guck in deutschland geht das halt nicht weil der datenschutz in deutschland nicht geht und aber das das ist glaube ich nicht das problem ich sehe das auch nicht das problem jetzt auf der gesetzlichen seite sondern was mich irritiert ist dass die bürger eigentlich den datenschutz gar nicht wollen weil ihnen das egal ist also ist das wirklich so dass das die frage die mich eigentlich bewegt ist es tatsächlich so dass die masse der deutschen oder die masse der gamer oder wie soll ich sie definieren war sie nicht dass die den scheißdreck auf den datenschutz geben sobald es ein cooles spiel ist also ja dann 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 gebe ich halt meine intimsten daten von meinem handy alles was da drin ist an irgendeinen provider beziehungsweise an irgendeinen geben hersteller in diesem fall ist es nicht ganz so krass aber 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 ist das so also es kann ja sein dass es tatsächlich so ist und dann müsste man natürlich darüber nachdenken auch eine chancengleichheit zwischen den unternehmen zu schaffen indem einfach auch deutsche unternehmen solche sachen programmieren deutsches unternehmen könnte so ein programm gar nicht auf den markt bringen wird sofort im grunde boden verklagt wie ist das bei dir ja ich meine du hast es ja installiert hast du dich da vorher ein bisschen schlau gemacht also weißt du um dieses oder ich bin ganz ehrlich ich habe diese information die geragert habe ich nicht ich weiß dass natürlich wie das gespeichert wird und alles aber ich bin tatsächlich auch eher jemand bin ich ganz ehrlich der sagt ist mir egal ich weiß nicht ob das so schlau ist aber ja also im effekt ist es dir egal ja also mein wissensstand den ich habe und wie gesagt ich habe mich da jetzt nicht grundlegend informiert da ist jetzt ja ich spiele es halt trotzdem und ich kann mir vorstellen dass das bei den meisten tatsächlich auch so ist ich glaube nicht dass viele also dass es gibt mit sicherheit welche die sehr naiv sind und gar nicht den gedanken daran haben an datenschutz aber ich glaube die meisten wissen das und ist es einfach egal glaube ich ich weiß es nicht also meine devise bei dieser bei diesen sachen ist immer ich habe meine daten eh schon irgendwo abgegeben und selbst wenn ich mir whatsapp oder eine third party dinge installiere ist sowieso im endeffekt glaube ich ist das heutzutage mit kein bock gesellschaft glaube ich hat das damit nichts zu tun wenn ich mir wenn ich mich daran erinnere mensch als leute angefangen haben über windows 10 zu meckern dass windows 10 alle daten ausliest das hat windows 7 und windows vista und windows xp schon gemacht als ob nur jetzt hat es halt irgendwer herausgefunden und ich glaube mit ich glaube garag ich war also ich bin mir nicht sicher vielleicht ist das wieder sehr naiv aber ich glaube doch dass das alle anderen handy apps oder was auch immer auf deinem telefon ist das liest ja auch alles aus ich meine wenn du da mal den app store aufmachst was manche leute von dir auslesen wollen also ich drücke dann immer ganz bedacht ne will ich dann doch nicht installieren danke weil das geht mir dann schon auch ein bisschen zu weit dieses ich weiß gar nicht bei bei welcher app das war ist das denn bei bei hast du android bei dir drauf ina hat er dir der muss ja sagen wo er darauf zugreifen will sich das richtig was kannst du dich nicht daran erinnern was er wollte okay ja da also ich guck zum beispiel immer nach wenn ich mir was installiere was er denn von mir haben will also ich meine die die frage ist sowieso also muss man sich darüber überhaupt noch gedanken machen heute also ich meine das was garag bringt zum beispiel dass das ein deutsches unternehmen im vergleich zu einem anderen unternehmen nicht machen kann da bin ich auch kein befürworter für aber dass die leute meine daten haben ich meine das ist ja so oder so schon der fall da ich meine du kannst dich heutzutage nicht mehr verstecken sobald uns internet geht außer du bist damit wie war deine mal dein ident slabby was dein visa karten ident ich weiß das gar nicht für die schmuddel seiten ach so jetzt willst du den haben oder was ne ja gerade erst gegeben deine kreditkarten identität ja habe ich ja doch vorhin erst gegeben ich habe zwei rechnungen mittlerweile bekommen ja aber ich weiß nicht also wenn du mit fake irgendwie die idee oder so was auch immer ins internet gehst vielleicht aber ich glaube deswegen interessiert die leute das heute auch gar nicht mehr so wirklich weil du bist ja überall online also du bist ja echt überall angemeldet in du guck du kaufst selbst bei amazon wenn du bei amazon einkaufs wenn du bei alternate einkaufs in jedem haus die haben alle deine deine sachen weil die musst du ja angeben gab es nicht damals bei facebook auch so ein riesen terror als die whatsapp aufgekauft haben und alle haben gesagt nein ich benutze whatsapp nicht mehr und nutzt halt trotzdem jeder ja moment aber ich habe ja in einer facebook-nachricht eindeutig gesagt dass meine daten mir gehören na ja laut passierschein a38 blau also das darf denn gar nicht gehören ja das möchte ich nur noch mal wiederholen auch in diesem stream ihr habt den punkt aber nicht erfasst ja ich habe gerade die ganze zeit gelesen weil da sehr interessante sehr lange abhandlungen kamen und antworten es scheint also so zu sein dass es eigentlich jedem egal ist es ging mir auch gar nicht darum ich weiß dass es jedem egal ist weil die argumentation ist früher gab es immer so diese standard argumentation ich habe nichts zu verbergen das ist heute wird das nicht mehr so gesagt weil das einfach ein ja weil leute die sowas sagen wirklich dumm sind aber deswegen haben wir ja datenschutz gesetze man muss nicht etwas zu verbergen haben um um einen schutz zu haben zu müssen also entscheidend ist eigentlich dass die leute heute wirklich es ist ihnen egal also die masse hat jetzt auch geschrieben es ist ihnen eigentlich egal weil ja doch und das ist die begründung die news ja auch gerade gebracht hat war ja doch alle der meinung sind dass alle ihre daten sowieso schon irgendwo alle sind dass das stimmt zwar nicht aber das ist das gefühl und das ist das interessante dass das gefühl inzwischen so weit geht dass im grunde genommen der datenschutz komplett abgeschafft werden könnte das würde kein stören also es wäre jedem egal also da bin ich mir also da in diese richtung geht es darf ich ja ja klar also ich persönlich ich habe vier e mail adressen bei google ich habe überall meine telefonnummer drinnen und ich habe bei einer mein telefonbuch mich selber alles mögliche habe ich da drinnen und ich sage mir okay pass auf google ich gebe dir meine daten aber bitte be safe und passt darauf auf ich weiß dass sie die haben wollt ich finde es cool dass sie die für mich verwalten und da ist nämlich der punkt wo es bei mir aufhören ich will nicht dass irgendeine dritt firma oder ex beliebige popel bude meine sachen hat ich will nur dass derjenige und das ist ja der datenschutz schutz dass diejenige bude meine daten hat wo ich das angebe und nicht irgendwelche anderen und da kommt das ja mit pokémon ins spiel sie dürfen das ja hier gar nicht und sie verwenden das ja und schicken das sozusagen weiter weg und das ist ja eben das was das schlechte an der ganzen sache ist und dafür davon bin ich auch kein befürworter also ich sehe das ich sehe das so meine sachen sind sowieso da also meine bankverbindung und so weiter und so fort ist im internet aber ich habe das ich habe mir das ausgesucht wo ich hingehe und zum beispiel bei mir was wo ich finde dass der datenschutz wichtig ist dass du zum beispiel diese ganzen crap e mails nicht mehr kriegst dass die leute deine telefonnummer nicht mehr wissen und die nicht ständig wegen irgendeinem bullshit anrufen und dafür finde ich persönlich ist der datenschutz wichtig und deswegen sollte er bestehen dass genau diese dinge nicht passieren dass irgendjemand meine sachen hat okay cool das habe ich mir freiwillig ausgesucht aber das jetzt zum beispiel das was du sagst mit mit pokémon zum beispiel dass das wieder weitergegeben wird und so in dem sinne nicht rechtens ist das finde ich persönlich auch nicht cool also da bin ich auch dagegen also die stiftung warntest hat da ja auch was drüber geschrieben es gibt dann eine armenung und da steht dann als überschrift und die haben als überschrift geschrieben kleine monster im datenschutz check fangen an mit datenschutz ist übertrieben datenschutz panik ist übertrieben ich habe auch keine panik dass das ich will das auch nicht als panik verstanden haben denn ich meine die haben es auch ganz geschickt gemacht ist hier steht zum beispiel auch das dritten spieler dritt anbieter mitspielen mit der begründung dass sie irgendwelche funktionen im geben erfüllen und deswegen werden die daten an dritte übermittelt ein dritte bedeutet ja nicht dass nur ein dritter dabei ist sondern dass die daten an hunderte verschiedene firmen übermittelt werden die man eingegeben hat eine bemängelung ist natürlich ganz stark man muss sich anmelden und zwar mit seinen daten mit seinem google konto und warum geht das nicht anonym ja also die habe ich nicht schuldigung also es sind zu viele daten wieder erhoben worden werden insgesamt ist es aber aber okay was mich am meisten daran stört ist dass deutsche unternehmen nicht so was nicht dürften ja also selbst wlan netze die offen sind darfst du nicht betreiben in deutschland und das ist schwierig und also es gibt keine chancengleichheit zwischen amerikanischen asiatischen firmen uns den einheimischen firmen und das ist eigentlich das das entscheidende denn wenn der bürger schon kein datenschutz will dann sollte man auch den datenschutz einfach einstampfen und oder anders regeln ja also das heißt ja nicht dass er dann ganz nicht aufgehoben werden muss und wenn du jetzt ich verstehe dich ja auch dass du du willst dass deine daten bei einer person sind oder bei der person die du vertraust nur sobald du deine daten an google gibst war es das ja also google behauptet zwar immer dass sie nicht evil sind aber und ich glaube diesen vorsatz hatten sie auch mal vor 16 jahren als sie angefangen sind und drei leute waren aber ich glaube das ist lange zeit vorbei und die lesen ja sogar eine gesamte e mails und werden sie aus damit sie werbung passen platzieren können in einem google mail account und das machen sie seit jahren ohne dass überhaupt irgendein datenschützer irgendwas dagegen tun konnte es gab zwar einen riesen geschreit das ist es ist auch nicht erlaubt eigentlich aber ja was willst du denn machen wenn die wenn die wenn die firmen irgendwo anders sitzen und nicht in deutschland ja also da ist dann immer das problem also was mich aufregt dabei ist dass es die chancengleichheit zwischen den deutschen oder den und das ist dann egal was von landes ist es kann auch holländisch holland sein frankreich oder was auch immer dass diese eu staaten oder diese eu länder einfach keine chancengleichheit haben zu amerikanischen oder asiatischen firmen die hier irgendwelche dinge auf den markt bringen also wenn jemand seine daten da eingeben will dann soll er das tun das ist ja okay da habe ich gar kein poch schmerz mit wer das macht macht das ja weil er da bock drauf also wir reden hier über nintendo denn nintendo mir breath of the wild das neue zelda heute schon geben könnte ich würde shigeru miyamoto 20 dick pics im umschlag vorbeibringen oder per whatsapp schicken das wäre mir scheißegal wenn ich das so sagen darf den vertraue ich andererseits ist natürlich nintendo ist in pokémon ja der drittanbieter das gehört ja eigentlich ist die app von nientik und das sind die ingressmacher die eigentlich von google kommen mal und deswegen da irgendwie noch tricks haben wie sie mit ihren google wie heißt das dieses dieses dieser informationsaustausch zwischen google und der app dass quasi die app sich über google anmelden kann aber eigentlich nichts auslesen darf über diesen effekt da gibt es ein ganz interessantes video das kann ich gleich mal raussuchen von dem youtuber der da mal ein bisschen sich schlau gemacht hat eben über diese abfrage weil da gab es ab direkt am anfang auch auf 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 aufschrei klingt so wie heißt er den moment direkt gleich raus da gab es halt auch so ein so eine kritikwelle dass google und und beziehungsweise dass das pokémon go deine google daten auslesen kann weil sie irgendwie noch eine alte version der fällt das wort nicht ein dieser diese auslese technik halt haben und klar es passiert alles auf vertrauen bei jeder app die du installierst musst du wissen dass deine daten irgendwo hingehen aber ehrlich gesagt also ich muss sagen bei den apps die ich installiert habe die ein bisschen böser sind also böser sein könnten den vertraue ich aber ich habe auch nicht so viele apps installiert und bei google ist mir das schon seit ewigkeiten egal irgendwas bei mir auslesen können weil alles was ich von google bekomme sind stau infos und ob borussia gerade führt gegen irgendwen das halt was ich von google bekomme und natürlich funktioniert das alles auf vertrauensbasis natürlich wird es gefährlicher wenn es plötzlich nicht nur nicht mehr 20 leute sind sondern halt bei milliarden weil zwei milliarden leute haben daten und wird einfach ein bisschen unübersichtlicher vor allem wenn die jahre dann ins land gehen und du nicht mehr weißt was was das was für daten du irgendwann mal vor 20 jahren freigegeben was oder so irgendwann weil jünger werden wir nicht je länger ich darüber nachdenke ich glaube die frage ist an der falschen stelle gestellt dass wir sind alles gamer und ich glaube die realität sieht anders aus ich glaube die die masse der deutschen will datenschutz und ich glaube die 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 onliner eher nicht also die den ist es mehr oder weniger egal weil sie einerseits sich vor datenmissbrauch insofern schützen in dem sie sowieso fake profiles haben überall und sich mit mit irgendwelchen falschen daten anmelden ich glaube das macht die masse ich möchte nicht wissen wie viel wie viel falsche google accounts es gibt wahrscheinlich mehr als als richtig ausgefüllte und und eine postadresse in deutschland und dann gibt es ein müdes lächeln zurück und das war's dann geschichte erledigt ja und letztendlich würde es ja also wenn es relevant wäre der datenschutz würde es da keiner nutzen ja also ich meine wenn 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 in deutschland die bürger wirklich auf ihre daten acht geben würden beziehungsweise das für relevant fänden würden sie das gar nicht installieren also würden sie viele dinge nicht installieren das ist jetzt nicht auf pokémon bezogen sondern einfach unheimlich viele dinge würden installieren gesundheit und ja wahrscheinlich ist das aber eine geschichte die mehr so bei den onlinern zu finden sind wie auch immer man die definieren will und weniger bei den normalos also nur sind die normalos ja inzwischen auch alle online also ich weiß nicht wo da die grenze zu ziehen ist die frage ist halt nur ist es fair dass die deutschen das nicht dürfen also das deutsche unternehmen da behindert werden oder nicht aber ist natürlich jetzt nicht unbedingt thema für plan geschnack aber das muss man einfach mal drüber nachdenken die frage ist doch generell wie auf alle anderen sachen auch wird genug aufgeklärt oder nicht und dann sind wir wieder bei oder nicht und dann ist das wieder geklärt die thematik die leute die dort im geschäft arbeiten die wird es interessieren so wie dich alle anderen ja wahrscheinlich so und dann hast du so wie bei das habe ich ja vorhin auch schon gesagt das ist halt willkommen in der jolo gesellschaft so wir haben alles internet wir sind überall verlinkt und fertig ist aber so das was dahinter steckt ist doch völlig egal und den leuten ist das egal und deswegen machen sie das einfach und wie gesagt leute wie du denen ist das nicht egal und datenschutz wenn man den leuten datenschutz erklären würde und warum und ihnen mal vernünftige beispiele bringen würde wenn sich vielleicht mal ein youtuber damit beschäftigen würde der nicht was ist er hier seine jugos schickt um irgendwas zu verbrennen und dazu noch einen geilen beat unterlegt und irgendein dreckslied singt dann wenn so einer sich da mal die mühe macht und das erklärt ich glaube dann würden ganz viele aus den wolken fallen punkt und das fehlt halt wie an jeder stelle auch mit allen anderen sachen auch denn dort die dass das aufklären passiert vielleicht durch cdf oder was weiß ich auch immer wer heutzutage aufklärt das weiß ich nicht aber es ist auf jeden fall an den falschen stellen und deswegen ist datenschutz völlig irrelevant für die allgemeinheit denn sie interessiert es nicht ich habe das video übrigens im chat verlinkt von tom scott war das schon immer ein thema aber es war mal anders vor 25 30 jahren gut da gab es das internet nicht in der form es gab zwar schon ich habe es damals schon benutzt aber das hieß noch nicht internet aber da war das eine völlig andere geschichte die leute da ging es darum ob damals gab es hier ich erinnere an die volkszählung 1986 87 ungefähr ich weiß nicht wer da mal googeln will volkszählung 86 87 das hat aufstände in deutschland gegeben wegen der erhebung dieser paar daten ich glaube der letzte zensus war wann war das 2010 11 ungefähr muss das gewesen sein da gab es ja auch eine volkszählung und ich glaube da hat kein mensch überhaupt irgendwas gesagt und der fragen katalog ich habe jetzt ja die über die jahre miterlebt was sie da alles gefragt haben das war so extrem mehr dagegen war das von 86 87 total lächerlich und da gab es richtig unruhen in deutschland wegen diesem datenschutz kam also das hat sich komplett geändert in den letzten 30 jahren den leuten war früher datenschutz wichtig heute anscheinend nicht mehr ich will das nicht bewerten ja als als ist gut oder nicht gut sondern einfach nur als tatsache vermeintliche tatsache also wenn es heute eine volkszählung gebe ich würde meinen namen da reinschreiben meine adresse das wegschicken und nie wieder drüber nachdenken ja damit kommst du ja nicht weiter da wirst du dann ja sofort einen haken genommen wie jetzt hast du ausfüllen also da kommt dann da kriegst du dann besuch ja ja aber ich würde nie auf die idee kommen jetzt deswegen auf die straße zu gehen weil sie jetzt wissen wollen bin ich auch wirklich in deutschland los ja ach so meinst du das ja genau und 86 87 ich weiß nicht mehr wann das war die volkszählung also ein riesen aufriss da sind die leute auf die straße gegangen weil sie ihre daten schützen wollten das ist heute anscheinend nicht mehr der fall ja ja aber scheinbar hat ja heute keiner irgendwas zu ja wie sagt man zu verstecken oder so keine ahnung ja da sind wir wieder genau da sind wir wieder bei diesen wir haben ja nichts zu verbergen so aber das liegt auch mit daran weil diese ganzen verknüpfungen jetzt gerade auch durchs internet auch mit dem wachsen des internets in den letzten 10 20 jahren einfach immer immer leichter immer einfacher vorangeht und das ist das deswegen einfach viele sagen ja das ist einfach und tschüss also sich tatsächlich nicht so die gedanken machen weil es einfach ist und es immer einfacher wird sich zu verknüpfen miteinander mit programm mit ja aber 1987 okay habe ich mich noch gut dran erinnert da war ich noch kein deutscher ach so da war ich noch gar nicht da da war ich noch drüben zwei grenzen weiter war ich dann noch zwei grenzen weiter ja zwei sogar ich denke das ist also die die quintessenz der ganzen sache ist dass vielleicht da draußen die leute die zugucken eventuell sich mal ein bisschen belesen das ist die quintessenz ja dann hat es ja was erreicht ich meine ne der planken schnack ist ja auch eine informationssendung und äh dann hat es was ne genau dann hat es ja auch was erreicht also es langt auch wenn ein oder zwei leute sich jetzt einfach gedanken machen und mal nachlesen was ist datenschutz dann hat es doch schon was gebracht aber das ist ja schon fast biblisch ja ne aber ich finde ich finde die quintessenz so das was man aus dem chat raus liest ohne das zu werten sehr sehr abwerten also wir wurden schon als rentner schnack bezeichnet das einzige war nur wegen der frau muss man zugucken das habe ich gelesen ja schön dann lebt euer leben uninformiert und wählt afd yes dankeschön das wollte ich dazu sagen also bitte belässt euch ein bisschen was das angeht und informiert euch zumindest im gros darüber ihr müsst nicht so weit ins detail aber im gros wäre das vielleicht mal eine maßnahme zu wissen was da passiert hier hat übrigens jemand gerade eine sehr wunderschöne frage gestellt wo ja twitch geht nicht gegen cheater bei pokemon go vor öffnet diese öffnet diese einstellung die tore für alle cheater auf twitch ja das ist eine sehr naive also wenn ich was dazu sagen darf das ist sehr naiv sehr dumm und also twitch bannt die twitch ist nur nicht die bannpolizei wii wii die den ganzen tag nichts anderes macht außer der channel bannen schon mal darüber nachgedacht dass die leute auch was anderes dazu tun haben als nur sowas zu überwachen und falls du nicht informiert bist es wurden letzte woche glaube ich über zehn leute gebannt dass sich leute neue accounts machen das sage ich dazu möchte ich habe mich darüber aufgeregt aber am ende ich habe mir überlegt was bringt es mir eigentlich mich darüber aufzuregen gar nichts nichts über sie doch machen über cheater habe ich mir noch nie aufgeregt außer außer wenn ich einen direkt vor mir stehen hatte und dem ich nicht zwischen die augen schießen konnte aber ja weil der schneller war weil er geschietet hat manchmal allerdings erkenne ich auch cheater wo keine sind da bin ich einfach zu langsam aber da muss man dann ja es ist einfach so aber cheater habe ich noch nie so richtig aufgeregt weil ich spiele das geben halt nicht mehr wenn ein game nicht in der lage ist sich vor cheatern zu schützen dann spiele ich es halt nicht fertig ja so viel so viel zu den schlechten seiten von pokemon go wir sind keine schlechten das war einfach also tives einfach mal über den datenschutz reden ich möchte keinem das pokemon go spielen vermiesen nein macht das den ganzen tag überhaupt gar kein problem die daten müssen gesammelt werden und und wer da keine lust zu hat lässt es halt also ich habe nichts gegen pokemon go überhaupt nicht nicht gar nicht aber wie gesagt darüber muss man ja auch mal nachdenken und sollte man ja auch nachdenken und ja wenn ich immer derjenige bin der das anspricht dann tut es mir leid aber ist halt so ne ja worauf ich hinaus wollte ist es ist ein spiel das leute dazu bringt raus zu gehen und kilometer zu laufen die wahrscheinlich nie im leben so viele kilometer gelaufen wären in der zeit das wiederum finde ich übelst geil außer dass ina nicht rausgeht das wundert mich zum beispiel das wundert dich ja ich hätte ich hätte jetzt damit gerechnet dass das du jetzt auch rausgegangen bist aber ich meine du machst das ja auch weil du zur arbeit gehst und so aber das finde ich so unfassbar gut also das ist in meinen augen ist das ein sehr geiler schachzug eigentlich weil leute gehen wirklich raus die machen was die lernen sich kennen wenn ich überlege was bei twitter so dass die leute sich verabreden dass sie sich irgendwo in berlin oder in noch größeren städten verabreden und solche sachen machen das müsst ihr euch mal überlegen das finde ich richtig geil bei mir ist halt dass ich generell raus muss sowieso arbeitstechnisch gründen und weil ich kein auto habe einkaufen und so weiter und so fort das heißt ich mache das nicht zusätzlich weil ich ja generell sowieso arbeite und viel meiner freizeit eben für den stream in anführungszeichen opfere das heißt ich habe gar nicht so die zeit tatsächlich mich da so mit pokémon und rausgehend zu befassen oder ich möchte es nicht weil ich in dieser zeit wo ich dann tatsächlich meine freizeit habe auch tatsächlich dann die zeit mir so gestalte wie ich es am liebsten mache mit keine ahnung aber ist das nicht wahnsinn was das für eine bewegung ist dass menschen habt ihr mal diese ganzen sachen gesehen bei bei den amis so wenn wenn als da im central park irgend so ein super seltenes ding aufgepoppt ist was dafür menschen massen gelaufen sind um pokémon zu fangen die bewegen sich halt also man merkt es ja auch du siehst ja die kleinen grüppchen die sich bilden und ich habe also ich sehe gefühlt mehr menschen auch jüngere menschen unterwegs meistens mit handy in der hand ich finde es schon spannend anzugucken ja das stimmt das immer lustig wenn die gegen laternen laufen und so das ist mir leider noch nicht passiert das ist doch habe ich schon mehrfach gesehen ich habe in meinem büro in so einem gebiet wo irgendwo so ein ober pokémon sein muss keine ahnung irgendwas wichtig ist da laufen irre viele leute und dauernd laufen die gegen entweder stolpern die über die bänke die da stehen oder also es ist echt irre was da alles sich zu unfall kommt ist echt wahnsinn aber ich finde es auch gut gab es aber alles schon ingress war ja nichts anderes das war auch viel lauferei nur das war zu nördig deswegen haben das nicht so viele gespielt damals ich komme ich komme also mich interessiert das spiel gar nicht aber ich also ich komme da überhaupt nicht drauf klar also ich habe letztens habe ich in der küche gesessen habe mein mitbewohner sich mit meiner freundin unterhalten und ich saß noch da oh man wow und ich hatte das letzte mal schon erzählt die sind von der grillparty eine komplette grillparty gecancelt um pokémon fangen zu gehen alle mann und dann sitzt du da so und denkst du so wow äh uh schön aber hey ist cool so nur dass halt was mir halt tierisch auf den sack geht ist dass meine timeline zum beispiel bei twitter voll ist mit pokémon go das macht mich wahnsinnig also dass die leute dann halt so oh ich habe das das und das gefangen das finde ich wiederum wieder ein bisschen zu übertrieben wobei ich auf der anderen seite das auch wieder verstehen kann dass die leute soja socialisern also sie lernen sich ja dann kennen und so entsteht wieder eins kommt wieder eins zum anderen aber mich persönlich so ich meine ich akzeptiere das aber manchmal ist das so mhm morgens beim aufstehen denkst du so kann hier mal etwas interessantes schreiben nicht diese kleinen kackviecher da aber leider ist das so und äh ganz ehrlich das finde ich extrem gut da bin ich ein sehr 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 großer befürworter dass es sowas gibt so aber es ich mag es gar nicht also ich installiere es mir nicht mhm wo wir gerade davon reden slabby äh wann kommt äh das gute ding von tintendo raus das kleine der apparello gute frage das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben ja ich dachte du bist in familien ja ich bin in november oder was war das ende oktober anfang november oder irgendwie anfang november auf jeden fall ende des jahres genau ja 60 dollar habe ich genau ja 60 dollar kostet das ja kann man schon vorbestellen also letztlich dollar 30 spiele sind da drauf ich guck mal eben aber ich glaube noch nicht noch zumindest noch nicht in deutschland kriegen wir das überhaupt in deutschland äh ja glaub ja 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 man muss auch überlegen ob man es wirklich braucht weil viele haben ja eine wii oder eine wii schon zu hause und ähm da gibt es ähm die ganzen spiele die man eigentlich dafür haben möchte kann man sich da auch auf der virtual console kaufen und äh wenn man jetzt nicht unbedingt was kostet ein virtual console spiel maximal zehn euro glaube ich ähm wenn man jetzt nicht mehr als drei davon spielen möchte sowieso dann braucht man es nicht unbedingt das sind ja die gleichen spiele man das coole ist nur dass man halt diese controller dazu bekommt obwohl die kann man sich auch einzeln kaufen und da muss ich sagen das interessiert mich mehr für für die virtual console damit ich hier äh an meine wii so ein nes controller nochmal anschließen kann um die spiele wirklich so zu spielen wie sie ähm wie ich sie halt als fünfjähriger gespielt habe das finde ich cool werdet ihr das ding kaufen? das ganze ding nicht ne also ich habe mir das schon überlegt so für den schrank aber mir ist das echt zu klein das ist doch nur irgendwie so groß oder? das ist ziemlich klein so wie so ein das müsste so sein wie so ein altes nintendo so ein gameboy oder? gameboy grafik also display? kein display ne jetzt schließt ihr ja wieder richtig an über hdmi dann ja ja aber das ist ja ganz schluss richtig ja aber dann kannst du es doch an dann müsste es doch eigentlich gehen also ich meine ja aber das ding ist so groß das ding ist so groß gar das ist so klein nur? ja das ist das kannst du auf der hand legen da gibt es bilder ja ja aber du hast doch hdmi anschluss oder nicht? ja natürlich darum geht es ja gar nicht aber für ins schrank stellen da kann ich mir auch ein dings hier super auto quartett hinstellen hat dieselbe größe weißt du wie ich meine da kommt halt kein feeling rüber so ich meine dass es so klein ist ist bemerkenswert das finde ich wiederum ist so ja kann man mal machen aber irgendwie so für den für den sammler da würde ich ja ich habe ein nes hier stehen wenn man die alten games nochmal geben will so oder so also die liste ist echt cool also hier ist zum beispiel donkey kong drin donkey kong junior castlevania 1 2 dr mario final fantasy ist drin mario brothers megaman metroid ist drin pacman super mario 1 2 und 3 und the legend of zelda und zelda 2 ist da drin also es ist schon so zelda 2 zelda 2 ja es steht doch da zelda 2 the adventure of link entschuldigung mr zelda fanboy mach den nicht nicht zelda 2 ist kein gutes spiel oh entschuldigen sie dass das aufgezählt wurde aus der liste verzeihung ich kenne mich damit nicht aus ich spiele es fehlt aber tetris das ist da gar nicht mit drin ja und nintendo world cup fehlt auch also bringt es mir auch nichts ohne tetris und nintendo world cup brauche ich es mir gar nicht zu kaufen nur dafür würdest du es kaufen ja weil es gibt es nicht im virtual console im prinzip kriegst du halt alle spiele die es schon für die virtual console schon gab also mario 1 bis 3 das ist natürlich ein geiler deal schon allein für die drei spiele lohnt es sich eigentlich und halt für zelda 1 das ist schon gut aber sonst die ganzen anderen spiele donkey kong das ist halt nicht verwechseln mit donkey kong country donkey kong sind halt die von links nach rechts und immer einen höher laufen und dann irgendwann die prinzessin halt von dem affen retten als mario als mario noch zimmermann war und kein klempner das ist donkey kong donkey kong kenne ich das habe ich 1983 gespielt genau auf diskette oder ja data settle ich glaube ich glaube es war diskette schon so gerade eben holst du dir das ding oder passt das nicht so in deine blizzard spielreihe sie du bist echt so ein kleiner der passt einfach gut ja ich habe tatsächlich heute zum ersten mal davon gehört und deswegen kann ich dir da ehrlich gesagt noch gar nichts zu sagen weil ich mir das eben noch nicht angeguckt habe es klingt sehr interessant und aber da ich ja generell nicht so die also ich habe früher ganz ganz viel super nintendo gespielt vor allem mit meiner mama tatsächlich und es gibt so ein paar spiele die ich sehr vermisse und als jetzt wieder games done quick war war ich auch bei einigen spielen wieder sehr sehr dabei und habe geguckt weil dieses retro feeling auch bei mir aufkam aber wie gesagt ich habe mich jetzt zu dem teil speziell noch nicht wirklich informiert von daher erst mal angucken aber es klingt ganz interessant ja auch für dich wird wahrscheinlich auch der mini ns ns wenn der irgendwann mal rauskommt interessanter weil dann gibt es auch schon spiele von blizzard dafür ja klau mich nicht mein witz danke das ist nicht schön das ist nicht nett apropos blizzard ich bin jetzt unter die kartenspieler gegangen ich habe da heute mit angefangen ich war total fasziniert ich habe stundenlang gespielt was hast du ja ja bis dir auffällt dass das scheiße ist wenn man kein geld reinsteckt das kann sein geld oder zeit dann höre ich wieder auf geld oder zeit eins von beiden und zeit ist da musst du ganz schön viel seine zeit reinstecken oder also jetzt ohne pay to win oder so du musst schon echten scheiß nein du musst entweder musst du geld reinstecken oder sehr viel zeit also du kannst dir alle karten alles was du hast auch natürlich mit zeit erspielen aber du brauchst sehr viel zeit außer du gewinnst natürlich in einer tour dann nicht aber wenn du so ein ganz normaler casual spieler bist dann dauert das seine zeit ja oder du steckst geld rein aber gar nicht der profi gar nicht der ist ja nächste woche fertig denn ich weiß nicht spielst du auf dem tablet oder am rechner nö auf dem mac ach so draußen im garten oder nö nö ich kann damit gar nichts anfangen also ich habe mit hardzone das geht mir so auf den sack dieses spiel also zumal du dieser 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 punkt mich ankotzt das immer alle sagen und das ist du kannst mit dem beschissensten blatt kannst du alles gewinnen und dann sitzt du da und dann bist du so ich glaube bei 20 geht es los glaube ich oder so in der rangliste 25 25 und dann schmeißt du eine eine gold karte nach andern eine nach andern und alles nur am flackern und am flickern die karten hast du noch nie gesehen und dann denkst du so ja deinstallieren und das ist die also du brauchst halt echt viel zeit um das da alles zu kriegen und mir fehlt so ein bisschen die gleichheit da zu sagen okay leute die nicht so viel reinstecken und casual die haben auch chance was zu machen gegen leute die x amount oder x amount geld und zeit schon rein gesteckt haben und das finde ich das macht mich so wütend an dem spiel dann meist wieder aus das hört sich jetzt aber mehr nach doping und olympia an als nach haast und jetzt aber im prinzip das gleiche möchtest du das aufgreifen das ist das thema doping oder ne 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 war nur ein seiteneinwurf will ich auf keinen spiel das was wollen wir heute nicht aufmachen aber an sich ist es schon fetzig das spiel also man kann sagen was man will das das spiel ist auch wieder gut ich finde dieses äh wie heißt das brawler oder so ina wie heißt das seven brawl ja was sich alle zwei wochen ändert ne ich glaube einmal in der woche ändert sich das das bleibt dann halt für sechs tage das ist ganz witzig manchmal ja weil das ziemlich ich mag es am liebsten wenn das komplett random ist ganz viele meckern immer drüber aber ich finde das auch am besten weil ich jetzt auch nicht so die beste haast und spielerin bin und da auch mal chancen habe tatsächlich das macht spaß ja das finde ich cool weil das kann jeder machen so das ist da ist alles random da brauchst du keine karten für das ist cool aber ich habe auch grundsätzlich kein problem mit games wo man geld einwerfen muss ne also das wo entwickler müssen bezahlt werden ich meine pixel jetzt ja wir haben 22 klanken schnacks mit den jungs und auch die müssen irgendwie ihre familien durchbringen und gut bei blizzard kann man sich jetzt drüber streiten ob die armen sind aber aber und ob sie es brauchen aber aber grundsätzlich ein spiel kostet halt geld und das kostet jetzt nichts also wenn man nicht will also ich finde es dann legitim was was allerdings dumm ist ist dass diejenigen die also eigentlich müsste man das trennen ja dass das leute dann gegeneinander spielen die eben diejenige die keine kohle investieren spielen halt gegen leute die keine kohle investieren und andersrum dass leute die halt geld reinstecken und sich diese dinger kaufen dann eben gegen andere spielen die das gleiche tun also dass man das dann auch da die chancengleichheit wieder herstellt aber das lässt sich ja nicht realisieren weil wenn du geld reinsteckst ganz am anfang ich aber schon jahre dieses spiel spiele kann ich natürlich trotzdem viel bessere karten haben als du ja also es ist halt es gibt halt so ein rang system wenn du wenn du rank spielst in half zone dann spielst du auf demselben rang höchstens eins drüber und eins drunter mit jemand anderem der denselben rang hat ding ist halt nur irgendwann triffst du halt auf leute die meistens bessere karten haben wenn du nicht komplett oberglück hast und richtig richtig gut spielst schon da wird es dann halt kritisch aber grundsätzlich erstmal stößt du auf leute die mit dir gut konkurrieren können aber das macht ja immer noch nicht dass die karte wett also sagen wir mal ein 21er der einfach schlecht spielt kann ja immer noch ja gut den könnte man wahrscheinlich auch besiegen wenn man das naja es ist es ist bei half zone halt so dass das deck zählt einzelne karten helfen dir halt im meisten fall gar nicht es gibt karten die passen ich meinte damit mehrere also ich hab nur karte ok ja also es kommt halt darauf an menschen befinden sich nicht ohne grund auf einem rang entweder haben sie es lange nicht gespielt es ist season anfang oder sie können mit ihrem deck nicht richtig umgehen und da bringen den karten nichts das stimmt wohl auch wieder ja also deswegen wenn ich würde halt immer empfehlen wenn man mit half zone beginnt und irgendwann rang spielt dann sollte man mitte des monats ende des monats hin beginnen weil dann hat man eine größere chance auch mit den leuten zu spielen die sich auch wirklich tatsächlicherweise auf diesem rang zurecht befinden und dann passt das schon wieder einigermaßen ja ich hatte heute das ein gehabt der der war offensichtlich irgendwie überfordert irgendwie also da war gar keine strategie zu erkennen obwohl der zum teil bessere karten hatte habe ich den am ende doch gewonnen aber ich habe auch verloren so ist es nicht und insofern aber das ist so ein bisschen hin und her üben wenn man aus der ich sag mal blizzard welt kommt oder viele blizzard titel gespielt hat dann kommt man ja auch relativ schnell klar das finde ich so faszinierend an diesen spielen die sind so weiß ich nicht du musst nichts lesen du kannst einfach drauf los spielen und das funktioniert und das finde ich echt bemerkenswert weil bei anderen spielen ist das so du musst ellenlange texte lesen und stunden tutorials machen bis du dann anfängst und sowas macht mich das finde ich zum beispiel das nervt mich an der heutigen zeit also rimworld zum beispiel das ist ein sehr gutes beispiel rimworld penetriert dir so den anus dass du nicht mehr weißt wo hinten und vorne ist ja und das tutorial sind vier solche kleinen felder die nicht mal ansatzweise alles erklären was eigentlich in diesem spiel passiert und mir zum beispiel kommt das oft unter heutzutage dass spiele einfach nicht mehr so selbsterklärend gemacht sind und das finde ich persönlich schade das finde ich super schade weil also ich mache sie dann einfach aus weil ich mir dann sage dann willst du halt nicht dass ich dein spiel spiele dann hau ab genau das ist mir zum beispiel aufgefallen als ich inside gespielt habe das komplette spiel ich meine jeder kann mittlerweile versteht die technik von links nach rechts laufen und hüpfen und so aber das spiel das tutorial ist komplett also ich glaube das ganze spiel sogar kommt komplett ohne text aus nicht ein buchstabe drin zu finden und trotzdem merkst du aha jetzt haben sie mir gerade beigebracht was die b oder x taste in dem spiel macht hier bringen sie mir bei zu hüpfen und so quasi das was damals schon super mario in super mario brothers 1 halt etabliert hat das haben sie halt heute halt in der modernen version wieder rüber gebracht und das liebe ich halt wenn spiele dir durchs gameplay eben das gameplay erklären sozusagen oder man probiert halt aus ne ja try and error und so ist halt rimworld rimworld ist komplett try and error wenn du keinen bock hast in deiner ersten welt ohne noch was zu wissen zu sterben dann brauchst du gar nicht anzufangen weil sterben wirst du sowieso auch in der fünften und zehnten also ich sag mal man muss aber auch immer sagen dass ein spiel im stream spielen was anderes ist als ein spiel privat spielen es ist ein riesiger unterschied oh ja und das sind richtig zwei verdammt nochmal verschiedene welten ein spiel im stream zu verstehen ist was anderes als ein stream privat zu spielen wenn man die füße auf den tisch hat keiner einen vollbubbelt kein chat liest keine sounds gar nichts und da finde ich ist es schwierig solche spiele zu spielen weil du das tutorial gar nicht lesen kannst und deswegen lese ich keine tutorials weil es mir eh nichts bringt weil wenn ich ich setze mich dann hin lies mir das durch währenddessen ich das mache haben mir schon zehn leute wieder gespoilert was ich machen muss und das stresst mich ungemein und ich hasse sowas ich hasse sowas mir gehts spoilern es gibt leute die übertreiben es halt einfach und deswegen finde ich selbsterklärende spiele eigentlich viel besser weil du machst es an du legst los und dann kommst du einfach wieder rein so und dann hast du ich weiß gar nicht was war denn das fast jedes spiel wo ein tutorial ist ist super anstrengend weil du es eh nicht liest Kerbal Space Program gibt es da ein Tutorial? ja ein großes es ist Raketenwissenschaft das ist ja aber wirklich du musst verstehen Tutorial du musst lernen was ist Apoapsis Periapsis und sowas also ja die ganzen Begriffe aus der Raketenwissenschaft tatsächlich werden dir in dem Spiel beigebracht aber danach kannst du ähm eine Rakete in Orbit bringen Nervig ist das Nervig ist das jedes Tutorial beinhaltet wie man seine Maus bewegen muss was ist da los ja das ist zum Beispiel so selbsterklärende Sachen wie WASD und Space und Jump und so also da frage ich mich dann auch manchmal okay Jungs also da müsst ihr ja nur wirklich nicht übertreiben ja oder hat schon mal einer von euch Problem gehabt Space zu finden zum Springen nicht? bewusst nicht nein aber mit einem Effekt passiert das schon mal was war denn was war denn euer schlimmster Stream-Fail was Spiel da angeht Garak ist bestimmt schon mal fast abgestürzt ja das kann ich bestätigen ähm ich bin zweimal nein einmal fast abgestürzt und einmal bin ich tatsächlich abgestürzt aber da kann ich nichts für da wäre auch ein richtiger Pilot abgestürzt ähm glaube ich ähm das war ein Winsch hier sowas passiert da sind viele Verkehrsflugzeuge schon abgeschmiert äh Beweise dazu gibt es auf YouTube äh allerdings gibt es meinen Absturz auch auf YouTube ähm ähm ja ich habe ich habe mal so ein ähm Programm benutzt äh so ein voice äh äh gesteuerten Co-Piloten das ist eine Software der der spielt halt den Co-Piloten das ist einfach nur so ein Stück Software so und dem kann man halt sagen so gear down ja und dann antwortet er und sagt gear down und fährt das Fahrwerk runter ja nur diese Spracherkennung funktioniert manchmal nicht ganz so sauber und wenn du dann im Stream redest die ganze Zeit dann hast du immer mal wieder Wörter dazwischen die die Spracherkennung dann gleichzeitig plötzlich erkennt weil das über dasselbe Mikrofon geht und ähm ja und so habe ich das gehabt dass ich bei einer Landung in London in Oslo ungefähr auf 100 Meter Höhe das Fahrwerk wieder eingefahren habe äh was nicht ganz so schlau ist wenn man landen will und ganz schnell wieder ausgefahren habe und ich weiß nicht einen Meter vor dem Aufsetzen war das wieder draußen und eingerastet das war ziemlich ziemlich strange ja das Leertassendebackel 10 Millionen 10 Millionen Dollar heißt in GTA und äh man zieht glaube ich mit E den Fallschirm in äh in GTA und ich habe die ganze Zeit Space gedrückt weil ich gedacht habe in AMA in AMA zieht man mit Space den äh äh den Dings hier den Fallschirm und ich habe die ganze Zeit Space gedrückt und der Fallschirm wollte nicht aufgehen bis ich dann auf dem Boden geklatscht bin und man darf in in GTA beim 10 Millionen Dollar heißt nicht einmal sterben danach war halt vorbei weil ich dann Fallschirm nicht gezogen und ich habe die ganze Zeit der Leertassung gäbe ja scheiß das war legendär ja das waren wir haben glaube ich fünf Stunden am Stück gespielt und dann so ja das war gut und davor noch eine große Ansage gemacht ja wir haben das schon mal geschafft easy peasy mal alles locker so klatsch bei dir Ina oh Gott Fails in Streams keine Ahnung wo ich da anfangen soll grundsätzlich ist jeder Samstag bei mir wie so ein kleiner Fail weil Samstag kann alles passieren also ich habe selten oder mir fallen jetzt spontan weniger Fails in Spielen ein sondern mehr um das drum herum mir stürzen mir stürzen Spiele ab mir fährt der ganze PC runter ich beende OBS aus Versehen also das ist wirklich einfach chaotisch bei mir und ähm ja also es gab diesen einen Samstag da wollte ich Dead Space spielen und ich weiß immer noch nicht hundertprozentig woran es liegt es wird vermutet dass es mein Netzteil ist was einfach mit diesen Spannungsspitzen nicht zurecht kommt ich starte das Spiel und der ganze PC fährt sich runter und ich starte ihn wieder und ähm ich denke mir okay ich probier's nochmal war bestimmt einfach nur irgendwie versehen und ja ich kam ins Menü und hab auf annehmen gedrückt und der PC ist wieder runter gefahren und ich glaube an diesem Abend ist noch zweimal irgendwas passiert und ja Samstage sind bei mir grundsätzlich Fails ja aber das war glaube ich so das das schönste Erlebnis was ich hatte in Spielen passiert natürlich auch eine Menge aber ich fällt jetzt so spontan nichts besonderes ein vielleicht einfach immer wieder was doch davon gibt's einige ja mhm na woran denkst du? ja wie ist auch schon alte H1Z1 Zeiten zum Beispiel dass du mich erschossen hast? auch das mit dem Feuer zum Beispiel das mit dem Feuer? da wo ich einen Molotow werfen wollte und hinter einem Baum stand und den Baum getroffen habe und mich selbst entzündet habe ach soo ja das ist ja nichts Neues das ist ja bei dir standard oder es kam ein Auto an in H1Z1 und ähm er stieg aus das Auto fuhr noch weiter und äh ich dachte mir ja beschießt du mich mal ich lauf zum Auto nimm dein Auto mit bin mit dem Auto los gefahren hab mich gefreut wie Bolle und bin dann gegen den Baum gekracht und extrudiert also solche Sachen passieren halt ständig ja gut deswegen gibt's da halt nix besonderes bei dir Slebi? ich überleg schon die ganze ich hatte eigentlich was ich hab's aber wieder vergessen weil ich über Kerbal Space Program nachgedacht hab wo einfach alles failed also da von äh Fallschirmen die man deswegen muss ich halt daran denken Fallschirmen die man schon in der Atmos also im Vakuum öffnet und die dann natürlich beim Eintritt ins äh in die Atmosphäre komplett verbrennen bis hin zu man wirft den Motor ab den man eigentlich gerade benutzen wollte weil man aus Versehen auf die Space-Taste kommt kommt da einfach alles vor ähm aber ich hatte gerade eigentlich an an das andere Spiel gedacht ach so ja doch doch der größte Fail weil ich da mich auch total zum Affen gemacht hab war als ich äh halt Minecraft gespielt hab und irgendwo in nem ähm ähm war und irgendwie geschafft hab mit der Portal Gun äh aus der der aus diesem Dungeon rauszukommen und dann außen war und da gerade ne Quarry aufstellen wollte und mich plötzlich nicht mehr bewegen konnte und jeder jeder Tastendruck einfach die ganze Zeit so ein hohes Piepen abgegeben hat und ich hab's so sehr nicht gecheckt dass ich nach einer Stunde rumprobieren glaube ich den Stream ausgemacht hab äh nur um dann rauszufinden und es war einfach diese Feststelltasten äh ähm ähm weißt du wenn du zu häufig Shift-Taste drückst dass dann die Shift-Taste die ganze Zeit gedrückt wird ja nein das war dann Fail aber mir ist noch nie sowas passiert irgendwie glaube ich also ich mein ich hab dass das Intro nicht vernünftig läuft aber ich kann mich echt nicht dran erinnern dass schon mal der Stream einfach ausgegangen ist oder so so ich hab vorhin vorhin hab ich Reset auf meinem auf meinem Gaming-PC gedrückt obwohl ich den Streaming-PC runterfahren wollte ja das kann schon mal passieren aber das ist ja nicht so dafür hat man ja den Streaming-PC nicht? also das ist mir beim Spielen noch nicht passiert Moment du startest deinen Rechner neu indem du die Reset-Taste drückst? ja der hat sich festgefahren der Streaming-PC ja aber sowas ist mir echt noch nicht passiert aber ich werd bei sowas auch mal wütend ne? also das ist wirklich fast eine der wenigen Sachen wo ich wütend werde also mir kann ja sonst was passieren aber das macht mich wütend wenn die Technik nicht funktioniert also das da wär ich wahnsinnig und wenn dann der Chat irgendwas falsches schreibt dann ist vorbei dann könnte ich immer alle in der Luft zerreißen so dann könnte ich das Hemd zerreißen zum Hulk werden und einmal durch die Massen rennen und Shell verreißen das kann ich so unterschreiben ja aber das mir ist da noch nie also ist euch schon mal irgendwas kaputt gegangen im Stream? nö ne? oder? live? doch ich hab mal einen Stromausfall gehabt und also mitten beim Stream und dann war ich halt weg ne? von einer Sekunde auf der anderen und wurde nicht mehr gesehen erst am nächsten Tag wieder weil der Strom dann drei Stunden weg war oder so und ich weiß bis heute nicht warum der weg war aber naja aber sonst nicht ich hatte jetzt Freitag nicht gestreamt Freitagabend weil wir Gewitter hatten Freitagnachmittag und hier hat es so einen Induktionseinschlag gegeben da hat es meinen Streaming-PC gerissen komischerweise immer den ich hab schon mal ein kaputtes Netzteil in dem Ding gehabt jetzt hab ich schon wieder ein kaputtes Netzteil und ähm nur das Netz halt der Rest hat überlebt zum Glück der läuft wieder ich hab gestern neues gekauft und naja in jedem Fall jetzt funktioniert er wieder aber aber sonst was ich öfters mal habe ist ähm das liegt aber an meinem Upload ich hab ja zwei Internetzugänge also einen benutze ich nur für den Streaming-PC der hat einen komplett anderen Internetzugang als der normale PC weil ich auf meinem normalen DSL zu wenig Upload hab und auf dem anderen Internetzugang da hab ich erheblich mehr ja das schwammt allerdings manchmal ein bisschen und äh so hab ich hier und da mal Probleme mit Twitch äh ich connecte meistens über Prag weil das da für mich am besten läuft warum auch immer ähm aber eben nicht immer und äh manchmal versagt mein Stream einfach so mittendrin ist er dann weg ich seh das in den OBS nur dass ich dann 100% Paketverluste hab und äh ja und dann kommt's aber gleich wieder also ohne dass der Connect wirklich weg ist aber der Stream wird halt nicht gesendet das hab ich ab und zu mal das ist nervig aber ich kann's nicht erinnern oder erinnere ich mich an meine schlimmste Woche aber ich hätte genau ich erinnere mich auch du hattest doch auch mal so Stress mit deinem Provider ne nicht mit dem Provider irgendwann ich weiß nicht was es war auf jeden Fall eine ganze Woche lang als Evolve rausgekommen ist alter Vater ich hätte echt alles zerschlagen können ich hätte alles zerschlagen können jeden Tag Framedrops jeden jeden Tag und dann immer wütend den Stream ausgemacht oh ich hätte so ausrasten können ich wollte richtig schön einen anstarten zu Evolve wieder so frisch äh 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 AAA Titel rein und dann die ganze Zeit Framedrops 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 Stream läuft übelst kacke und dann sitzt du jeden Tag da und sitzt am liebsten in Tastatur und dein ganzes System auseinander nehmen und immer um dieselbe Uhrzeit immer egal welcher Server boah das hat mich so wahnsinnig gemacht aber wer weiß was das war keine Ahnung und als es dann wieder ging hat keiner mehr Evolve gespielt ja genau so ungefähr da war es dann schon wieder vorbei gustav 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 ja da haben wir uns kennengenäht Ina ne tatsächlich ja ja Ingo und Gustav ja Ingo und Gustav ja aber heute nennt mich keiner mehr Gustav ich wann ab und zu ja siehste wenn ich an ich denke denke ich an Gustav ooooh was ist da los hallo ach Gustav ach Gustav ach Ingo die Zeiten damals ich hab hier noch nen Tweet ja ich hab noch was zu sagen ja dann bitte also ne Frage ja kennt ihr das wenn solche technischen Schwierigkeiten passieren wenn sie in den ersten 3 Stunden des Streams passieren könnt ihr damit locker umgehen wenn sie in den letzten 3 Stunden des Streams passieren dann könnt ihr richtig ausrasten weil ihr einfach zu dumm mittlerweile seid um noch überhaupt irgendwie zu verstehen wie ihr damit umgehen könnt also ich hab das immer geht das von mir so also ich hatte ne Zeit lang und zwar immer wieder Probleme mit Kabel Deutschland denn Kabel Deutschland hat irgendwie öfter mal Probleme hier in Hamburg ich weiß nicht ob das tatsächlich nur ein Problem hier im Raum Hamburg ist aber ich hör es halt dass komplett Hamburg dann irgendwie ausfällt dass ich megawäßige Upload Probleme habe und meistens direkt am Anfang und ähm am Anfang hat es mich super genervt und irgendwann hab ich war ich einfach dran gewöhnt und hab gesagt gut irgendwann geht's wieder weg und wenn nicht dann nicht aber ähm ich überlege gerade ob das bei mir schon mal passiert ist dass ich am Ende direkt also zum Ende hin in den Streams irgendwas nicht passte peinlich aber kann ich jetzt so nicht bestätigen ne bei mir ist es auch eher am Anfang also wenn das losgehen soll dann geht das plötzlich nicht dann muss ich auf Amsterdam umschwenken oder auf London und dann geht's plötzlich wieder und äh das muss ich häufiger mal machen das ist ganz komisch keine Ahnung warum das so ist ähm was eigentlich die Frage war ob ihr damit einfacher umgehen könnt ja ja deswegen ich hab angefangen zu erzählen und dann hab ich eigentlich ja ne äh ja ich hab den Fall gar nicht dass es später passiert insofern ja eben ja oder im Allgemeinen halt mit irgendwelchen Sachen schlechter umgehen könnt am Ende als am Anfang ne ja wenn mich der Chat nervt es gibt tatsächlich Situationen da nervt der Chat aber ähm jetzt nicht so ja ja das äh geht einfach ich weiß nicht ob das dann in meiner Stimmung liegt hast du denn für Leute im Chat ja furchtbare also meine so die schlimmsten ne aber das manchmal da sind oder ich oder ich werde dann zum Ende hin vielleicht genervt ich weiß es auch nicht aber zum Ende fällt mir das oft oder fällt mir das mehr auf dass das irgendwie der Chat komisch wird und dann sitze ich da und denkt dann sagt das dann auch irgendwie seid ihr komisch der Chat ist komisch am Anfang ist das noch nie so wir haben uns auseinander gelebt wir haben uns Chat das geht nicht mehr das funktioniert so nicht wir müssen reden Chat also ich sag ich sag mal so es gibt gewisse Dinge die machen also da der neumodische Ausdruck ist ja Tilt ja da fahr ich dann da fahr ich richtig außerhauen ja und heute zum Beispiel heute war so eine Situation ähm mal fernab weil das ein frisches Beispiel ist da hat jemand gesagt Dizzy du hast dich so sehr verändert man darf bei dir nicht mal mehr darüber reden was in Deutschland abgeht da ging es dann wieder um Killerspiele äh Debatte und so weiter und so fort und ich hab ihm gesagt wir haben uns nicht verändert es ist einfach so wie es schon immer gewesen ist ich möchte das hier nicht und das sind Sachen da würde ich am liebsten so wie bei Werner den Rand ziehen und dann ihn anschreien wenn hier eine Ananas macht denn bin ich das und sowas und das ist wenn mir die Technik wegbricht was ja auch ab und zu mal vorkommt dann kommen die die wüstesten Kommentare die man lesen kann ja also man steckt ja so in seinem drinnen und man weiß ja was ungefähr los ist und dann kommt so hast du schon mal neu gestartet? hm und dann sitzt du da und denkst du so Hike bleibt drinnen Hike und davon gibt es aber so einige die das gar nicht böse meinen sie wollen dir einfach helfen und dann kommt dieser eine Mensch dieser eine mein Lieblingsmensch ist Louis schöne Grüße an dich der macht mich wahnsinnig der treibt mich in den Wahnsinn der schreibt manchmal Sachen in den Chat komm her Louis jetzt komm durch hier und dann lass dich anschreien und dann sitzt du da nein sie können ja das ist wie bei meiner Katze ja wenn meine Katze irgendwas macht denk ich mir immer so nein Katze du hast sonst keinen ist okay ich schrei dich nicht an du kannst ja nix dafür ich hab dich lieb und so ist das beim Chat auch dann sitzt du schon so oh Chat bitte Schnauze jetzt sonst geht's rund hier und dann aber ich hab für mich gefunden ich geh jetzt einfach immer eine rauchen und dann ist das für mich gegessen so aber das gibt's ja und Slappy das ist bei mir oftmals da hast du recht wenn du wenn das gegen Ende passiert ja ok gut aber ich hab's auch am Anfang also wie gesagt ich bin bei gewissen Dingen einfach aber ich hab's auch am Anfang ich hab das eigentlich immer immer ich hab das eigentlich immer weil mich durchgeben nicht das Problem macht mich wahnsinnig sondern das was Menschen zu diesem Problem sagen das macht mich manchmal ein bisschen wütend oder PJs Halt dieses Emote können wir das gegen Hulk ändern oder so ich finde jetzt wird's erst recht gepostet das ist dir klar ne ja eben aber so PJs Halt du bist überhaupt du redest so wie jetzt ja total entspannt ja ja du hebst deine Stimme nicht wow also Ina du bist aber ganz schön salty heute ne ja ja also wenn du du kannst hier nicht einfach deine Meinung sagen ne weil wir sind hier nämlich die Könige weißt du und bei uns leckst du uns gewiss den Arsch und du knutscht uns hier den Hintern PJs Halt was du hier dir einbildest ja Dance Game Dance Game wow 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 ja aber ich hab's immer nicht nur aber es ist ne gute Emote Idee für dich was ein Hulk du in grün ja so ein Hulk und so ein schöner langer Bart blond das stimmt Biberlein ja wenn ich rauchen gehe bin ich sauer meistens und dann ist das für mich so das ist mein Ventil wo ich äh ich hab's jahrelang hab ich das immer mitgenommen und ich hab durchgezogen und jetzt sag ich mir einfach wirst du warte ich geh kurz raus und dann ist das wieder gut aber das ist auch ganz normal das hat auch viel mit Interpretation zu tun gerade für uns wir lesen ja nur ich mein ihr kriegt uns ja mit und so aber wir lesen ja nur Checks und wenn da tatsächlich dann steht hast du schon mal neu gestartet zum Beispiel jetzt oder egal was und wir sind gerade aber generell in einer Stimmung die vielleicht dem nicht gerade zuträglich ist dann ich das kenn jeder das ist ganz ganz viel mit Interpretation zu tun ich find's schön die Leute die sich anschreien lassen und dann sagen und dann noch mitmachen also die finde ich die finde ich am geilsten die dann richtig schön mit dir zusammen ordentlich Gas geben also nicht so so Fanboy mäßig alles nachquatschen sondern richtig schön mit einsteigen und dann komplett alles mit rasieren da könnte ich immer übelst lachen also da reg ich mich dann am liebsten immer gleich noch ein bisschen mehr weil die dann mitmachen das finde ich gut also die mutieren dann auch zum Hulk übrigens Ina auf deiner Zitatenliste habe ich gerade das erste was ich gelesen habe ich schlaf mich langsam hoch ist aber ich hab also pass auf die Zitate sind alle von meinen Mods erstellt und es passiert immer aus irgendwelchen Spielen aus irgendwelchen ich verspreche mich sehr oft ich habe sehr viele Wortverwechselungen und so weiter und so fort und meine Mods reißen alles aus dem Kontext was geht guck dir die Liste an es ist kein einziges was ich erstellt habe es ist alles und ja ich sag das auch denen jedes Mal ich sag denen bitte daraus kein Zitat und es wird ein Zitat gemacht das ist übrigens bei mir genau dasselbe ganz übel diese Moderatoren ja aber wisst ihr was das Schöne ist meine Mods machen das nicht ja das ist ja wir haben so wir haben so viele Features im Board keiner nutzt das ach was soll das mach halt ja hör auf mit dem Scheiß jetzt hier ist Quatsch die Zitatenliste glaube ich wurde das letzte Mal 1980 oder so aktualisiert die wurde irgendwann eingeführt und als das dann alle rausgekriegt haben dass es das gibt Zitat 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 es gibt einfach nur noch Zitate wirklich in jedem Stream gibt es mindestens fünfmal Zitat das muss ein Zitat sein und so entsteht das die netten Features ich kann denen jetzt nicht erklären woher das Zitat jetzt speziell kommt aber es passiert ich glaub da haben wir beide angefangen zu streamen da erinnere ich mich noch also das war auf jeden Fall mal im Gespräch Hochschlafen? ja ich glaub ich irgendwie sowas war das ja ja nicht jetzt bei mir also nein so einer bin ich nicht so einfach bin ich nicht zu haben nur weil du rote Haare hast weißt du läuft das hier nicht gleich ich bin vergeben du brauchst gar nicht versuchen ja ok ok grab das später nochmal was? ne ne ich finde die nächsten paar Jahre nicht erreichbar ach Quatsch wollen wir eigentlich die eine Frage hier noch ich möchte sie einfach stellen weil ich die Antwort witzig finden würde was sagt ihr zu der misären Aussage bezüglich unerträglicher unerträgliches Ausmaß von gewaltverherrlichenden Spielen im Internet ich mag ich mag dein dein Verleser mag ich dein wieso? misären misären Aussage misäre Entschuldigung demisär ja ich hab das auf meine meine Worte gefallen mir besser demisäre unser äh demisäre ja siehste Entschuldigung liest du doch mal vor entschuldigen sie was sagt ihr zu demisärs Aussage bezüglich unerträglicher Ausmaß von gewaltverherrlichen Spielen im Internet ich fand ähm ohne jetzt wir wollen ja nicht so lange drüber reden aber ich fand Gronks Aussage darüber ganz interessant das ist genau das gleiche wie wenn man sagt die Ausländer sind schuld die Videospiele sind schuld ähm das fand ich gut ist genau das gleiche ziemlich ziemlich gleich ich hab das in den 90ern mitgemacht als jemand Counter-Strike gespielt hat und Slipknot gehört hat das ist halt irgendwann auch ausgelutscht oder? ja es wird immer wieder aufkommen das ist uns allen klar aber für mich ist echt so oh schnarch keine Ahnung ich hab meine Eltern heute auch nochmal vorgewarnt wie das so mit der Wasserpistole aber läuft oder? ja ja die sind ja wieder Killerspiele unterwegs achso ich glaub gar daran hält sich eigentlich wollten wir uns von dieser Thematik enthalten und auch und auch von dem was in München passiert ist übrigens also wartet zu schnell für mich weil ich wollte ja noch meinen besten Quote aus meinem Kanal zum aber jetzt sollt ihr ja schon weiter ja dann mach Hau Roy Tag bitte mein gleicher Quote ever haben meine Moderatoren beschlossen ist Polen ist besetzt ich verstehste nicht ne? okay und zwar hab ich das gesagt ähm ähm wir fliegen ja online und da gibt es ja äh Fluglotsen ja ja und äh an verschiedenen Positionen da hab ich im Stream gesagt Polen ist besetzt weil da an Fluglotsen sitzt die haben natürlich nur Polen ist besetzt dann gequotet ja aber genau sowas genau so passiert es genau so voll aus dem Kontext gerissen und zack steht das da richtig ja aber kann man doch einfach besetzt im Sinne von ist grad nicht erreichbar das meinst du? ne ist erreichbar ja also Polen ist besetzt weil da ein Radarlotze ist in dem Moment wo ich sagte Polen ist besetzt dachte ich mir so bei mir scheiße das wird ein Quote also ich hätte jetzt also ich als erstes hätte daran gedacht Polen ist besetzt ist grad nicht telefonisch bbb nicht erreichbar also ne ne es ginge darum dass da ob da ein Lot so online ist oder nicht und da hab ich dann gesagt Polen ist besetzt also es ist einer online das war dann so rum gedacht aber die andere Variante hätte natürlich auch sein können ja aber dann wird das einfach aus dem Kontext gerissen und schon mit dem Quote und so ist es bei ihnen genauso zum Glück macht das bei mir keiner aber ich glaube ich habe auch keine Quote da sollten wir mal anregen dass auch mal bei Herrn Dissing was passiert das wäre total spannend ich habe keine Quote glaube ich ich erzähle ja immer nur ernste Dinge ach so ich bin ja immer nur soldi die ganze Zeit was du hast gesagt ich bin so schön geiler Quote es war halt wieder mal ein Versprecher es sind ganz oft einfach Versprecher dabei wurde mal von ich wurde mal im Chat gefragt was ich von den Walbabys im Hamburger Hafen oder so halt und ich habe Wallabies gelesen und habe die ganze Zeit überlegt was machen denn Wallabies im Hamburger Hafen was sind Wallabies? ja das sind so Känguruartige Viecher und ich gesagt was machen denn Wallabies hier und ich hab dann erzählt und Wallabies und hä und bis mir dann irgendwann mal klar geworden ist ich wollte schon wieder Wallabies sagen das passiert mir mega oft das ist ja mir passiert das auch nicht so häufig dass ich mich verlese aber ist das nicht normal weil du liest doch sowieso schon so viel ja eh klar ich lese immer das was ich lesen möchte wenn einer schreibt du bist dick und hässlich lese ich immer du bist voll schlank und schön ja richtig ja bei den Weight Watchern hat keiner abgenommen das ist ja auch geil hast du das gesagt? weiß ich nicht weiß ich nicht war das über alt ist ein Witz ich hab bei den Weight Watchers angerufen hat keiner abgenommen oh das sind ja die ganz flachen Witze ja Sleppy geh doch mal an deine Liste rein hier an meine Liste? ja zieh mal einen aus der Hutschnur da kommen ja keine Fragen über Twitter Moment Moment ne das kommt ja auch nachher erst das machen wir in der zweiten Hälfte was? da sind ja auch gar keine ja die kommen bestimmt gleich oder? ach so? ja na du musst ja jetzt erstmal die Leute darauf hinweisen dass die Fragen stellen können beim Plankenschnack das haben wir doch schon gemacht haben wir nicht ne haben wir nicht das machen wir jedes Mal ne das haben wir ich hab das dieses Mal nicht gemacht wir sind gleich heute so forsch und schnell eingestiegen Herb hat das ein paar mal im Chat geschrieben aber es geht wahrscheinlich auch oft unter vielleicht sollten wir das in einer Assoziationskette machen und zwar ich fang an und Garak macht weiter ihr Garak? wo ist sie jetzt eigentlich hin? das ist ja keine Assoziation ja man diese ne Wortkette ihr ok alles klar Zuschauer slappy cringe achso auf wat? was ist ja ihr Zuschauer auf? was ist das für Satz? nein könnt Ina hat könnt ok auf Twitter Fragen Ina jetzt stellen was? ja kein Wunder warum da Quotes rauskommen Fragen Fragen jetzt? slappy hab ich doch schon was? stellen stellen unter Hashtag Plankenschnack fertig oh der Satz gab ok super also ihr könnt Fragen stellen wenn ihr wollt in der zweiten Hälfte weil wir machen jetzt nämlich dann irgendwann auch eine Pause gehen wir auf eure Fragen an die ihr bei Twitter stellt also bitte lasst euch da aus ihr könnt auch gerne die Mods anwispern die äh twinern das dann meistens weit her slappy deine deine Liste ja Moment falschrum äh dreimal er dreimal ach ne das war was anderes ähm ja slappy das war was anderes mhm achso genau das ist interessant weil das geht tatsächlich auch um Twitch und nicht nur rein um Videospiele das meiste was hier steht geht um Videospiele aber ähm es ist die europäische Variante der äh Games Done Quick ähm angelaufen seit gestern habe ich heute auch erst gelesen hat irgendwie keiner Werbung für gemacht die ESA heißt das ähm also quasi das was jetzt vor ein paar Wochen mit der SGDQ äh und im Winter halt mit der AGDQ läuft äh das läuft jetzt seit gestern bis Freitag 22.20 glaube ich ist Ende ähm da kann ich gleich mal den äh Kanal raussuchen ähm ähm genau und das ist im Prinzip Speedrunner die sich halt in ihrem Spiel hinsetzen und ähm man kann da spenden für einen guten Zweck und ja so weiter ist das äh ist das denn jetzt Konkurrenz oder gehört das dazu? äh das ist Konkurrenz also was heißt Konkurrenz ähm das ist was anderes glaube ich so wie ich das verstanden habe das ist nicht der gleiche ähm ähm Präger also das sind andere ähm Veranstalter aber ähm im Prinzip läuft das genauso ab also die Veranstalter die setzen sich alle dahin und ähm spielen die Speedruns hast du da ist er hab ich ich hab den vorhin nicht äh gesehen was ist denn äh bei den Jungs der der Zweck? der Zweck ist glaube ich äh so ähnlich wie bei GDQ auch ähm Krebshilfe glaube ich gucke ich äh steht glaube ich da oben save the children steht da ja beim donation button mm Kinder Kinder okay cool aber das sieht äh von der Dings her sich das fast genauso aus interessant hatte vorhin Probleme weil es äh wohl abgeschmiert ist der Chat äh der Stream der Chat kann von mir aus äh den ganzen Tag abgestürzt sein bei solchen äh Veranstaltungen aber der Stream war abgestürzt aber äh jetzt scheint es wieder zu laufen okay das ist wohl auch das ist wohl auch ein bisschen abgekoppelt von Twitch also es ist nicht so sehr gehört wohl nicht zu so sehr zu Twitch wie jetzt die GDQ also das ist ein Event und das filmen die auch aber das kannst du dir glaube ich auch bei YouTube umso angucken gleichzeitig okay das ist doch cool ja aber nachher mal reingucken wie die so sind die Jungs interessant wie lange läuft das jetzt noch? bis Freitag 22.30 22.20 unserer Zeit wann haben die angefangen? gestern gestern okay ja nice also wer GameStone Quick äh wer GameStone Quick meint das äh oder mag das ist äh die zweite Nummer aus Europa sehr cool muss man sich mal angucken genau hoffentlich haben die einen einen besseren announcer der andere bei GameStone Quick der schläft immer halb ein ja hier ja die haben ja immer verschiedene ich wollte grad sagen ne also immer wenn ich gucke ist das der eine also dieses Jahr waren die an sich sehr schlecht fand ich auch letztes letztes Mal hatten die zum Beispiel noch Waffle oder ich glaub ähm Ezekiel war mal da und hat den Sprecher gemacht und so die das halt alle ein bisschen besser hinbekommen weil sie halt das Sprechen halt tagtäglich machen also der 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 das dieses Mal gemacht hat den hab ich doch letztes Mal gesehen der pennt immer halb ein also da kommt da kommt auch kein Feeling so also wenn er Hype sagt dann Hype okay ja ich bin super gehypt jetzt hu aber das ist glaub ich auch der Charme dieser Veranstaltung ich glaub sie also hab ich zumindest das Gefühl dass sie dass sie nicht so professionell sein wollen damit keiner im Chat schreibt ihr habt euch so verändert alter ja das kommt ja auch immer noch dazu ja genau das war zieh aus deinem weiteren Hut was raus Moment mein Hut hier ähm die Xbox One kommt im August in einer Small-Variante raus ähm PS4 auch ja genau aber die Xbox One erst sagen sie und deswegen ist die Xbox One S die erste Konsole mit der man 4K Blu-Ray Filme gucken können wow wen interessiert es also ganz im Ernst also mein Handy kann schon 4K auf mein Handy ziehen hab ich ja und die Xbox One dann jetzt bald auch aber dafür musst du dir eine neue kaufen kostet 400 Euro in der 2 Terabyte Variante äh was jetzt da mehr an Technik drin ist außer halt 4K Video konnte ich jetzt auf der Seite nicht finden bis jetzt ähm ich weiß jetzt nicht ob sie besser läuft ich schätze mal dass sie dann einfach bessere ich glaub was ich gehört hab ist endlich 60 FPS tatsächlich dass sie das hinbekommen soll aber es kann auch sein dass ich das mit Playstation verwechsel von daher ohne Gewehr also ich wüsste jetzt nur dass man 4K äh Videos abspielen kann ja achso und HDR für Spiele aber das ist auch das ist das gleiche wie HDR auf dem Handy dass du Fotos nehmen kannst und dann wird das kurz ein bisschen besser bearbeitet und dann sind die Farben heller mhm da könnte man auch einfach seinen Fernseher anders anstellen zum Beispiel das könnte man auch aber ich glaub das ist was äh holt ihr euch eine Konsole Garak du hast ja schon eine PS4 ne aber würdest du eine Xbox noch dazu holen ne ne ich hab ne Xbox 360 und bin von von Microsoft zu Sony gewechselt und äh gucke damit jetzt Fernsehen also ähm ich hab nicht viele nicht lange also ich hab Last of Us gespielt deswegen hab ich mir die Konsole gekauft und ähm äh äh aber ich hab ja Hoffnung irgendwann nochmal irgendein Game zu finden wo ich Bock drauf hab auf der Konsole und dann werde ich das damit spielen aber neu werde ich mir nicht kaufen ne also dafür benutze ich das einfach zu selten die Xbox liegt ja auch noch rum weil ich zu v bin zu versteigern ähm ähm äh weiß ich nicht also ne ne nicht so meine Welt Lass du noch 10 Jahre liegen dann äh äh ist das vielleicht was wert Ich hab meinen alten Apple 2 noch mhm Apple 1 wäre richtig was wert gewesen aber in Apple 2 da gab's so viele von Für alle Leute die sich übrigens gerade über HDR aufregen äh es ist Unterbelichtung, Mittel, Überbelichtung und dann zusammen ist HDR Kami und Nippels wir wissen ihr seid alle Fotoprofis ist gut entspannt Das war jetzt die vereinfachte Variante Ja Das ist durchaus etwas komplexer aber das ist ausreichend Wollte ich grad sagen das Prinzip ist ja so also entspannt euch bitte danke ist alles cool Kann man sogar faken also eigentlich das finde ich sowieso lustig es gab mal ne Zeitlang so da äh äh hier die Kamera musst du kaufen die kann hier HDR und so völliger Bullshit das konnte ich schon ne Kamera vor 30 Jahren ne also das ist überhaupt kein Ding Aber jetzt geht's ganz automatisch Niedriger eine Blende höher und fertig ist die Laune Slebby Die Liste Die wundervolle Ich find's schön dass sie es Xbox One S genannt haben also ich find's schade und nicht Xbox One R Dann wär's statt der X-Bone der X-Boner gewesen Ähm Ja Heute testierst du zu Schlagwitzen Das wollte ich heute noch mal sagen genau Was hatte ich noch ähm irgendwas Hardware mäßiges noch vielleicht Äh nö Habe ich nicht mehr das war achso doch und äh genau Sega sprechen wir doch mal über Sega Weil Sega hat äh habe ich voll verpennt bin glaub ich gestern aufgewacht hab auf Twitter meine Twitter äh äh Timeline gesehen und die ganzen Amis voll gehypt wegen Sonic und Sega und weiß ich nicht weil jetzt ähm Ähm Sonic 25 Jahre alt geworden ist Ich bin 31 Ich komm mir sehr alt vor wenn ich das so sage Aber ähm Sonic ist 25 geworden und die bringen jetzt oder haben zwei Spiele vorgestellt Zum einen äh Sonic Mania und ich glaub Project Sonic Sonic Mania Bitte mein erst Project Sonic ist ähm Sieht ganz cool aus Sie haben so ein bisschen das angeteast mit einem Video Kommen beide in 2017 übrigens raus ähm Ähm Soll wohl wieder so ein 3D Sonic werden A la Adventure also Sonic Adventure 2 was auch für ein Gamecube gab Aber ohne und das finde ich sehr schade ohne halt äh die Chaos Die vermisse ich immer noch bei Sonic Jetzt gerade wo Pokémon Hype ist hätte ich mir die Chaos wieder zurückgewünscht von Sonic Was quasi für die die nicht wissen was das war Das waren auch so kleine Viecher die man sammeln konnte in dem Spiel aber Dann konnte man die in den Garten bringen und dann sind die geschlüpft und dann Könnte man den Essen bringen und dann sind die halt kann man die gegeneinander kämpfen lassen Die waren ganz niedlich Wollte ich nur sagen Ähm Genau Sonic 3D und es kommt halt Sonic Mania raus und das sieht für mich halt am geilsten aus Weil das halt ein Sonic ist In der alten Manier Ähm 2D wie auf dem Ähm Genesis oder halt auf dem Mega Drive Ähm Der läuft von links nach rechts so schnell wie möglich Und sie haben wohl das klassische Spielprinzip von Sonic 2 Also Sonic the Hedgehog 2 von Mega Drive wieder übernommen Ähm Heißt sie haben also aus äh Sonic Generations wohl doch gelernt Wie es jetzt aussieht Also Sonic Boom ist vergessen Und ähm Jetzt quasi nehmen sie Sonic Generations und spalten das auf einmal in die 3D Variante Äh und einmal in die 2D Variante Mal gucken was daraus wird Sieht ganz interessant aus Habt ihr Sonic gespielt? Mhm Mhm Welche? Oh Gott weiß ich gar nicht mehr Wo man die Ringe einsammeln musste Ja 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 Ach das Also ein ewig altes Wo man hüpfen musste Wo man hüpfen musste Wo man Sonic gespielt hat Ah ok So ein blauer Igel war Ja Der in blau Der in blau Der in blau Der hat so einen gelben Fuchs dabei Ja 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 wahrscheinlich war es dann halt auf Megadrive Äh Sonic 2 oder 3 Schätze ich Wow Keine Ahnung Gab es den den roten schon? Den Knuckles? Der fliegen konnte? Ich weiß es nicht Also wir hatten das gar nicht selber besessen Sondern es stand damals bei ähm Verwandten Und immer wenn wir halt da waren Dann durften wir das spielen Aber das ist halt Relativ selten gewesen Von daher Ich weiß nur dass es ein Sega war Ich weiß dass es Sonic war Aber welcher Teil genau Und überhaupt Keine Ahnung Aber so habe ich das auch gespielt Bei Freunden Weil ich den NES hatte Und der halt den Megadrive Und dann haben wir uns immer ausgetauscht Aber ich habe es durchgespielt Ah Immerhin Ich habe nicht ein Spiel durchgespielt früher Mal gecheatet wahrscheinlich Ne Also gecheatet habe ich nie Ich habe nie eins durchgespielt Ich habe Alex the Kid nie durchgespielt Ich habe früher schon Jump'n'Run nicht gemocht Ich mag es heute immer noch nicht Ich immer noch Ich werde es auch immer lieben Also ich finde es cool wie Wie Leute das spielen Und ich würde es auch gerne können Aber Ne Ich kann Also ich Also innerlich geht mir da auch echt keiner ab Wenn so alte Spiele neu aufgelegt werden Das Also Die Nintendo hätte ich mir jetzt gekauft Um den in den Schrank zu stellen Um ehrlich zu sein Das würde ich mit dem Sega auch machen Aber Das war es dann auch So einfach aus Ja Nostalgiegründen Da fehlt so ein bisschen der Anreiz Was die Was die Spiele angeht finde ich Ja Also ich freue mich Sehr sogar Weil Das mir sehr sehr danach aussah Als Würden sie halt Wirklich die Sonic Generations Wie heißt das Chemiemischung Mit reinnehmen Wieder Also Sonic Generations Das haben sie vor Vier Jahren oder so rausgebracht Oder vor fünf Jahren wahrscheinlich Als Sonic 20 wurde Wo sie halt wirklich Diese 3D und 2D Welt miteinander verbunden hatte Du hast halt immer eine Welt in 3D gehabt Eine Welt in 2D Und das haben sie wirklich gut umgesetzt Sie haben quasi die alten Welten aus den ersten Sonic Spielen genommen Und die quasi auf neue Grafik Umgetunkt Eingetunkt Und die haben sich gut gespielt Also sie haben wirklich Spaß gemacht Oder das Spiel hat Spaß gemacht Wo man kurzzeitig dachte okay Sega hat vielleicht doch gelernt Ja dann bringen jetzt doch vielleicht gute Spiele raus Und dann kam Sonic Boom Soweit ich weiß Da kam Sonic Boom bald danach Und dann haben wir wieder alles gegessen Deswegen freue ich mich auf jeden Fall Genau Und in dem Zug Und das jetzt auf Hardware bezogen hat Sega wohl den Genesis Aber das ist wohl schon eine alte Variante Also sie haben auch so einen kleinen Genesis Also den Mega Drive Mit zwei Wireless-Controllern sogar Und mit 60 Spielen Ne 80 Spielen sogar Vorinstalliert Den sie auch verkaufen Für wie viel Für 50 Pfund Habe ich den gefunden im Internet Den gibt es aber wohl schon Klingt auf den ersten Blick auch ganz gut Weil da alle Sonic Spiele drauf sind Und sowas Aber dann habe ich mit ein paar Sachen durchgelesen Und das Ding soll wohl Kompletter Müll sein Und es soll wohl schlechter laufen Als die Spiele damals Also Kann man es wohl in die Tonne kloppen Genau Dann doch lieber ein Emulator Eher Ja oder Genau Sega hat ja ihren eigenen Emulator mittlerweile rausgebracht Den man auch auf Steam sich kaufen können Und sich da die ganzen alten Schinken sogar kaufen können Das lohnt sich glaube ich mehr als das Zeug Funktioniert auch ganz gut Ist sogar ganz schön gemacht Du hast da wirklich deinen So einen Raum A la Wie in den 90ern Wenn das Spiel startet Der Emulator Und dann hast du dann den Fernseher stehen Und die ganzen Kassetten im Regal Die du dir gekauft hast bei Steam Und dann musst du die halt da quasi auswählen Dann werden die da reingesteckt Dann wird der Fernseher halt groß gemacht Du kannst die Tageszeit auswählen In der du im Zimmer sitzt Kannst du dann natürlich auch Vollbild machen Dann hast du halt auch so einen richtigen Fernseheffekt Halt auf dem Bild Also spielst du es quasi tatsächlich wie damals Halt auf so einem 4 zu 3 Auf einer 4 zu 3 Röhre Was es nicht alles gibt ne Das ist so Ich meine die einen haschen hinter Virtual Reality hinterher Die anderen spielen noch Blockgrafik Und du sitzt immer so da mittendrin Hm Wo schließe ich mich Wo schließe ich mich denn jetzt an bei wem Ich weiß nicht Why not both? Ah ja Wow Geht auch Aber ich mag weder noch Wobei Wobei Virtual Reality Das kam auch als Frage auf Wobei Virtual Reality Muss ich sagen So das was ich jetzt an Streams gesehen habe Sah schon sehr witzig aus Also Warst du nicht bei Stefan und hast das mal angehabt? Nee Bei Stefan? Hast du nicht? Achso ich dachte Stefan hätte das Du meinst bei Sascha meinst du? Ach Sascha Ja Nee Sascha hat keine Schlo hat einer Aber nee hatte ich nicht Achso Aber es sieht witzig aus Also Aber für 900 Euro Ja nö Da ist mein Zwiebelleder dann doch immer Ne Also Ja ja eben Wollen wir in die Pause gehen? Oder hast du noch irgendwas auf deinem Titel? Ich kann auch Ja ich habe jede Menge Gehe ich einfach mal im Schnelldurchlauf durch Also Sonic und Sega haben wir abgeschlossen Humble Bundle läuft gerade ein sehr sehr interessantes Da ist Civilization 5 Allerdings nur das Grundspiel NBA 2K 16 Also 16 Mafia 2 Battleborn Borderlands Pre-Sequel The Darkness Duke Nukem Forever Und Spec Ops The Line alle mit drin Ähm Da kann man für ich glaube 15 Euro Muss man für alle Spiele glaube ich bezahlen Schon ein ganz gutes Äh Ganz gute Titel schießen Das ist auf jeden Fall ein pralles Paket ja Vor allem weil Battleborn Ich weiß jetzt nicht ob es tatsächlich Von gar keiner mehr gespielt wird Aber ich habe gehört An sich soll es ein gutes Spiel sein Nur dass es halt niemand spielt leider Weil sie marketingtechnisch komplett versagt haben Wurde ich gerade sagen Also Also Hat nur leider keiner gemerkt Battle Porn Weil es alle nur mit Overwatch verglichen haben Und ähm Was wohl keinen Sinn gemacht hat Mich interessiert das sowieso nicht Also ich spiel keine MOBAs Ich spiel keine Shooter Was soll ich damit Aber Das verstehe ich auch nicht Warum muss denn immer In einem Jahr Fünf Dinge von einem Spieltyp rauskommen Warum Da ist doch dieses Paradox oder so Ist ja auch rausgekommen Das ist League of Legends in 3D Was auch sagen wir mal So ähnlich ist Warum sind die Was soll das Ich raff das nicht Sind die Firmen so bedämmert Oder fangen die alle Zur gleichen Zeit den gleichen Scheiß an Naja die müssen halt Geld machen ne Und so ein Jahr So ein Spiel hinten ran halten Ist halt auch nicht Ja aber denn Wenn Overwatch rauskommt Von Blizzard Ja Dann hau ich doch nicht Battleborn raus Das ist doch klar Dass das die komplette Todgeburt wird Oder auch Paragon Oder wie das heißt Was da ein paar Streamer gespielt haben Ich raff es nicht Sind die Leute so glatt Wollen die kein Geld verdienen Oder denken die nur von morgens bis mittags Oder ist das Kontingent anders geplant Das verstehe ich Das frage ich mich immer Was das soll 2K Das genauso wie mit dem Survival-Game Ja Da kommen nur Survival-Games raus Und dann frage ich mich immer Warum kommt Der Heinz hier ist rausgekommen Hat gezogen Ist das Größe Und dann kommen die Leute Und releasen immer noch mehr davon Die gehen noch komplett unter Da spielt doch keiner Das ist zum Beispiel Wie Misscreated Wer hat schon mal was von Misscreated gehört Das ist in dem Jahr Als es rausgekommen ist Komplett untergegangen Wie lange gibt es denn das schon? 2 Jahre Ok Davon hat noch nie einer was gehört Was schade ist Weil es eigentlich viel Potenzial hat Ja weiß ich nicht Da wird wahrscheinlich Filmpolitik oder so dahinter stecken Das Da muss man dann die fragen Geld Marketing Geld und so Wenn sie keine Marketingabteilung sich leisten konnten Dann werden sie auch nicht sich leisten können das ein Jahr zu verschieben Starbound ist aus dem Early Access rausgekommen Haben wir gerade ja schon kurz drüber geredet Das freut mich Das habe ich schon mal kurz angespielt Sieht schon ganz interessant aus Werde ich mir die Woche auf jeden Fall nochmal angucken Rimworld hatte ein paar Probleme mit Keystores Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen Daher müssen wir nicht nochmal darauf eingehen Äh Alte Geschichte Nur neuer Entwickler Von daher Genau das Dann Stardew Valley Kommt am 29. Juli Für Mac und Linux raus Geht auch vielleicht den ein oder anderen Der nur auf Mac oder Linux spielen kann Herr Doktor Zum Beispiel Karak Genau Also Merkt euch das Stardew Valley In 5 Tagen Dann Ähm Batman Telltale Da ist ein Trailer rausgekommen Hast du den geguckt? Ne Aber es reicht schon nicht Ich habe Screenshots eingeguckt Ok Interessiert mich gar nicht Was? Telltale Nicht Batman Ich mag Batman Ja ich auch aber Telltale Interessiert mich nicht Ich glaube ich werde mir das mal Das ist wie bei Walking Dead Walking Dead habe ich mir auch eingeguckt Aber Batman ist so Muss Hatte Walking Dead Telltale nicht gut? Ne Doch das klasse Den ersten Das klassische Also Michonne fand ich nicht mehr toll Ja gut Aber Erste und zweite Episode Ja super Die waren gut Die erste Season habe ich gespielt Und dann war ich aber durch mit dem Genre Da hatte ich keine Lust mehr Großartige Zweite Episode ist auch richtig gut Michonne fand ich auch so ein bisschen Aber die erste und zweite Episode Ja Das ist kein Streamspiel finde ich Das sind keine Das sind so Spiele für die Couch so Der ist halt wie eine Serie Also okay Wenn man Wenn man Wenn man Wenn man einen Chat hat Der das durchaus gut akzeptiert Dass der Streamer auch ruhig ist Und das einfach das Spiel auch genießen kann Also bei mir ging das total gut Aber ich kann mir vorstellen Dass das einige Den ersten Teil habe ich Also die ersten fünf Episoden die habe ich gestreamt Das ging aber gut Kommt halt auf die Community an Ob die das mitmacht oder nicht Es gibt immer mal wieder Momente Bei mir auch in Spielen Wo ich sage so jetzt Sage ich jetzt einfach mal gar nichts Und sage das dann auch so nach dem Motto Ich kann jetzt nicht so viel reden Weil ich jetzt einfach das Spiel Weil mich irgendwas im Spiel bewegt Oder weil ich einfach nur die Szene genießen will Und so Aber bei mir funktioniert das tatsächlich echt ganz gut Also das Ich habe mir ja irgendwann im Film Back to the Future geholt Das muss ich auch nochmal irgendwann spielen Also ich glaube das ist ganz nett Ich finde diese Art der Spiele die Telltale macht ganz gut Ja also gut finde ich das auch Aber ich finde es nur gut für die Couch Ja ja für einen Stream ist das schwierig Ist so Du kannst halt nicht viel reden Und ein Stream ist ja Lebt ja davon dass du interagierst Und ich finde es halt immer schwierig Also gerade Ich habe es zum Beispiel bei Witcher gemerkt Und das ist so Ich finde Dass wenn ein Spiel gehypt ist Sind Leute gewillt zuzuhören Wenn es schon ein bisschen länger Verschollen ist sage ich mal Wird es echt schwierig den Leuten zu vermitteln Dass man nichts sagt Weil man das hören will Man möchte eintauchen Und ich denke dass das sehr schwierig ist Leuten das zu vermitteln Und deswegen finde ich auch Telltale Spiele sehr schwierig Denn A ist es auf Englisch B mit Untertitel Und C ist es halt viel Dialoge Also ich sag mal wenn du zum Beispiel Lost Life is Strange spielst Ja du hast bei Life is Strange Nicht eine Sekunde Zeit irgendwas zu sagen Weil permanent irgendwer babbelt Und ich zum Beispiel habe halt diesen Drang selber auch viel zu erzählen Obwohl ich nicht empfinde dass ich viel rede Aber und das beißt sich dann irgendwann Finde ich Und das Also diese Spiele zu streamen ist schwierig Ich denke ich Ist schon anders ja Ja auf jeden Fall Gibt aber Streamer die das können Auf vielen Fall Gerade die die mit eben so Spielen wie Monkey Island oder so ihre Community aufgebaut haben Die können das natürlich locker zocken Aber es gibt natürlich halt verschiedene Communities Sonst würde man das ja auch nicht gucken Also es gibt Nehmen wir mal Gronkh oder so Was der manchmal da für ne Sachen spielt Die würde ich niemals anfassen Aber er bringt es halt rüber so Himmelbilder Ja das sind halt so Sachen die würde ich nie Ne Die würden ja nie mal auf der Couch spielen Ja aber es gibt halt solche und solche Typen dann Ja eben Aber es ist doch gut Passt ja gerade weil Life is Strange ist mein nächster Punkt Die erste Episode ist kostenlos spielbar Jetzt Ab sofort Das heißt wenn man sich sowieso schon mal überlegt hat ob man es nicht spielen soll Ähm Es hat doch sowieso kaum Geld gekostet ne Das war doch saugünstig Episodenweise ja Aber ich glaube das ganze Spiel alle 5 Ich glaube insgesamt hat man 20 Euro gezahlt oder so Ja ist doch wenig für so ein geiles Team Ja ja Life is Strange ist echt gut Ja An Dizzy was los Das ist eines der besten Spiele die ich je gespielt habe An Dizzy fand's scheiße Ich fand's ja Ich sag da nichts zu sonst würde ich gleich wieder mit Eiern beschmissen Weil ich dafür diese Meinung nicht haben dass das Spiel scheiße ist aber Ne das ist hervorragendes Game Ja Siehste da geht's schon wieder los Und gleich kommt der ganze Chat Was bist du drauf Das kannst du nicht sagen Wir gucken uns gerne pubertierende Mädchen an Wie sie in der regel ihre Probleme lösen Hä Entschuldigung Ich hab's nochmal kurz zusammengefasst wie ich Life is Strange finde Wie hab ich mal gelesen Entweder man mag es oder man hat's nicht verstanden Wow, ja, ganz bestimmt nicht Deswegen habe ich mal gelesen Ach, alles ist doch Geschmackssache Das sage ich über mich auch immer Entweder man mag mich Oder man hat mich nicht verstanden Okay Ja, nee, das ist Kann man ja über alles sagen Aber sollte man sich wirklich mal angucken Also wenn man auf sowas steht, sollte man Also man kann sagen, was man will Die Feelings kommen rüber Wenn man nicht so ein Abgestumpfter Bauerntöpel ist Wie ich, dann kann man sich da Kann man schon mal bei weinen, auch als Junge Aber Ich habe gestern geweint wie ein Schoßhund Ich habe einem Streamer dabei zugeguckt Wie er ThatDragonCancer gespielt hat Und er hat das komplett durchgespielt In einem Stream Und er hat geplärrt Wie ein, wie ein, wie ein, weiß ich nicht Im Stream Was hat er gespielt? ThatDragonCancer Wo du quasi Das Du spielst, das ist Weiß ich nicht Es ist eine So ähnlich wie ein Adventure Aber du machst halt nicht viel Halt Sondern du Dir wird eine Story erzählt Durch Spiel Halt von diesem kleinen Kind Das halt an Krebs erkrankt Und aus der Sicht der Eltern Spielst du das quasi Das ist richtig, richtig harter Tobak Aber wenn Es war halt ein Charity Stream Halt für eben krebskranke Kinder Und es hat halt gepasst Und ich habe es halt geguckt Und das ist einfach Das, was es rüberbringt Das bringt es rüber Und zwar Hundertprozentig Aber du musst dich halt Darauf einlassen Dass es dir halt Die bittere Realität Halt rüberbringt Ich wollte mir nur gerade ein Dazu Du gefühls Das habe ich auch Das habe ich auch noch nie verstanden Was? Dass Leute Gewisse Leuten Dass sie sowas bringen müssen Ich verstehe das nicht Was denn? Auch bei zum Beispiel Wie hieß denn das Spiel nochmal? Dieses Im Haus In Bosnien Bosnien? Ja, ich fand es Ich fand es sehr geil This War of Mine Achso Und Die haben es nachher halt So weit getrieben Dass sie ein Kinder-DLC Rausgebracht haben Also ich meine Ich will ja nicht Realitätssphären leben Und ich möchte das ja auch nicht ausblenden Aber muss ich Eltern spielen Wo das Kind krebserkrankt ist? Ehrlich jetzt? Musst du nicht Nee Denke ich ja keine Ja, nee Das ist schon klar Aber Ich kann das immer nicht nachvollziehen Warum sowas gemacht wird Die Eltern waren die Entwickler Dieses Spiels Und die haben angefangen Das Spiel zu entwickeln Als sie die Diagnose bekommen haben Okay Und da wussten sie noch nicht Was passieren würde Aber sie wollten quasi Die Geschichte im Spiel zusammenfassen Okay Und quasi Sie wollten andere Leute Die sich darauf einlassen möchten Quasi an den Gefühlen Ähm Ja, teilhaben lassen Ich hab bei sowas immer Einen bösen Beigeschmack Da geht's meistens nur um Kohle Also ich würde sowas auch kein verkaufen Ähm Der gesamte Erlös des Spiels Geht an die Krebshilfe Naja Wenn's dann da landet Ich hab Also ich kann das immer nicht So nachvollziehen Wer sich freiwillig In so ein Szenario begibt Ja Also ich meine Wenn man mal egoistisch ist Ja Und sagt Äh Die Welt ist scheiße genug Dann muss ich mir doch nicht In meiner Freizeit Spielerisch noch sowas reingehen Und deswegen Das machst du nicht Deswegen find ich Life is Strange Auch überhaupt nicht Gut Weil das genau sowas ist Das ist einfach Abladen von einem riesigen Haufen An Reizüberflutung Mit Gefühlen Aus dem Alltag gemischt Mit so ein bisschen Abgespaceter Story Und äh Also da Da hört so ein bisschen Für mich irgendwann Die Grenze auf Also nicht weil ich das Traurig finde Oder weil ich Realitätsfern bin Sondern einfach Weil ich mir denke Alter Vater Jetzt müsst ihr doch Nicht noch über Krebs Was schon scheiße genug ist Ein Spiel machen Auf der anderen Seite Muss ich gleich dazu sagen Bevor die Leute Mir wieder den Kopf abreißen Wenn sie wirklich alles Das Geld Was damit erlöst wird An die Krebshilfe geben Ist das wieder was Positives Nichtsdestotrotz Wer zieht sich denn So ein Zeug In der Freizeit rein Ich hab das Gestern Wir hatten das ja vorhin Auch schon In der Vorbesprechung gesagt Wenn man sich Den ganzen Müll Der auf der Welt passiert Also Müll im Sinn von Alles das was passiert Rein zieht Steht man morgens auf Und das Leben Ist einfach nur noch Scheiße Aber es ist manchmal einfach Eine Erfahrung Die du machen kannst Ohne sie selbst zu machen Also das ist Ich hab zum Beispiel Town of Light gespielt Und fand Die Story dahinter War mir nicht neu Und alles Aber es hat mich super mitgenommen Ich weiß nicht Ob ihr das kennt Town of Light Geht um eben Eine psychiatrische Anstreit Anstreit Anstalt in der Nachkriegszeit In Italien glaube ich Und die Zustände damals Eben junges Mädel Dass da eingewiesen wurde Eigentlich gesund Also es lässt so ein bisschen Spielraum offen Ich will jetzt auch nicht Zu viel verraten Aber diese Entwicklung Dieser ganzen Wieder mit ihr quasi Umgegangen wurde Jetzt nicht nur Auf medizinischer Ebene Was damals gang und gäbe war Sondern generell Ist sehr bedrückend Und sehr für mich Sehr mitnehmend Und ich fand es aber Sehr spannend Ich weiß nicht Ob spannend das richtige Wort ist Aber das mitzuerleben Diese Erfahrung zu machen Mit ihr Mit dem Erzähler Und so weiter und so fort Denn das beruht ja auch Auf einer wahren Begebenheit Um sich selbst mal In so eine Lage hinein zu versetzen Ohne wirklich In so einer Lage zu sein Ich finde das Für manche glaube ich Sogar ganz ganz sinnvoll Dass sie das vielleicht mal mitmachen Man kann halt auch mal Ein ernstes Spiel spielen Hat halt nichts mit Unterhaltung Und Spaß zu tun Sondern eher Ich gebe mich jetzt ganz bewusst Dieser Sache hin Dann muss man sich drauf einlassen Ich wusste am Anfang nicht Was mich bei Town of Light erwartet Das Spiel dreht Also zeigt dir von Anfang Also fast von Anfang an Was da auf dich zukommt Und wie hart das wird Und ich habe aber gesagt Komm jetzt ziehen wir es durch Eigentlich war das Für einen Horror Samstag geplant Und es ist alles andere als Horror Also es ist schon Horror Aber nicht in dem Sinne Aber wir haben es trotzdem durchgemacht Und ich glaube es kam auch recht gut an Weil viele sehr Es wirft halt auch ein Diskussionsthema auf Eine Diskussionsgrundlage Das ist genauso wie Jemand der sich immer nur Komödien anguckt Im Kino Wird auch nicht verstehen Warum man sich ein Drama anguckt Über Kebs Das ist genau das gleiche Das Videospiel ist nur ein Medium Um eine Geschichte rüber zu bringen Oder halt andere Dinge Das ist richtig Und die Geschichte die du erzählst Die kann dir halt gefallen oder nicht Du weißt ja vorher Ob dir das Spaß macht Oder was heißt Spaß macht Oder dass du das Medium konsumieren möchtest Das dir halt eine Geschichte Von einem krebskranken Kind erzählt Das halt am Ende stirbt Und du siehst dann halt am Ende die Bilder Von dem Baby Für mich hat das Wort Spiel Einen positiven Und der Ton Und keinen negativen Und leider gibt es Was heißt leider Nö Will ich gar nicht sagen Sagen wir es mal einfach so Neutral ausgedrückt Mein Geschmack trifft es nicht Ich mag In einem Spiel Positive Erlebnisse erleben Positiv Weil das für mich eine Flucht ist In eine Sagen wir mal Erfundene Welt Die mir Spaß machen soll Und das macht mir keinen Spaß Ich ziehe mir auch Dramen rein Und ich lese mir auch Geschichten durch Und ich gucke auch Breaking Bad Wo sich jemand an Krebs erkrankt Und dann Math Mix und so Haha war nicht witzig Aber ihr wisst worauf ich hinaus will Aber für mich ist Spielen halt Soll Spaß machen Und das macht mir keinen Spaß Und ich verstehe das auch nicht Warum Also ich kann es nicht nachvollziehen Jetzt wenn ihr es sagt Ist mir das schon klar Warum Leute dieses Medium Zum Erzählen nutzen Aber ich finde es Ich mag es nicht Absolut nicht Ja das ist auch absolut legitim Aber auch Inside zum Beispiel Inside Das Spiel wirft ja Man kann interpretieren wie man will Und es gibt so viele Ansätze Wo man anfangen soll Und nicht Das Spiel erzählt dir ja nicht Was es eigentlich will Was es dir eigentlich sagen will Aber auch das ist ja Eine sehr düstere Grundlage Und auch das habe ich Ich weiß nicht Genossen das zu spielen Es ist jetzt nicht wirklich Dieser Spielspaß an sich Es ist halt eine andere Art von Spaß Mir fehlen gerade die Worte so ein bisschen Deswegen hat Deswegen hat er ja Die englische Sprache ja auch Das Wort Game Das das noch ein bisschen vom Play Wegnimmt ne Im Deutschen gibt es halt nur Spiel Und Spielen Aber es ist halt nur ein Wort Ja Was das Medium leider sehr schlecht Reinbringt Und da werden wir schon wieder Im politischen Aber da würde ich gar nicht Erst reingehen Das ist nämlich genau das Problem Das andere Leute auch haben Dass sie denken Spielen ist immer nur was für Kinder Nein Da ist die deutsche Sprache Leider nicht mit hinterher gekommen Spielen kann man auch Für Erwachsene Nach 22 Uhr Ja eben Also das gibt es auch Eben Ich saß am Ende Dieses Streams einfach nur da Und habe mir gedacht Scheiße geht es dir eigentlich gut Ja aber braucht man denn Immer solche Medien dafür Also ich meine Ich lese das ja im Chat Also dass man reflektieren soll Und negative Erlebnisse aufnehmen soll Damit man weiß Wie gut es einem geht Ich meine Hallo Peng Hat man hier oben Noch ein paar Windungen drin Um zu überlegen Ne 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 Das ist was anderes Das ist was anderes Das ist eine ganz andere Phänomenologie Die du hier ansetzt Quasi Dir einfach nur überlegen Dass es dir gut geht Das kannst du dir jeden Tag 20 mal sagen Du wirst niemals die Empfindung verspüren Wie wenn du einmal dieses Spiel Zwei Stunden lang durchgespielt hast Oder ein Buch darüber gelesen hast Oder halt einen Film gesehen hast Oder was auch immer Aber hast du dir bewusst Das Spiel angesehen Um mit diesem Gefühl Am Ende rauszugehen Oder war das einfach nur quasi Okay gut Darauf Das fand ich gerade So ein bisschen komisch Nein 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 Ich habe nur gesagt Am Ende Das Gefühl da Das klingt so ein bisschen so Ich gucke mir jetzt extra Elend an Damit es mir nach Richtigkeit geht Ne 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 Da würde ich jetzt ja elgucken Ja Aber es ist oft so Ich glaube Vielen, vielen, vielen Menschen Fehlt einfach auf Off der Blick Auf das Was tatsächlich so Abgeht Jetzt gar nicht so Ich will jetzt gar nicht so Auf die Riesenkatastrophen Eingehen Sondern so generell Was im Leben passiert Ich glaube Viele Menschen Haben da gar keinen Gar keinen Bezug zu weil sie noch nie einen Todesfall in der Familie hatten oder im Umkreis oder wie auch immer und ich sage jetzt nicht, dass das unbedingt notwendig ist, aber ich finde das Medium an sich gar nicht so schlecht, für mich auch. Obwohl ich das alles schon kenne. Es ist halt trotzdem immer wieder eine Erfahrung, finde ich. Siehst du, und ich brauche diese Erfahrung nicht. Ich brauche sie auch nicht. Und ich will sie auch gar nicht in meinem Stream haben, diese Erfahrung. Nö, das ist ja auch völlig legitim. Ich auch nicht. Weil, ich meine, die Welt ist ja nun nicht heile. Das hatten wir ja vorhin auch schon, diese Thematik. Die Welt ist ja nun nicht heile. Sie ist absolut krank. Punkt. Und warum sollen wir in einem Medium, was wir als Plattform nutzen, um Menschen zu bespaßen, was es ja nun wirklich ist, dann noch sowas vorführen. Und Garak liest Zeitungen. Ich glaube, er langweilt sich. Ja. Aber du könntest die Kamera anmachen, weil du schiebst nämlich alle anderen Kameras weg. Danke. Entschuldigung. Die ist gerade ausgegangen. Ja, es ist ermüdend. Es ist langweilig. Mach was anderes. Es ist doch zweckfrei. Also, ich habe mich rausgehalten, weil sonst würde ich ragen. Und da wollte ich heute nicht. Und deswegen... Derin, lass uns Pause machen. Punkt. Pause. Bis gleich. Also, tschüss. Upinal- Auf. 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 Vielen Dank. 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 So, wollen die Fragen durchgehen, die noch bei Twitter sind? Jawohl. Jawohl. Was haltet ihr von den vielen verschiedenen Survival Games, Misscreated, HNZ, Daisy und so weiter? Das war an Garak gerichtet. Und ansonsten, ja. Also, ich kenne nur HNZ1. Und auch nur Battle Royale. Ich habe in dieser Richtung nichts anderes gespielt. Ich überlege, ich überlege, ich überlege, wie viel ich gespielt habe, es gibt ja nicht nur diese... Ich weiß gar nicht. Die Sparte ist, 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 die Sparte ist über die Jahre ziemlich groß geworden, was Survival angeht. Also, also, das hat sich der Fundayı ist... gespielt ist über nicht so gut ist irgendeins fertig geworden dazu also hast du ja auch in diese kategorie rein ja was ist jetzt kreativ ist ja schon zwei jahre alt das hat nur keiner wahrgenommen also aber es ist so gut eigentlich also ich muss ich habe miscreated ich habe miscreated heute das erste mal gespielt also es macht wirklich einen schönen eindruck und es sind schöne gimmicks drin das kann ich gar nicht verstehen ist halt alpha noch und es sind einige dinge sehr ärgerlich die da drin sind weil sie noch nicht gelöst sind aber man darf auch nicht vergessen miscreated wird von einem mega kleinen entwickler team gemacht die die hauptberuflich was ganz anderes arbeiten das ist kein großes studio was dahinter steckt und das ist schon beeindruckend was sie da bisher hingekriegt haben und arg arg ist noch mit drinnen es gehört ja auch da dazu forest ist auch mit dabei und die hauptiker ist es nicht alles zur weise games oh ja subnautiker das ist natürlich was anderes aber das hat einen ganz anderen ansatz da hat er selbst der entwickler gesagt er wird niemals eine schusswaffe mit reinbringen weil er eigentlich mein spiel halt auf auf dem markt bringen möchte dass keine schusswaffen drinnen aber das ist auch ein zweimal das stimmt gibt es ja nicht hauptiker 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 messer messer also zumindest nicht seit ich gespielt habe oder als ich gespielt habe es hat also also ich sehe das so es gibt positive als auch negative beispiele die man aufzählen könnte und alle also jedes einzelne spiel hat irgendwas positives hervorgebracht heinz hat dann zum beispiel hat den battle royale modus rausgebracht wofür eigentlich war was anderes gibt es da gar nicht so weil ich weiß ich nicht ob das überhaupt noch einer spiel der sie mit der royal kommt auch von hammer oder ja gab es auch schon vorher war aber ja es macht ja auch da ist ja auch player anon ich glaube überall wo battle royale drin ist es fast player non immer involviert ja ja ich glaube schon ja dafür ist er ja bekannt aber ist also ich sag mal so alle haben was positiv ich meine ich spiele heute noch der sie obwohl es eigentlich man sollte es nicht spielen man sollte es gar nicht anfassen und wieso nicht weil das letzte jauche ist die leute brauchen da schon zwei jahre für haben so viel geld bekommen und da ist nichts passiert ich meine man steckt da immer nicht drin man kann ja als als nutzer immer nur das einschätzen was man bekommt man weiß ja nie wie viel aufwand es ist aber nach zwei jahren hätte man da schon ein bisschen mehr machen können empfinde ich also da 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 gibt es manchmal gibt es features die funktionieren und dann funktionieren sie auf einmal nicht mehr und ja so ist das irgendwie bei all survival games habe ich das gefühl bei miscreated weiß ich es nicht habe noch nicht viel gesehen aber es war beeindruckend was heute zu sehen war also ich würde mich freuen über eins was endlich mal funktioniert sagen wir es mal so ich weiß nicht dieses live is feudal gehört das nicht auch zu den survival games aber ist total unterschätzt also weil das ist ja so ein es ist halt nicht so ein schnelles spiel also mit mit dem geben das ist halt kein daisy wo man eben reinschlüpfen kann und dann mal eben eine stunde spielen und wieder raus sondern das ding ist halt doch schon sehr sehr umfangreich und gibt es jetzt auch erst wie lange war sie nicht anderthalb jahre zwei jahre weiß nicht ob ich unterschätzt sagen würde weil es war ja schon ziemlich im spotlight als es damals rausgekommen ist es haben ja schon immer gespielt das hat sich auch ganz schön weiterentwickelt ich habe letzte woche mal wieder reingeguckt und war doch beeindruckt wie wie das weitergegangen ist also im gegensatz zu vielen anderen die aus der alpha irgendwie rauskommen haben die da richtig viel gemachten jetzt kommt der multiplayer mode irgendwie endlich das hat dann ja auch zwei jahre gedauert aber das wird dann auch ganz spannend also bisher gab es ja nur so server basiert wie bei daisy dass man halt irgendwie was kann ich 64 leute auf dem server hat und in zukunft ist es halt so multiplayer also eine große world was alle burgen bauen und alles was willst also da nichts mehr eigenes erstellen sondern alle in doch 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 eigenes erstellen aber eine riesenwelt wo dann eben sehr sehr viele mehr als 64 spieler halt sogar okay also mehrere tausend dann also mmo mäßig dann ja genau und das soll funktionieren weiß ich nicht ob das funktioniert weil weil das gehen halt doch sehr langwierig ist noch also wenn man das ist ja wie ein zweites leben wenn man damit anfängt ich meine da muss sie ja wirklich alles selber kräften also alles selber bauen das ist so wie im richtigen leben halt zu der zeit und das ist schon ganz schön umfangreich und du brauchst natürlich auch noch leute die mit dir spielen weil du kannst gar nicht ab von den skills her bist du nicht in der lage alles alles zu kräften also du brauchst immer leute brauchst halt leute die 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 weil sie nicht zimmermann sind und dann brauchst auch schmiede ein schmied der dann eben diese ganzen metall sachen macht die nägel baut damit du überhaupt einen zaun zusammendengeln kannst ja da muss ja nägel für haben und die müssen gebaut werden also erstmal gemacht werden und also das geht schon ziemlich ins kleinste nachher noch also das ist bei der folge jetzt so dann ja okay weil es soll irgendwie ich glaube ende ende des jahres oder noch irgendwas kommt mir fällt was der name nicht ein da sind auch ganz viele schaf drauf mir fällt der name nicht ein auch zu den survival games würde ich sagen nur das ist eben eine ganz andere ja eigentlich ganz anders aufgebaut ist wie so h1 z1 oder oder dc oder miscreated ja es muss ja nicht immer was mit zombies zu tun haben da gibt es ja wie gesagt da gibt es ja unzählige also so im world und ich würde auch sagen dass gelbaut und 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 minecraft und so das sind ja auch alle survival games weil nämlich gerade sagen in diesem sinne ist minecraft ja das erste kraft definitiv ja war ein game gewesen ja also wenn man nicht im designer modus oder wie heißt das ding ist dann creative creative mode genau wenn man im normalen modus dann ist das auch so weit ziemlich ziemlich viel so weit wie sogar ich bin da echt dauernd gestorben ein creep im kaputt schade also ich glaube diese diese zu weibel sparte ist sehr weit offen jetzt mittlerweile also es gibt einiges ist aber komisch wenn man das mal in relation zur gesellschaft sieht also warum gibt es eigentlich so viele so weit survival games also na also wenn man das mal so sich überlegt wo kommt das eigentlich her warum gibt es games in den bestimmten genres warum ist das so also gerade dieser hype um diese ist es jetzt weil es immer gehyped wird wenn was neues kommt dann gibt es halt 20 nachahmer oder 20 ähnliche oder so und dann gibt es wieder drei jahre später den nächsten hype und dann gibt es da wieder jede menge von oder hängt das mit der gesellschaft zusammen weiß ich nicht vielleicht wollte jeder mal tom hanks sein und mit wilson reden den allerersten zwei bilder ich habe gespielt habe und ich weiß nicht ich weiß nicht woher es kam es war irgendwann ich glaube dass sie es einfach nur schiffbruch oder so das waren 2d optik ganz pixel ich weiß es nicht mehr aber da landest du auch auf einer insel und versuchst zu überleben von tag zu tag uralt ich weiß nicht mehr ich bin das einfach nur schiff hat jemand geschrieben im chat schon schiffbruch hieß das ja schiffbruch ja ich meine es ist interessant dieses survival an sich also es gibt super viele survival spiele die einfach weiß ich nicht die machen so unendlich viel spaß also gerade so rimwelt dieses scale bound und terra terraria und da gibt es so unendlich viele minecraft ich meine schaut euch minecraft an das ist halt der wahnsinn was du da halt machen kannst ja und ich glaube dieses kreative daran ist so dieses interessante das fällt mir jetzt gerade übrigens ein dazu das war nicht das erste minecraft minecraft war ja selbst wieder wie van talis auch geschrieben hat inspiriert durch dwarf fortress eben was gleichzeitig wiederum die schablone für rimwelt war und da die verbindung quasi also rimwelt ist im prinzip nur eine moderne version von dwarf fortress wenn du so willst mit etwas modernerer grafik oder schon ziemlich moderner grafik weil wenn du dir dwarf fortress anguckt saß halt nur ascii zeichen und notch hat damals tatsächlich gesagt er hat dwarf fortress gerne gespielt und wollte das in 3d haben und hat dann halt minecraft erfunden das heißt im prinzip kann es wieder dahin zurück ja die frage die frage ist wie beantworten wir diese frage jetzt pung wahrscheinlich pung pung ist das survival game nummer eins ja aber da kann das ist geschmackssache wer was da genau darum wie man die vergleicht oder die frage ob wir das gut finden also survival games dass es so viele davon gibt oder was wir davon halten ich finde es gar nicht schlecht weil jedes tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen eigen eigenes mitbringt ich habe jetzt nicht alle ausprobiert aber ich hatte an arg sehr viel spaß ich hatte an minecraft ganz viel spaß ich habe auch forest in zeit dann ganz gern gespielt und alles hat so ein bisschen was eigenes also ein bisschen die auswahl weiß nicht ob das zu viele sind wie gesagt ich kenne nicht alle aber letztlich das sind schon einige ich denke einige ja ich denke auch immer wenn ich das wort zur weife early access höre kack spiele allesamt aber dann denke ich ja okay aber ich habe auch space engineers gespielt ich habe subnautica gespielt ich habe minecraft gespielt irgendwie passen die dann doch alle wieder da rein also der ist einfach so ein weites feld jeder hat irgendwann mal eins daraus gespielt und spaß daran gab glaube ich meisten zumindest also ist im grunde alles survival ja nicht unbedingt jetzt nicht nicht zwingend also ich würde sagen tetris level 99 schon zu weifel aber also ich sag mal es gibt einiges also mitunter das ist wie bei musik diese untersparten wenn man jetzt metal sagt muss man ja da noch unter fächern in zehn andere schubladen sage ich mal mindestens wenn das mal ich habe davon ja keine ahnung aber ich glaube im großen und ganzen also ich möchte antworten mit ich finde es schön dass es so viele spiele gibt ja ich auch finde ich ganz gut also es tut ja auch kein weh also wenn sie alle die möglichkeit haben ihre games zu verkaufen und diejenigen die nicht gut sind die verkaufen halt nichts und die anderen bleiben am markt der rest nicht der markt regelt das ist doch in ordnung und so haben wir mehr auswahl und war fortress ist quasi motorhead was ist war fortress motorhead okay hat motorhead sich eigentlich aufgelöst nachdem lemmy jetzt weg lemmy war motorhead okay ja ist ja nur eine frage ich glaube die haben sich aufgelöst ich meine bei acd sie würde auch ständige wege wechselt also da sind jetzt auch welche im rollstuhl habe ich gehört bei acd sie ja ja der typ der sänger da hat er sich doch irgendwie den fuß gebrochen oder so x rose ja genau er hatte sich doch einen fuß gebrochen und hat dann die ersten konzerte die er mit acd sie gemacht hat muss er dann auf dem stuhl sitzen auf dem fall vorstellt es ist so acd songs und er hat die ganze zeit auf der bühne auf dem stuhl gesessen er hat aber seine sache gut gemacht also er hat ja ja also schlecht also er passt das passt da auch also da kann man kann man nicht meckern also das ist schon ganz gut getroffen das hätte schlimmer kommen können nur lemmy kannst du halt nicht ersetzen das geht nicht schwierig nächste frage was haltet ihr von donations warte mal was haltet ihr von donations für eine charity auf twitch in deutschland und würdet ihr sowas in eurem stream machen wenn ja welche ist verboten bei bei paris deswegen stellt sich die frage aber ich möchte trotzdem ganz kurz was dazu sagen wenn ich wirklich eine organisation gut finde mache ich persönlich werde ich einen spenden stream machen dass das geld bei mir landet ich werde wahrscheinlich dann auf die auf die organisation aufmerksam machen und gleich link dazu posten oder unter dem stream machen wo ihr sein könnt da direkt aber über meinen namen irgendwelche spenden laufen lassen die ich dann weitergebe das also mal ganz abgesehen davon ob das jetzt ne erlaubt ist oder nicht aber das wird es einfach nicht machen es gestaltet sich schwierig da man bedenken muss dass man rechnung schreiben muss also dass leute also das muss ja auch alles angemeldet sein und sowas und ich denke in einem kleinen kreis ist das eher sinnfrei wenn sich jetzt leute wie grong peach meet oder sonst was wie heißt das was sie da machen da gibt es ja auch so eine etwas größere zusammenkunft da kommen sümmchen zusammen mit denen kann man was bewegen wie alles bewegt was der jeder send versteht mich da nicht falsch aber in einem kleinen rahmen für einen kleinen streamer ist das glaube ich viel zu viel aufwand den man betreiben muss bei der anmeldung etc pp dass ich das gar nicht lohnen würde und man muss bedenken dass viele die für charity sammeln im endeffekt dort was tun was sie eigentlich gar nicht dürfen darf man nicht vergessen was so dieses games dann quick und diese wie heißt das jetzt was du gerade gesagt hast lebi das euch vergessen wurde es ist es a marathon die jungs richtig gut also ich finde das klasse dass sie dort ich glaube zwei oder drei mal im jahr über eine million einnehmen und das eine eine einrichtung schenken oder saint jude das sind das sind aber dinge und das darf man nicht vergessen das kommt im größten teil aus amerika und in amerika sind leute viel mehr in geberlaune als in deutschland in deutschland sind viele leute sehr egoistisch was das angeht und da würden niemals solche summen zusammenkommen und ich sage das weil es passiert einfach nicht wenn dort nicht die richtigen leute da sind und es ist einfach vom vom hype her dort viel sinnvoller als hier in deutschland wobei ich weiß gar nicht wie kommen wie viel kommt denn da zusammen bei ich glaube sieben 50.000 sind bei grong zusammengekommen oder und peach mit friendly fire ist das glaube ich ne also das war auch schon ein stolzes sümmchen aber das ist auch nur nur vereinzelnd in in amiland ist halt einfach mal die die masse die dort sich drauf bewegt viel größer und es wird ganz anders angesehen denke ich naja es ist auch die ganze welt die dazu guckt bei englisch bei deutsch sind es halt nur die leute die deutsch können das hat der unterschied das heißt bei sgdq kriegst du die ganze zeit irgendwelche donations vorgelesen greetings von germany greetings from sweden wie viel notch da schon mittlerweile reingepumpt hat in die ganzen gdqs wenn das in deutschland veranstaltet dann hast du halt deutschland österreich schweiz und dann noch vereinzelt ich habe da so ein bisschen immer ein ungutes gefühl wenn in streams so charity sachen außer bei den ganz großen wo du sicher sein kannst die sind einfach zu laut zu groß da wird das legal laufen aber bei der masse an streamern gibt es auch sehr viele kleine sammelaktionen und ich halte da überhaupt nichts von spendet das geld nicht an den streamer geht wenn ihr für die spenden wollt für die die aktion da ist dann spendet direkt bei den organisationen denn ihr wisst nie ob das geld ankommt ich will da nichts unterstellen aber es hat schon seinen grund warum man eigentlich gar nicht so spenden darf wie das hier ab und zu gemacht wird auch von streamer gruppen in deutschland denn nicht umsonst ist es so dass wenn ich eine eine spende einsammeln will für irgendjemanden muss ich das offiziell anmelden beim amt ich bekomme so büchsen wo man das geld reinwerfen kann die dinger werden verblombt ja und die muss ich wieder abgeben und da ist extra eine blombe dran und das hat seinen grund und ich habe so was vor einigen jahren mal gemacht auf einer musikmesse da haben wir fotografiert und haben bilder gemacht mit stars und mit vielen Große stars die die also für die bevölkerung die mit der bevölkerung quasi die frühe form von selfies das heißt wir haben dann richtig professionelle bilder gemacht mit den stars zusammen und den zuschauern die da waren und die mussten dafür halt oder konnten die mussten nicht aber sie konnten halt eine kleine spende einwerfen das ging damals das muss 2010 oder 11 gewesen sein ging um um diese erdbeben hilfe in haiti die hatten da so ein mega schweres erdbeben haiti ist sowieso wahrscheinlich das ärmste land der welt wenn ich also wenn ich wirklich das ärmste dann in jedem fall ganz in der nähe und da haben wir gesammelt und das war ein riesen aufgerst das habe ich nie wieder gemacht weil weil was dafür behördliche genehmigung nur für das sammeln war und dann nachher dieser ganze aufwand mit diesen ganzen börsen und den planten und und hin und her liefern und mann also das macht dieses klima diese in anführungsstrichen streamer alle nicht und ich weiß nicht also ich glaube es nicht dass es legal ist was die treiben und selbst wenn wäre ich als spender da hätte ich immer noch gutes gefühl das hat schon seinen grund warum die büchsen plomben haben und warum das genehmigt werden muss wenn man das draußen auf der straße macht und deswegen spendet lieber direkt an die organisation und fertig ich auch so oder richtet halt eine seite direkt bei den leuten ein oder man auch das ja also bei bei größeren streamer ich sag mal so wie bei gronk oder 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 großen amerikanischen oder eben auch diesen 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 events die dafür da sind überhaupt gar keine frage da müsst ihr euch auch keine großen sorgen machen die sind zu laut zu groß um um ich sag mal sich das in die tasche zu stecken das tun die nicht kein stück da müsst ihr euch keinen kopf machen ich rede von denen den hunderten wenn ich sogar tausenden kleinen aktionen die hier bei den twitchern passieren täglich da hätte habe ich so mein bauch wie mit ja also wie gesagt wenn wenn ich irgendwas total gut für eine unterstützen will dann habe ich dann link und in meine beschreibung erwähnt das 10.000 mal im stream und dann ja die hier die jungs von weinshaus die jetzt halt gestern und heute ihren charity stream gemacht haben und Mädels die haben halt einen spenden link durch den chat laufen lassen wo es halt der halt direkt an die Organisation ging die hat ja auch von der Organisation direkt halt eine seite aufgemacht zudem zu der aktion aber das geld hat deshalb direkt bei den gelandet Gibt ja verschiedene möglichkeiten wenn jetzt jemand mit 50 100 200 jahren irgendwie auf twitch eine spendenaktion veranstaltet und ihr das geld direkt an ihnen schickt und er sagt und ich bringe das dann morgen sofort vorbei halt immer so eine frage also leute was ihr da im chat schreibt ihr hört ihr überhaupt zu was leute sagen also das tun wir die hören uns die hören uns keinster weise zu also vor allem dieser frankie man gut dass ich ihn gebannt habe bei mir im chat ich kann mich da nicht mehr daran erinnern aber ich bin froh dass ich es getan habe also ich meine wenn man sagt man hat bauchweh dabei dann verurteilt man nicht alle sondern man hat bauchweh dabei ja deswegen habe ich bewusst aber es hört ja keiner zu ich habe bewusst gesagt ich habe bauchweh damit und nicht alle kleinen streamer sind idioten und stecken sich die kohle in die tasche ich habe bauchweh damit punkt und es ist im übrigen mit sicherheit ich kann mich da gerne mal informieren ob das überhaupt legal ist ich glaube es nicht wie gesagt ihr müsst das anmelden und mehr als die hälfte der leute meldet das nicht an also geht doch selber direkt auf die seite und macht es dort also ich verstehe jetzt nicht was das problem ist es ist halt einfach zum beispiel gehen wir mal gehen wir mal einfach davon aus ich gehe jetzt bei gara bei bagarag oder sagen wir mal ina macht das jetzt ina ist eine junge adresse frau sie nutzt ihre reichweite aus und ihren körper wo ich jetzt mal und wir machen ich habe da jetzt tausend tausende als unternehmen dann brauche ich eine rechnung von ihr kriege ich eine rechnung von ihr bei mir viel mit mir war das viel zu aufwendig dadurch kein bock drauf und warum ich verstehe auch nicht warum man das so macht also wenn man wirklich diesen gedanken hat ich will der organisation helfen ist es das einfachste den spenden link der organisation reinzuschreiben dann habe ich keinen aufwand weil das läuft ja alles über mich und ich verstehe nicht wieso das erst bei mir landen muss um es dann weiter zu schicken also generell der aufruf zu charity ist ja ist schön ist gut finde ich finde ich in ordnung aber jeder muss doch selber jeder muss doch für sich selber wissen ob er das machen möchte oder nicht und es ist nun mal leider so dass das internet und auch twitch leider gottes an einigen stellen mit etwas faden beigeschmack kommt und charity ist leider ein fader beigeschmack denn es gab ohne namen zu nennen in vergangenheit gab es solche sammelaktionen wo viel eigene wie viel geld in die eigene tasche ging und das ist ja nicht sinn und zweck diese angelegenheit und deswegen ich meine man kann leute darauf hinweisen dass sie für für c shepherd oder für rc die rund um die uhr oder wie auch immer diese alle organisation heißen dass man dort spenden kann und es ist auch gut wenn leute mit einem namen dahinter stehen und das sammeln einfach nur weil dieser name dort steht und man hundertprozentig sicher sein kann dort läuft alles legitim ab finde ich auch in ordnung aber streamer xy mit 50 viewern meint das vielleicht gut aber das wisst ihr dass das ist nicht legitim und dass in den wenigen fällen ist das legitim und es sollte so sein denn das ist charity charity sollte legitim sein und das geld sollte vernünftig dahin kommen wo es hin soll und man kann sich dort nicht sicher sein das heißt jetzt nicht dass die anderen leute oder die größeren einen besseren namen haben nee das heißt es nicht man kann sich dort nur sicher sein dass wenn dort mal jemand nachfragen sollte einfach nur weil er einen schlechten tag hat und den jungs vielleicht ans bein pinkeln möchte dass dort alles legitim ist und dass das dort ankommt und das ist halt das denke ich mal was gar mit bauch weh die meint ganz einfach und das habe ich zum beispiel auch ich selber drückt jeden monat was ab da mache ich aber keine keine kerze für an das muss jeder für sich selber wissen und das sollte jeder für sich selber entscheiden nichtsdestotrotz sind solche solche sachen wie games dann quick oder dieser saint jude maraton der jedes jahr stattfindet friendly fire oder das was le floyd macht diese lan party dort diese geschichten finde ich gut finde ich super das animiert die sind ja auch völlig legitim das animiert dazu aber alles andere ist halt immer so leider gottes mit ein bisschen würze und jetzt ist halt die frage ob ein die würze schmeckt oder nicht das muss halt jeder für sich selber entscheiden dann also ich kann diese diese bauch weh auch total nachvollziehen dass ich habe also ich habe schon öfter mal aus neugier aus auf charity streams geklickt und mir kam das oft einfach wie werbung vor charity ich mache was ganz tolles kommt alle her und zum anderen ist man ist es eben wie ich schon sagte ich wenn man wenn man leuten was gutes tun will also ich verstehe wenn man eine gewisse reichweite hat dass man die reichweise ausnutzen kann um auf gewisse sachen aufmerksam zu machen das finde ich auch gut games dann quick zum beispiel bring wie auch immer oder als kleinerer kannst du ja trotzdem auf gewisse sachen aufmerksam machen aber es muss halt unbedingt über diese person laufen also ich das ist halt dass dieser punkt den ich nicht so verstehe ich habe auch kein problem dass jemand sagt ich spende jeden monat so und so viel dollar us euro oder was für sich aber ich mache das zum beispiel also ich ticke da eher so dass ich erzähle das auch weil ich möchte damit dann auch anderen quasi ja den hint geben das vielleicht auch zu tun und oder eben für die welthungerhilfe für für die kinder krebsvorsorge keine ahnung irgendwas ich meine das gibt so viele leute werden das thema ja ganz am anfang im vorspann schon also das habt ihr nicht gesehen aber in der vorbesprechung es gibt so viele themen wo man wo man spenden kann und wo man auch spenden sollte aber wie gesagt dann macht das direkt an die organisation und nicht an irgendwelche wildfremden streamer die die mit also mit mit sehr hoher wahrscheinlichkeit das nicht sauber abwickeln also nicht von der geld ist dass die tasche stecken sondern dass sie einfach das nicht angemeldet haben oder was auch immer eigentlich bringen sie sich nur selbst in schwierigkeiten und warum solltet ihr das unterstützen ich bin jetzt einfach direkt dorthin wo es hin soll fertig aber da gibt es so unterschiedliche meinung das muss jeder für sie selber wissen ja klar jemanden dafür zu verurteilen und just saying und bauchweh heißt nicht dass man alle übereinkommen zieht ihr hört nur nicht zu dass das problem wie oftmals wenn solche diskussionen entstehen nächste frage habt ihr eigene game ideen etwas was ihr gerne als game machen oder sehen würde besondere konzepte settings oder stories ja habe ich dann und zwar ich hätte gerne eine allround simulation also eine ich möchte ich möchte mit dem taxi simulator von zu hause abgeholt werden in meinem simulierten haus meinetwegen minecraft möchte oder mit bus simulator den gibt es ja zum flugplatz gefahren werden und da möchte ich dann in meine airline einsteigen also in meinem flugzeug einsteigen dann möchte ich weiter fliegen also und dann auf der anderen seite wieder in meint meinetwegen war sie nicht frachtmaschine truck simulator also eine verbindung von verschiedenen simulations welten das wäre geil hab's doch nicht mal ich weiß nicht ob das vergleich besser da gab es doch nicht mehr dieses second life was so ein bisschen daran grenzt ich habe das ja das kann man ja aber aber nicht in der umsetzung jetzt ohne aber aber vom grundgedanken her schon das stimmt wohl nur dass das damals eher so weiß ich auch nicht ich fand damals so witzig dass das unheimlich viele firmen unheimlich viel fünfstellige und sechsstellige summen versenkt haben um in second life dabei zu sein das war so ein hype und so unsinnig naja also ja es wäre quasi wie in second life aber aber ohne das live also eigentlich will ich ja nur simulieren also ich ohne diese interaktion quasi jetzt die man im mess multiplayer games hätte oder so also du willst gar nicht dich jetzt personen steuern oder deinen deinen charakter steuern sondern einfach die ganzen simulation da genau genau die ganze geräte steuern quasi es gibt ja auch baustellen simulator das gibt alles mittlerweile und und das miteinander verknüpfen der toilettensimulator den gibt es mir fällt jetzt spontan nichts ein ich schon ich will ein multiplayer survival game haben mit scheiß vielen zombies wo alles funktioniert und man rohlen kann punkt das will ich und das da möchte ich die den code raus spielen aus dem spiel gibt es leider kein einziges wo richtig so walking dead feeling aufkommt oder was auch immer sie nation oder aber es gibt es leider nicht scheinbar zu schwer zu realisieren glaube ich weiß ich nicht anhaben das wäre richtig edel aber da würde ich hoch nur gar nicht morgens bis abends machen so eine paarung zwischen dead rising seven days to die rust da sie miscreated alles in einem pot durch würfeln zombies dazu und dann ab dafür aber noch mit rein für das schießen für die simulation nicht vergessen das wäre der oberhammer ich glaube da wenn wenn das eine ankündigt da hätte ich so ein rohr in der hose das wäre cool aber das wird nie passieren glaube ich ansonsten bin ich recht zufrieden ich brauche twitch mod simulator die ganze tag nur hier mit chatte sitze und der mir die ganze zeit nervende kiddies simulieren kann ich die ganze zeit noch drücken und wenn ich dann time oute und sie wieder aus dem timer rauskommt und dann kann ich die komplett waren das so wie es haben wir es hier simulatoren das wäre cool das stimmt das wäre das wäre echt cool mit unendlich viel geld oder was so ein twit simulator da könnte man seine mots dann reinschicken und dann kann man so die schwierigkeit einstellen und dann ist erst mal eine woche bootcamp für mods das wäre cool aber ich weiß nicht auch so so sachen wie youtubers live also es ist eigenartig so was zu spielen irgendwie als wenn man selber damit drin ist also es ist mal ganz witzig aber irgendwie ist das komisches gefühl also youtubers live war echt eigenartig das zu spielen habt ihr das gespielt das war da hat man halt ein youtuber kreiert und sehen sein werdegang mitgemacht so und das war ganz komisches gefühl weil man dann halt so das muss man machen okay das auch ja okay das auch davon habe ich schon mal was gehört und dann sehr komisch hier ist noch eine frage zu virtual reality halt wollen wir das oder lassen wir das jetzt hatten wir ja schon wie findet ihr dass trump und hillary auf twitch gestreamt wurden in bezug auf die mögliche entwicklung von twitch batman geschützt okay also twitch ist entfernt sich geht seinen gang entfernt sich von der reinen gaming plattform oder gaming streaming plattform und das wird noch weitergehen also twitch muss wachsen im gaming bereich ist kein brot zu verdienen amazon wird hier nicht ewig milliarden da rein buddern also ich glaube dass es ist der weg wo es hingeht es wird sparten geben mit sicherheit twitch wird sich als konkurrenz zu youtube im live bereich aufstellen da bin ich sicher wir gehen immer mehr zu justin tv zurück ja aber wisst ihr was ich gut finde an dieser sache das was ich vorhin schon mal gesagt habe also einige schreien ja immer über aufklären und politik und und solche geschichten ja wenn sich mal leute zusammentun würden und die richtigen formate kreieren die davon ein bisschen dunst haben und sowas hier streamen ich glaube das würde den leuten gar nicht so schlecht tun also ich denke dass das der richtige ansatz ist dass diese debatte dort gestreamt wurde denn ich denke dass viele in diesem dunst kreis hier drinnen gar nicht rausgehen aus diesem dunst kreis und einfach dort verweilen und so aber an die themen die wichtig sind also wichtig im sinne dass man sich damit mal beschäftigt dass man da aufgeklärt würde allerdings war das keine debatte sondern propaganda aktion im sinne von naja die wie heißen sie nicht die demokraten sondern die anderen wo trump jetzt kandidat wird haben sich einfach nur hingestellt und sich präsentiert war trumps rede warum er jetzt zum kandidaten wird das hatte nichts mit einer öffentlichen diskussion zu tun es war einfach nur werbung das passiert jetzt bald auch nochmal mit den demokraten dass sie sich dahin stellen und hillary zur kandidatin küren ja versucht ich nur dass es halt keine diskussion war sondern reine propaganda denn ich dachte das ist eine eine diskussionsrunde oder debatte gewesen dann verzeihung aber das also was ich wirklich meine ist dass leute wisst ihr mir fehlt so ein bisschen bei dieser thematik der scham also wie soll ich das sagen es gibt menschen nehmen wir mal als beispiel mimi heißt dieserjenige her der macht sich über alles und jeden nein nein sagen wir mal nicht alles und jeden gewählt ziele bei youtube lustig aber er vermittelt dabei auch gewissen content also er vermittelt und das finde ich ist das lustige an der ganzen sache er vermittelt wichtige dinge dabei die dort auf dieses thema bezogen sind auf dieses thema nicht politik oder so sondern auf dieses thema und so leute fehlen mir so ein bisschen und zwar mimi meine ich ja ja aber in unserem dunst kreis ich weiß dass es das auf youtube schon x tausend male wahrscheinlich von amis gibt die dort äh sachen kreiert haben oder dass es auch le floyd gibt der das macht aber dass sie hier hierher kommen bis hier hier auf diese plattform und das hier machen das wäre wiederum würde ich sehr gut finden denn wie in in also man muss ja nur nicht die meinung teilen über datenschutz oder was auch immer heute schon als als thema war aber zumindest dass sie hierher kommen und leute anregen mal zu überlegen und sagen hey guck mal da das kann man sich mal angucken das wäre ganz cool und ich denke dass das dass das wichtig ist weil auf so leute wird heutzutage mehr gegeben als das was im fernsehen steht oder in der in der zeitung und darauf das sollte mal jemand entdecken endlich diese marktlücke das hat aber noch keiner entdeckt leider empfinde ich zumindest so kreative pause wenn ihr einen film stream dürftet welchen würdet ihr gerne mit eurer community gucken ganz klare sache den dud der pick lebrowski but that's just like your opinion man fight club auch aber the big lebrowski ist besser alle bud spencer filme in hd aber aber in hd zumindest ab dem moment wo die gute ähm synchro das gute synchro team übernommen hat die allerersten sind teilweise auch ganz witzig aber so richtig witzig wird es erst mit den den jungs ich habe jetzt ganz ehrlich leute ich möchte jetzt mal einen ernsten film nehmen soweit die füße mich tragen würde ich gerne mit der community gucken mhm ja das wäre mal ein ernster film ausnahmsweise mal was ernstes ja sie gibt es ja sonst bei mir nicht aber das würde ich ich dachte du guckst Filme nur weil du Spaß hören willst ne also das ist bei aber man kann schon sagen dass wir tierisch guten Geschmack haben siehst du Sleppy und da ist für mich wieder um das ganz kurz nochmal aufzugreifen für mich sind Spiele Spaß aber Filme können auch ernst sein ich habe mich nur darüber lustig gemacht ich weiß ich weiß ich wollte das nur nochmal sagen nichtsdestotrotz hast du meine Akzeptanz für deinen Standpunkt also mach ich das immer schon ein ne ich guck auch ernste Filme ich habe letztens Synecdokee New York gesehen das ist auch ein top Film kann ich auch jedem empfehlen den würde ich auch gucken es gibt so richtig gute Filme was mich so ärgert ist dass diese ganzen Streaming Plattformen diese ganzen alten richtig guten Filme alle nicht haben ja also ich meine jetzt die richtigen so aus der schwarz weiß Zeit da gab es ja richtig gute Dinge ne aber nix nada obwohl die doch eigentlich gar kein Geld mehr kosten dürften guckt doch keiner einen schönen Humphrey Bogart oder einen James Cagney oh du die kenne ich alle nicht da war ich noch da war ich noch Quark im Schaufenster ich glaube den ersten Film der mir so spontan einfällt wäre Life of Brian ansonsten könnte ich mich nicht wirklich entscheiden es gibt viel zu viele gute beurteilen es gibt aber nicht so richtig viele so super gute oder beurteilen ist super gut einer der besten Filme Fight Club finde ich auch großartig ähm Fight Club ist großartig ja es gibt es gibt es ist einfach unfassbar Pulp Fiction ist natürlich auch einer der richtig guten Klassiker perfekte Verbrechen finde ich ziemlich gut ich finde Inception Toder Island ziemlich gut alles bei mir geht es eher glaube ich in die Psychothrallernummer außer Life of Brian aber Life of Brian wäre glaube ich der Film der der am passendsten wäre oh ja Green Mile das ist auch ein guter Film das ist auch einer so für den Kopf ja also im Grunde genommen gibt es richtig viele Filme also verdammt viele aber der erste der mir immer einfällt ist der Dude und über den Dude geht gar nix mhm der hatte einen bekackten Tag und ich hasse die für bekackten Eagles Performance Art auf Twitch wurde noch gefragt habt ihr das mitgekriegt? ja gut dass man jetzt auf Twitch äh tanzen darf zum Beispiel Comedy und so ist jetzt äh erlaubt was haltet ihr davon? ach darf man jetzt finde ich okay ist einfach nur ein eine neue Kategorie ja ich meine wenn man Pokern erlaubt dann kann man auch das erlauben ich sag ja JustinTV is coming back ja und bei Poker verstehe ich also ich meine das sind ja Fernsehsendungen die da gestreamt werden da habe ich noch nicht so richtig begriffen wie das geht mit den Rechten aber gut manche Fernsehsender die da senden sind sogar Subscriber also sind Partner also das habe ich alles noch nicht so ganz verstanden aber naja ich finde das ganz interessant Daniel Negriano einer meiner Lieblings Pokerspieler aus Kanada hat ja einen eigenen Twitch Kanal und ab und zu macht er auch mal was also nicht oft leider aber aber der Typ der ist richtig lustig das ist aber wenigstens ein echter Poker Star ich hatte nur den Typen im Hotel gesehen der Pinkeln war und den Laptop mitgenommen hat aber läuft das alles dann unter Creative oder wohnt da läuft das? ja wahrscheinlich ja ne das ist Performance Art das läuft dann unter Creative ja sind einfach diese Hashtags ja ja Creative ist ja auch so aufgeteilt ne glaube ich jedenfalls aber ja Performance Art da drin wird das wohl nicht sein ne müsste man mal gucken hier ist der Blog dazu wo ist das? da ist er zack dort ist der Link dazu zur Performance Art ich finde es auch gut dass die Sparte sich erweitert kann man ein bisschen was anderes sehen ich suche ja immer noch den Heimwerker der streamt den würde ich gerne sehen ich bin voll im Heimwerker Fieber gibt es aber leider keinen das würde ich witzig finden oh Zauberer können jetzt zaubern finde ich cool Musiktheater Voice Acting ah ich glaube da muss ich mal nachfragen explizit ob da Fotoshootings weil Fotoshootings war bisher ausgeklammert also war immer immer untersagt ich habe nie verstanden warum aber da werde ich mal nachfragen weil sowas wollte ich mal machen da ist ein Markt für da habe ich sehr viele nachfragen mal so Live Fotoshootings mit richtigen Models also mit echten also Berufsmodels einfach mal so zu zeigen wie sowas geht ich weiß noch nicht es hat ja überhaupt nichts mit Gaming zu tun und deswegen ging ich davon aus dass es irgendwie ja deswegen gab es das halt bisher nicht aber dieses wie heißt das dieses Performance Art da gehört das ja eigentlich fast mit rein ja mal gucken ich werde mal nachfragen in derselben kam hier gleich noch wo Comedians ihr Programm streamen anstatt in Clubs aufzutreten ich würde das so feiern ja das Problem glaube ich an der ganzen Sache ist immer es gibt es ist glaube ich so aus der Hüfte wenn sie ihr Programm von zuhause streamen ist das hm nicht so witzig ich weiß nicht ich glaube dass viele viele brauchen auch die Reaktion der Menschen also die müssen das die lassen sich viele beziehen auch das Publikum mit ein und die können ja schlecht sagen so du jetzt also das ist halt schwierig ich glaube das ist so der der größte Punkt wo es dann scheitert bei vielen manche ziehen wirklich ihre Show ab aber manche beziehen also die meisten beziehen tatsächlich Leute mit ein ich stelle mir das schwierig vor wenn also wenn sie nicht in den Clubs sind ich würde es cool finden aber ich sag mal so ja es wäre nicht schlecht aber du darfst aus dem Club nicht streamen das also das würde nicht gehen das heißt sie müssten das irgendwo von zuhause oder aus dem Studio machen und ich glaube da stellt sich das ist das dann wieder ein bisschen schwieriger aber da müsste man Comedien fragen aber da wird es wahrscheinlich auch wieder viele unterschiedliche geben aber cool wäre es ja ja Olaf Schubert hier auf Twitch das wäre es aber ich glaube da kann er nicht genug verdienen das wird wohl nicht passieren dass da so Leute kommen dann übrigens Offsteiner hat geschrieben ich finde Insenia hat den besten Bart ja findest du nicht doch zart wie Babypopo wenn eure Community eure Nicknames Nicknamen ändern dürfte gibt das schon verbreitete Spitznamen mit denen ihr angesprochen werdet ich überlege gerade was was so der häufigste ist ich werde ganz oft Nina genannt wie war die Frage ob eure Community Spitznamen haben für euch ich nur Derivate von Slapstick also also die Community bei mir sind alle Simulanten meinst du sowas ne 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 für dich ne wie sie dich nennen würden dich ja ob wir den Spitznamen für dich haben Dich ja ob wir den Spitznamen für dich haben Insterich Ingo ja Ingo aber das ist tatsächlich immer nur in Versichung mit dir Plankenschnecke was was Planken was achso das habe ich vorhin schon bei mir geschrieben Plankenschnecke ja wir wollen jetzt dass du Plankenschnecke heißt und gesagt nein ich nehme diesen Preis nicht an ich weiß gar nicht ja ich habe einmal den Fehler gemacht und bei mir erzählt dass ich einen Nickname benutzt habe der mir sehr unangenehm ist mittlerweile insipinzi und deswegen ja ziehen sie mich immer wieder damit auf aber mittlerweile geht es ich glaube ich habe keinen also alle glaube ich habe ich mir selber gegeben desinkten desinkten ist mein eigener Speckelfe ist mein eigener Dickerchen ist auch mein eigener die Bärtige Alte die Bärtige Alte und der Bärtige Olle ist auch von mir Gustav Gustav ist auch mein eigener nein doch nein doch den habe ich mir sehr du hast mich gefragt wer ich bin und ich habe mich Gustav genannt wirklich ja und dann habe ich dir noch gesagt du heißt Ingo ich weiß es nicht mehr also ich habe ich habe eigentlich alle mir selber gegeben Guck mal Butterblume Butterblume ist von Herpinetta ja aber das darf auch nur das ist Herpinetta exclusive alle anderen nehme ich nicht für voll die das sagen also ich habe keinen aber ich habe das auch bewusst so gewählt ich habe mir alle diese Spitznamen gegeben um einfach den Leuten die mich haten wollen den Wind aus den Segeln zu nehmen weil mich würde zum Beispiel niemand Fett nennen oder Bärtige Olle also sehr wenige Menschen sprechen mich auf diese Attribute an aufgrund der Tatsache dass ich diese in meinen Titel schon stehen habe das heißt ja auch Survival of the Dickest heute ist Storytime mit Speckelfe oder so also ja das stimmt zu mir sagt das keiner aber so ich glaube außer Kapitän und das ist das ekligste das hasse ich wie die Pest wenn die Leute Kapitän zu mir sagen machen aber relativ viele oder ja ich kann das nicht ab der Captain ich finde auch kein oder Chef oder so das kann ich überhaupt nicht ab wenn irgendeiner zu mir ich bin nicht der Chef das sind so aber das Kapitän ja Kapitän und Chef das aber ne aber in Speckelfen LP würde ich mich schon gerne umbenennen auf Twitch das wäre cool Specksi LP Specksi Specksi LP Wie ist es bei dir Garak und Slebi habt ihr einen? Schlabberstück aber das habe ich mir selber gegeben auch nö nicht dass ich wusste Garak ist auch schon spitz haben wir genug da kommen eher immer die Fragen wo der herkommt das habe ich glaube ich schon 35.000 Mal beantwortet diese Frage kam übrigens heute auch bei Twitter wo unsere Nicknames herkommen Wollen wir das gleich in diesem einen Atemzug mit ähm ja los dann fang an wenn ihr viel Zeit habt hau ja los hast du kann ich mir immer deine Zeitung ausleihen Nein, hau ab jetzt, mach Garak, los. Eine gute Fischung, fang. Fang an, Garak. Anu, dazu mal. Ich würde sagen, vor 15 Jahren, 16 Jahren, habe ich, ihr wisst es, Dark Age of Camelot gespielt. Und während dieses Games, ja, da muss ich mich irgendwie nennen. Und ich weiß nicht, ich habe zu dem Zeitpunkt, ich wollte den Druiden spielen und ich fand das irgendwie ganz cool, der sah irgendwie ganz cool aus und der sah aus wie Elim Garak. Elim Garak ist der Schneider, der kardazianische Schneider auf Babylon, Quatsch, auf Deep Space, nein. Und den mag jeder, glaube ich, obwohl er vom obsidianischen Orden ist, was ja eher schlecht ist. Aber egal. Jedenfalls ist dieser Elim Garak, also der Nachname von ihm, den habe ich dann als Vorname genommen und etwas anders geschrieben. Und ich habe da ein Haar reingemogelt, obwohl es da nicht ist. Und ja, und dann habe ich einen zweiten Charme machen müssen, weil ich mit meinem Druiden fertig war und habe dann Elim Garak, Elim Garak, Elim Durak, deswegen mit der Nachname, entwickelt. Elim war eine Mana-Enchanterin und extrem Damage-lastig. Und die Frau war, der Name kommt von Elim, der Botschafterin von den Minbari, von Babylon 5. und ja. Die Serie? Ja, die Serie. Und die Minbari-Botschafterin, die hieß Delaine. Ich habe sie wieder etwas anders geschrieben, aber vom Aussprechen her identisch. Dann hatte ich jetzt das Problem, dass ich, also zu dem Zeitpunkt gab es den Nachnamen des französischen Hochadels Durak noch nicht. Ich hatte jetzt aber zwei Chars und irgendwie wollte ich, dass die zusammenpassen, ja. Und dann haben wir einfach, dann haben wir einfach, habe ich mir gedacht, so alter französischer Landadel Durak ist ganz schön. Ich habe erst 15 Jahre später gelernt, dass Durak etwas anders geschrieben im russischen Idiot heißt. Aber naja, vielleicht passt das ja auch ein bisschen zu mir. So, dann habe ich später noch Feria entwickelt, das ist eine andere Geschichte, das war dann in Everquest 2. Die gehört aber auch zur Familie der Duraks, mit der spiele ich gerade Harzton. Und ja, ansonsten, so ist das Ganze entstanden. Außerdem ist es so einmalig, dass ich eigentlich in jedem, jedem Mess-Multiplayer-Online-Game, egal welches ich spiele, wenn ich durch die Gegend renne, erkennt mich jeder, weil ich bin halt Gerak. Oder eben Delaine, je nachdem. Und das ist cool, weil ich habe viele, viele Freunde in Mess-Multiplayer-Online-Games getroffen, also Freundschaften gemacht und, oder sind entstanden. Und ich habe die Leute später nie wiedergefunden, weil die andere Games gespielt haben und sich anders genannt haben. Fand ich total scheiße. Deswegen mache ich das immer durchgängig und so erkennen die mich dann wenigstens. Ja, das war die kurze Geschichte des Garts. Soll ich meine direkt danach erzählen? Ich habe bei Minecraft im Crafting-Fenster einen Slap über einen Stick gelegt, habe ich Slapstick genannt. Ja, also die war ja atemberaubend, also, wuh! Ina? Bei mir gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat mich irgendwann, also Ina ist ja mein richtiger Name und er hat mich immer Insel genannt. Ja, ich heiße nicht Ingo. Oh. Nein, nein. Ich dachte, du bist Rumpelstielchen. Ja. Wegen den roten Haaren. Du hast Rumpelspätzchen, Spätzchen, rote Haare? Mhm. Das wusste ich nicht. Okay. Nein, also er hat mich immer Insel genannt und irgendwann fügte sich das dann weiter zu Insane. Also Insane und Insane und dann kam dann noch ein Jahr hintendran und dann wurde das Insane, ja. Also relativ unspektakulär. Ich finde es aber bemerkenswert, dass Garak das immer noch so zack, alles ausbreiten kann. Ich hätte gesagt, ich fand zwei Charaktere ganz geil, hab mir die Namen geklaut, fertig, aber Garak machte echt so eine Story draus. Finde ich bemerkenswert. Ja, das ist ja auch so, das ist ja auch so passiert. Also es ist ja ein langer Prozess gewesen. Ja. Ich hieß mal Mr. Hundefurz. Also ich weiß nicht, warum du dich, ich weiß nicht, warum du das nicht übernommen hast. Mein Instagram-Profil heißt Holy Skunk und das, den hab ich einfach geklaut, den Namen, den fand ich irgendwo gut. Ich hab den irgendwo gelesen und hab mich Holy Skunk genannt. Also, lang vor unserer Zeit in einem unentdeckten Land gab's Bücher nicht. Deswegen lesen wir die Geschichte nicht vor. Also bei mir war das so, wir hatten damals Mensch ärgere dich nicht gespielt und ich war der krasseste mit sechs, hab sie alle geschlagen und da kam das Hardcore her, das HC steht für Hardcore, weil ich alle fertig gemacht hab und Dizzy ist einfach, ja da war beim Dings hier, wie sagt man, wie heißt denn dieses Brettspiel? Nicht Jeopardy, das andere. Wie heißt denn das? Hinspiel? Ja, mit den Buchstaben. Scrabble. Scrabble hab ich Buchstaben genommen, gewürfelt, hingeschmissen und da kam Dizzy raus. So. So ne glatte Lüge. Auch ne schöne Geschichte. Was? Nein, bei mir war das, bei mir war das anders. Bei, äh, ich hab vor langer Zeit, als ich noch angefangen hab mit dem Internet, also mit vor, gefühlt vor Christus, ähm, ach ne, das war Garakseinsatz, ähm, hab ich was gesucht und ich hab ein englisches Wörterbuch in die Hand genommen und hab ein Wort gesucht. Eins, was mich beschreibt. Und da bin ich auf Dike gekommen, D-Y-K-E, das steht für Mauer, Damm, Wald, weil ich war schon immer ein bisschen breiter gebaut, äh, dank Sport nicht mehr ganz so breit, danke, Chat, hab euch auch lieb, ähm, und da, weil meine Freunde das immer nicht aussprechen konnten, also ich hab das dann D-Y-C-E gemacht, weil ich das ein bisschen umfrisiert hab, damit da nicht jeder an Paul van Dyck nennt, äh, dachte damals und, äh, hab das D-Y-C-E gemacht und meine Freunde konnten das nie aussprechen, weil die alle des Englischen nicht mächtig waren, so war das halt im Osten, im Plattenbau, da hat man nur Russisch gelernt, ähm, und die haben immer Dieze gesagt dazu und, dann ist es dazu gekommen, dass ich daraus wirklich das deutsche Dieze gemacht hab, D-I-Z-E, D-I-Z-E und weil man früher cool war, hatte man am Ende Doppelbuchstaben und da kam dann irgendwann Dieze raus mit E-E und dann bin ich aus dem deutschsprachigen Raum weggegangen und bin dann irgendwann in den englischsprachigen Raum gegangen und dort hat immer jeder Dizzy gesagt und ab diesem Zeitpunkt hieß ich Dizzy und das schon seit 15 Jahren und weil jeder Holzklotz im Internet das mit einem Würfel verbindet und jedes Mal Dieze mit E mit Z nimm anstatt D-I-C-E weil so wird der Würfel wirklich geschrieben muss ich noch irgendwas in Verbindung daran basteln damit ich überall gleich heiße und selbst HC Unterstrich geht ja nicht weil man nicht überall Unterstriche nehmen kann habe ich mir das HC genommen Warum das HC? Weil wir damals zu Hause eine Gruppe hatten die Hardcore gehört hat also Rock'n'Roll Hardcore Agnostic Front etc. pp. und so weiter und die hieß Baltic Hardcore und da ich nicht BC nehmen wollte da gab es nämlich was Böses bei uns in der Stadt was BC hieß habe ich HC genommen und jetzt heiße ich HC Dizzy so Punkt so ist das bei mir entstanden wobei die Scrabble Scrabble-Geschichte gefällt mir besser mal gucken nächstes Mal wenn der Nächste mich fragt lasse ich mir was Neues einfallen so wollen wir weitermachen? mhm was meint ihr würde es funktionieren wenn ein Streamer ein Buch vorlesen würde? ja 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 bin mir sogar sehr sicher dass das funktioniert wenn er vorlesen kann ja habe ich sogar schon gesehen ist jetzt ja auch erlaubt habe ich gesehen in dem Blog ja richtig ja warum nicht weil ich gerade fragen aber ist das ist das ist das mit dem mit dem Content-Recht kann ich da einfach irgendein Buch nehmen und das vorlesen ähnlich wie ich hier irgendein Spiel spiele also ich meine ich lese ja quasi das Buch vor darf ich dir das Buch nehmen? musst du so komplizierte Fragen stellen? das ist glaube ich das interessiert mich gerade das ist glaube ich läuft unter demselben wie das mit mit Parodien und sowas wenn du was parodierst darfst du den Content ja auch ja ich bin mir gar nicht so sicher aber die Parodien sind ja mal abgeändert da müsste man mal nachfragen ja also wenn ich halt das Buch eins zu eins wirklich so ablese dann veröffentliche ich ja quasi den ganzen Inhalt des Buchs das könnte ich mal rausfinden ich bin Mitglied bei dem Verein also das könnte ich mal rausfinden ich lese hier schon mal gar nichts vor dem Stream weil ich bin die letzte Nullbe im Lesen da brauchst du gar nicht so grinsen also wenn eins in meinem Genpool nicht richtig gepolt ist dann war das Lesen okay ich habe keine Ahnung wie ich mein Studium geschafft habe aber ich habe es geschafft und das habe ich nicht mit Lesen gemacht okay Punkt das war die letzte Frage außer außer da kommt noch irgendwas rein so jetzt meine Damen und Herren möchte ich eine ganz ernste Frage stellen die mir schon den ganzen Abend auf der Seele brennt ja ich will ne also ich habe als ich jung war und mein Papa mir ein Hochbett gebaut und in diesem Hochbett hatte ich eigene Kindertapete und ich habe diese Tapete gegessen jetzt frage ich euch was habt ihr in der Kindheit euch am schlimmsten reingepfiffen wisst ihr das noch? also ich habe 10 ich kann mich noch daran erinnern ein 10 Pfennig Stück ein 50 Pfennig Stück und die Tapete habe ich mir reingeknallt die habe ich runtergeschluckt und gegessen was ich viel lieber gemacht habe ist mir irgendwas in die Ohren gesteckt das war mal richtig witzig weil das kriegst du nicht so schnell wieder raus ich habe mir immer am liebsten habe ich mir Bügelperlen in die Ohren gesteckt und zwar richtig tief rein was? Bügelperlen? Bügelperlen, ja was sind das denn? das sind so kleine runde Teilchen die haben ein Loch in der Mitte und die steckst du auf so Platten bügelst drüber und dann verbinden die sich so die habe ich mir immer super gerne in die Ohren geschoben ansonsten ich überlege gerade ich habe Tapete immer nur abgerissen und angemalt gegessen habe ich Tapete glaube ich nicht aber keine Ahnung was Kinder so essen Dreck essen ich kann ja nur mit dem Regenwurm dienen also einen echten guten deutschen Tauwurm ja das war so eine Mutprobe unter kleinen Jungs aber wir haben das alles hingekriegt alle ja war eklig aber sonst kann ich also Tapete nähe Katzenfutter, stimmt ich habe immer unserer Katze das trockene Katzenfutter weggegessen das zählt nicht was ich gemacht habe das ist auch Lebensmittel aber ich bin nachts ich fand damals Butter sehr lecker und bin nachts im Kühlschrank gegangen habe in die Butter gebissen und habe sie so wieder zurückgestellt weil ich dachte das merkt keiner genau Mau haben mit Papier hat jemals irgendeiner bei Mau haben das Papier abgemacht? ja aber das ist ja eher so ein Versehen, oder? echt? ja ich kenne das auch nur mit aber es bleibt manchmal was dran doch, das habe ich auch gemacht, ja aber aus Versehen wenn es im hiesigen Gefecht war dass das dann nicht abging und schnell gehen musste ja aber das habe ich auch gemacht, ja das passiert mir auch heute noch wenn ich mir irgendwas irgendein Franzbrötchen vom Bäcker hole und das dann so aus der Tüte hole dass ich dann immer noch mit in die Tüte reinweise aus Versehen das passiert mir auch, ja aber ich was mir heutzutage passiert und dafür schäme ich mich ganz ehrlich ich kann kein Döner essen, ne? ich habe den halben Döner im Gesicht also wirklich von hier oben bis da unten deswegen esse ich Dürums ich kann das auch nicht das kann keiner mein Mitbewohner das ist der aber das ist der er ist das Topmodel der Döner esse also der sitzt danach al dente nischt verschmiert, gar nichts aber wirklich von hier bis da alles zu also ich esse Döner und das ist mir auch egal ich esse den auch extra mit Schafskäse obendrauf mein ganzer Bart voll mit Schafskäse ist aber Sleppy, was hast du dir so reingepfiffen als du klein warst? nix ich habe eher ach hör auf deswegen bist du heute auch immer so krank du hast nie wirklich Dreck gegessen ich bin krank ich bin nie krank bestimmt habe ich krank gegessen Dreck gegessen aber ich kann mich nicht daran erinnern vielleicht habe ich so viel Dreck gegessen dass ich den Filmriss bekommen habe oder was der Dreckfilmriss und die Stoffe der Quarz hat mich high gemacht ich habe eher wie andere halt noch im Chat geschrieben haben halt meine Popel immer an die Wand gehängt und ans Bett und so aber ich habe die nie gegessen die habe ich immer gesnackt ja siehste Opa hat immer gesagt das gibt wieder Mini-Jung warum guckt die jetzt alle so? das ist einfach nur Zeug aus kann doch jedem mal passieren also probieren ja aber dann wirklich du hast es wirklich gegessen na Siggi als wenn ihr das nie gemacht habt doch ich habe natürlich jeder steckt sich mal irgendwelche Körperdinge in den Mund aber dann merkt man doch recht schnell dass das ziemlich eklig ist oder nicht? jetzt bist du aber hier bei Erwachsenen Sachen Ina vorsichtig nein 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 es geht um Popel und Ohrenschmeiz Gara du bist doch auch am Wasser groß geworden oder? ja ist dir das früher nicht auch immer unangenehm gewesen wenn du als Kind am Strand gespielt hast wenn man Sand im Getriebe hatte? also so richtig hinten so kennst du das noch? ja zu grausvolles Gefühl oder das ist so direkt nach dem Baden wenn man sich hingesetzt hat und dann sprintet man los und man so merkt oh ja stimmt stimmt das war das unangenehmste in der Kindheit finde ich also ich finde ja weiß ich nicht ob es das unangenehmste war ich fand Biologieunterricht in der Schule am unangenehmsten aber ne insofern wieso? weil du deine Brille immer vergessen hast wenn du durchs Mikroskop gucken musstest oder was? damals habe ich noch keine Brille getragen achso das ist Altersweitsichtigkeit ich bin nicht kurzsichtig was waren so eure Vorstellungen was ihr mal machen werdet als ihr noch nicht gestreamt habt hätte ich nicht angefangen zu streamen ne wartet mal hatten wir die Frage schon mal was wir eigentlich machen wollten ich bin gerade habe ich damit überlegen hatten wir die schon mal? sonst kommt immer was macht ihr wenn es vorbei ist? aber ist das jetzt die Frage so was wolltest du immer werden wird als du groß warst oder wirklich kurz bevor man sich für Stream entschieden hat? ne davor was man so ja ich glaube das gilt so generell für den ganzen Zeitraum davor ich weiß nicht ich hatte dir das schon mal? ich glaube und diese Variante ich suche die Frage gerade wo hast du die? das ist die vorletzte ich glaube die hatten wir noch nie so in der Variante würde ich jetzt echt mal meinen das sind ja jetzt so die alltypischen Antworten wie ich wollte Tierarzt werden oder achso ja ja also als ich ja angefangen habe zu streamen das ist zwei Jahre jetzt her ich meine da war ich ja schon durch mit da hatte ich keine Ahnung da habe ich einfach angefangen zu streamen aber als streamen aber ich habe keine ne warum soll ich ja also alleine bei mir vom Alter her schon ich meine was soll ich jetzt noch alles ich wollte nochmal studieren zum dritten Mal oder so also nö war es nicht also dann hätte ich halt nicht gestreamt ja was wäre das würde mich mal interessieren das habe ich dir noch nie gefragt was wolltest du werden als du jung warst also du weißt ja so die Schulzeit wo man denn gerade ich ja ja kann ich dir ganz genau sagen Kraftfahrzeugingenieur und ich wollte ganz tolle Autos bei VW entwickeln hast du ja fast geschafft ja fast ich habe sogar einen Gesellenbrief auf Kfz-Mechaniker und weil ich dachte es wäre schlau den erst zu machen dann zur Bundeswehr zu gehen und dann zu studieren ich habe es auch genau so gemacht nur ich habe was anderes studiert weil ich während der Bundeswehrzeit mit Computern in Berührung kam nicht bei der Bundeswehr sondern privat die Bundeswehr war noch zehn Jahre weiter nicht so weit dass sie Computer hatten aber habe dann eben Informatik studiert halt und nicht mehr Kraftfahrzeugtechnik also aber mein ursprünglicher Plan war und der stand eigentlich schon so mit acht neun Jahren fest dass ich Autos entwickeln wollte aber so ist ja auch was aus mir geworden so ein bisschen gerade so ne mit Hängen und Würgen wir gehören ja zumindest noch zu denjenigen die ein Diplom haben muss ja mal gesagt werden oh yes das riecht und nicht so komisch okay Bachelor habe ich auch aber den habe ich ja viel später gemacht aber nicht so was komisches was man heute so bekommt sondern so was richtiges ich hatte Glück letztes Baujahr war ich ja ja gut bei mir war das noch normal ja äh möchtet ihr vielleicht sonst habt ihr schon das ist schwierig bei mir weil ich glaube ich nie irgendwie so den Beruf hatte und das ist bis heute so geblieben also es gibt nichts wo ich denke boah da wäre ich perfekt für da haben wir letztens im Stream bei Mertugel geredet also ich habe ja eine Ausbildung zur Krankenpflege gemacht aber grundsätzlich habe ich schon so viel in meinem in meinem Leben gemacht dieses also ich ständig wechseln und so und ich ich sehe mich bis heute nicht irgendwie in einem Beruf wo ich sage ja da passe ich perfekt rein ich hatte damals in der Schule ein Praktikum zur Fotografin wollte unbedingt Fotografin werden habe das aber schnell verworfen weil ich dann gesehen habe ups irgendwie passt das alles nicht so in meine Planung rein wollte damals auch Erzieherin werden ich wollte dies also ich wollte ganz viel werden aber es ist bis heute so es gibt nichts wo ich sage oh das will ich unbedingt machen da könnte ich mich voll gut sehen und auch als Kind hatte ich nie so den Wunsch von daher ich wollte Musiker werden aber das Problem ist halt in Bands musst du nicht nur dich selbst motivieren sondern vier andere Leute auch oder drei und das habe ich dann mit zwei drei Bands versucht das hat nie geklappt und irgendwann dachte ich mir mache ich schon mal was alleine dann muss ich nur ich nur noch mich selbst motivieren so bin ich zum streamen gekommen naja also ich habe schon die ganze Zeit halt Twitch geguckt und irgendwann dachte ich mir wisst ihr was haut ab ich habe keinen Bock mehr auf euch immer mit euch irgendwie anrufen könntest du morgen ne morgen ist schlecht kannst du übermorgen ne morgen ist auch doof man den Finger gezeigt und gesagt ne wisst ihr was ich bin raus und dann kam Psyche jetzt bist du ein Star holt mich hier raus ja ja Slappy hat richtig viele Zuschauer mit seinem Rimworld da der geht richtig ab der geht durch die Decke aber sowas von ja A Star is born also ich kann die Frage echt nicht beantworten ich müsste jetzt ich müsste jetzt wirklich sagen und es tut mir leid für den Ausdruck aber ich war schon immer so ein Arschkind was nie wusste was er machen will ich habe keine Ahnung Leute ich kann mich nicht daran erinnern dass ich als Kind als Kind irgendeine Vorstellung hatte von von irgendeinem Beruf was ich machen wollte nie ich war immer draußen war war ströben selbst als ich jugendlich war habe ich meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben im Kernkraftwerk als Elektriker habe ich auch nicht gemacht habe Abitur gemacht war studieren habe ein Diplom gemacht in einer Sache die ich als Kind gerne gemacht habe und jetzt mache ich eigentlich genau das und ich glaube das Merkdieder was ich eigentlich machen wollte schon immer also das ist wirklich ich mache jetzt gerade eigentlich was was schon immer seitdem ich in Berührung mit Computern und Computerspielen war oh Entschuldigung Skype ist ausgegangen was mir nicht Nanu was ist denn da los ok jetzt ist es wieder da keine Ahnung was das gerade war läuft äh und ich hatte ich hatte wirklich noch nie mal so viel Energie so viel Drang und so viel Trieb wie jetzt gerade also ich glaube das ist hier im im Zusammenhang mit Dinge kreieren streamen Computerspielen oder so mit dieser ganzen Technik rumfummeln ich glaube das ist so mein Träumchen und ich kann mich noch dran entsinnen ich habe meinem Papa damals gesagt irgendwann Papa werde ich mal mit Computerspielen mein Geld verdienen hm aber sonst gar nichts ja gut nee Kaffee oder Tee Bier oder Wein gar nichts von allem alle vier Tee ganz selten Kaffee ganz ganz selten Tee auch nicht mehr so richtig äh Whisky also tatsächlich in der Reihenfolge Kaffee obwohl nee Kaffee mittlerweile Wein Bier Tee in der Reihenfolge und dann wir ne Wein mag ich mittlerweile sogar echt naja ich habe da keinen Zugang zu also hatte ich auch die ganze also wenn ich Alkohol trinke also ab und zu mal ein Bier aber aber grundsätzlich eigentlich nur hier und da mal ein schönes Glas Whisky allerdings unverdünnt und so richtigen Whisky also nicht so ein kein Jack Daniels oder irgendein Zeugs also was richtiges und das ist dann schon sehr lecker allerdings auch in kleinen Mengen und recht selten Whisky finde ich schwierig weil es gibt da so viele Varianten die alle komplett anders schmecken ja da traue ich mich für sich Kaffee habe ich früher zwei drei Liter am Tag getrunken bis 2003 da habe ich auch noch geraucht drei Schaffeln Zigaretten am Tag und dann gab es den Blitz von oben und seitdem rauche ich nicht mehr und trinke auch kaum noch Kaffee den Blitz von oben da hat es geklingelt ja ist schon blöd wenn man auch intensiv aufwacht und noch gar nicht so richtig alt ist also damals ach du bist doch heute auch noch nicht alt das stimmt nur weil du mittelalter Märkte mitgemacht hast heißt das nicht dass du alt bist das macht übrigens sehr viel Spaß als Schmied also ich trinke nur Tee ab und zu jetzt aber Bier Wein Kaffee trinke ich nicht also ich sage mal trinke ich nicht meine ich mit wenn ich mal irgendwo Käffien trinke das kommt einmal oder zweimal im Jahr vor aber das verbuche ich noch und ertrinke nicht ich trinke Kronbacher Radler alkoholfrei also wenn das unter Bier läuft keine Ahnung ja also das würde ich als Bier zählen dann trinke ich dann trinke ich im Sommer auch ab und zu mal ein Bier also Lausitzer Porter Schwarzes ist natürlich das beste Bier ever also das trinke ich auch ganz gerne mal Wein auf Bier das rate ich dir Bier auf Wein das rate ich dir wie und wann habt ihr euch untereinander kennengelernt Twitch oder Real Life ich habe von denen hier noch nicht einen von den Damen und Herren noch keinen Real Life gesehen oder ne ne bitte Bay Pirates Punkt oder können wir doch so zu Games Content aber ne du bist doch da ja samstags freitags ja den sehen wir uns ja nicht ne sie kenne ich seit Evolve damals das ist jetzt anderthalb Jahre her oder so ja gut kennen würde ich jetzt nicht sagen ja aber seitdem stehen wir irgendwie in Kontakt na jetzt ja auch nicht mehr also da haben wir das erste Mal Kontakt gehabt ach wie auch immer wir hatten mal ne heiße Phase what ja mit zusammen spielen und so das meine ich das stimmt ja aber sonst Bay Pirates ja ich habe alle angeheuert ja und dann sind wir das war glaube ich slabby garer gemeine Idee ne oder so kennen wir uns was war euer bester und schlechtester kauf von elektrogeräten handy tv pc etc oder sogar überrascht enttäuscht oh das aber ne das aber ne heiße frage mein akkuschrauber war der beste kauf seit kurzem meine stichsäge wird der nächste gute kauf an elektrogeräten äh mein fernseher der hier hinter der wand steht war auch ein super kauf mein schlechtester kauf ich mach das einfach mal schnell ne mein schlechtester kauf waren alle geräte von behringer die waren alle grottenschlecht ansonsten fällt mir nix ein an elektrogeräten mein bester kauf bin ich an ja mein bester kauf war der hier die ich jetzt verspiegelt ihr seht den richtig effektgerät für die gitarre hat mich um 200 prozent mehr kreativ gemacht das ding also wenn man keine ahnung hat mehr was man noch auf gitarre spielen soll also sich selber einfallen lassen soll dieses ding kaufen und bam durch die decke gehen ähm mein schlechtester war glaube ich das iphone ja iphone aber damals gab es noch kein android von daher ähm schwarzteier ich habe auch keine ahnung vom modernen iphone jetzt geht's los ich habe schon ich habe nur drauf gewartet mein bester kauf iphone und ipad und alles was von apple kommt nee also mein bester kauf weiß ich gar nicht ähm denon 2800 verstärker würde ich sagen ähm hat 16 jahre gehalten ist jetzt leider gestorben aber das war ein echt guter kauf damals und hat 16 jahre lang gut verstärkt und ja weiß ich auch nicht ich würde sagen mein noch ein guter kauf von meinem ford granada drei liter mit sechs zylinder maschine von s aus essex sehr geile aber das ist schon lange her über 30 jahre war ein sehr guter kauf hatte velour innenausstattung vom feinsten mit so kleinen bömmelchen an der fenster dran das sah richtig porno aus und man könnte auch sagen peinlich aber egal war irgendwie cool und mein schlechtester kauf weiß ich nicht keine ahnung elektrogeräte schlechtester kauf ne dein bärger noch ein guter kauf ist übrigens hier so eine wir haben jetzt so ein roboter der läuft jetzt hier überall durch die durchs haus und also nicht läuft sondern der der fährt so durchs haus und macht das haus sauber die ganze zeit total geil geilster kauf ever aber was schlecht ist weiß ich jetzt fällt mir nichts ein so richtig elektronik was ich nehme fällt nichts eines ich habe ja schon so viel in meinem leben gekauft aber so richtig mist elektronik dein bäringer misspult mein ah ja bäringer misspult also bäringer sachen waren eigentlich alle scheiße bis auf eins das ich immer noch benutze hier aber nur weil ich keine Lust habe etwas Neues zu kaufen so toll ist es nicht aber es funktioniert aber man sollte lieber ein paar Mark mehr ausgeben und dann muss anständiges kaufen borgi haut jetzt richtige Fragen raus hier super gegoogelt übrigens Ina sehr gut ja ich habe noch was ja Happy Netta Happy Netta hat mich ja ein Thermomix wir haben ein Thermomix seit letztes Jahr im November und das war der geilste Kauf ich glaube das war der geilste Kauf des letzten Jahrzehnts also da muss ich sagen Hammer ich habe meine Frau für verrückt erklärt als sie zu mir kam und sagte oh ich muss so ein Thermomix haben habe ich mir angeguckt hier die machen das ja so 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 Mafia mäßig verkaufen die das ja und die hat sich das da angeguckt irgendwie bei so einer Thermomix Party ja und ich habe sie für verrückt erklärt ich dachte schon oh Gold jetzt geht's los jetzt muss ich sie irgendwie ermündigen lassen oder so weil so ein Ding kostet 1200 Ocken ja ey das ist echt teuer dann habe ich mir das drei Monate später nochmal angeguckt und ich habe sofort gekauft das Ding ist einfach genial da machen wir alles mit also Thermomix außer braten kann das Ding alles wunderbar ich musste gerade erst mal Thermomix googeln ich bin nicht schlau aus den Bildern nicht geworden was genau macht den Thermomix Thermomix macht alles das ist das Problem okay also du kannst auch nicht du kannst damit alles kochen und zwar gleichzeitig in einem Stück das ist der Hammer kann der entbinden? hätte ich niemals geglaubt kann der entbinden? was kann der? entbinden warum sollte das denn tun? weil du gesagt hast er kann alles ja was mit Essen zu tun hat man also er kann nicht die weitere Frage sprachen aber zum Beispiel wir machen da den Teig für die Brötchen also wir produzieren Brötchen selber und Brot auch das kaufen wir nicht extern weil wir da nicht wissen was da drin ist und wir machen das selbst und ja du kannst da drin ich bin Spezialist inzwischen in Tomatencremesuppe ein Traum in dem Ding aber du kannst auch ganz normale Sachen machen so Kartoffeln mit Spinat und dann gleichzeitig alles mit Soße ich habe noch nie so gut Soßen hingekriegt und ja also es ist schon echt geil und das Geile ist es gibt jetzt bisher gab es nur so Chips die man da reinstecken konnte jetzt gibt es WLAN Anbindung demnächst ist in der Beta-Phase gerade und dann kann man nämlich die Rezepte direkt aus dem Internet in das Ding reinschießen und du hast halt so eine Benutzerführung also echt für Dummies die nicht kochen können total geil auf dem Bildschirm und da steht genau drauf auf dem Bildschirm was du was du reinpacken musst das Ding hat auch eine eingebaute Waage und dann steckst du das Zeug da rein und wunderbar und am Ende kommt richtig Essen raus das schmeckt sogar also beeindruckend aber eben nicht gerade billig sag mal Ina ich hab gehört das schenken dir bald deine Community damit du endlich mal was ordentliches zu essen hast ja ich hab's gerade schon im Chat gelesen das Ding ist der Hammer übrigens Ina Powerbomber hat ungefähr vor einer Stunde gefragt warum du heute nicht streamst ich weiß und ich hab ihm schon geantwortet es haben ihm glaube ich auch mehrere Leute geantwortet aber Powerbomber bist du irgendwo ich bin heute leider nicht ich kann heute leider nicht streamen ich hab leider einen Termin ich hab einen Termin was denn für einen kann ich nicht sagen es ist geheimt erzähl doch mal achso es darf es ist ja soll ich mal erzählen was mein bester Kauf war ja bitte also so richtig spektakulär ist es nicht ich hab mir halt vor anderthalb Jahren einen neuen PC gekauft ob jetzt die Hardware gut ist oder nicht sei dahingesagt aber ich hab vorher jahrelang immer nur einen Laptop gehabt und hab darauf gezockt und dieser PC ermöglicht mir jetzt halt ja tatsächlich mal ein schönes Zocken und ja das find ich ganz gut und meine Powerbank ich liebe meine Powerbank mein Handy ist leider nicht mehr das jüngste und es hat einen Akkodefekt und ohne Powerbank geht gar nichts warum brauchst du nicht einfach einen neuen Akku ein weil das Handy weil ich dafür kein Geld mehr ausgeben will weiter eine Powerbank kann man auch später noch benutzen ja es ist halt sowieso es hat hier auch eine Spiderman App und so also die ist huch jetzt geht hier das Licht an also die ist sowieso komplett zerstört ein Akku kostet 5 Euro ich weiß aber das ist mir ne ja das ist übrigens ein iPhone Akku Moment wo ist es da vom iPhone weiß ich gar nicht mehr iPhone 5 und den habe ich in einer Viertelstunde getauscht für 15 Euro ja das zum Thema Apple und teuer oder Apple und tauschen von Akkus geht nicht alles nur Gerüchte mein schlechtester Kauf war und ähm du wirst lachen war tatsächlich ein Behringer Wischmold das ist kein Witz denn bevor ich dieses Audio Interface hatte das war aber mein eigener Fehler weil ich nicht darauf geachtet habe ob das zu meinem Mikrofon passt und das war einfach furchtbar es hat gerauscht ohne Ende und es war nicht nicht gut anzuhören was Behringer rauscht seit wann das denn und naja das ist so dass in letzter Zeit ich überlege ob da noch irgendwas anderes zwischen kam aber ich glaube nicht wobei ich jetzt sehr enttäuscht war oder so also ich habe Mikrofon und einen Kompressor von Behringer und bei mir rauscht gar nichts ne bei mir hat es gerauscht weil mein Mischpult was ich hatte keine Phantomspeisung hatte da habe ich nicht drauf geachtet es war mein Fail aber es war trotzdem halt ein schlechter Kauf von mir ob das jetzt an Behringer liegt oder an mir ist ja erstmal dahingesagt egal in dem Fall ich wette mit dir das rauscht auch Sleppy da würde ich fast da würde ich fast wetten drauf aber ich glaube dir einfach mal wo rauscht das denn bitte ich wette mit dir das rauscht das rauscht gar nicht ich wette mit dir dir rauscht gar nichts ich habe denselben Kompressor gehabt der steht hier unten noch damit muss man umgehen können mhm ja ja ich werde wahrscheinlich genau zwei Geräte gekauft haben die nicht funktioniert haben wahrscheinlich ist okay soll jeder machen ich habe da halt schlechte Erfahrungen gemacht hattet ihr mal Situationen wo ihr fast drauf gegangen seid ja als Kind hatte ich mal so eine so schwere Lungenentzündung dass ich fast vertrocknet wäre quasi ja ich wäre fast ausgetrocknet als Kind aber ich war wirklich noch ein sehr kleines Kind okay daher der trockene Humor ja Alter du bist halt echt super schlecht heute ja oh wow 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 ja erzähl mal von den Schwimmflügeln okay nein nein oh erzähl doch mal von den Schwimmflügeln oh nein wirklich war halt als Kind immer jemand der Ina du weißt dass gerade viele Menschen da sind ja ja es ist egal okay ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen dann hau rein es war als Kind ich war ich war als Kind tatsächlich eine der Personen die immer die tollsten Ideen hatten oder auch meine Freundinnen die tollsten Ideen aber es niemand ausprobieren wollte außer mir also ich ich habe immer alles ausprobiert unter anderem wollte ich dann gerne mal ausprobieren was denn so passiert wenn man sich die Schwimmflügel an die Füße macht also habe ich mir die Schwimmflügel an die Füße gemacht und bin ins Becken gegangen das ist natürlich passiert wie eine Boje schwupps und ähm kam natürlich aus eigener Kraft nicht wieder hoch und hat mich dann irgendwann an einer ich weiß noch es war eine sehr korpulente Frau im schwarzen Knacken wie Badeanzug habe ich mich dann festgekrallt die hat mich aus dem Wasser gezogen und ich war blau angelaufen und hat mich dann zu meinen Eltern gebracht das war tatsächlich gar nicht so witzig heute kann ich drüber lachen aber damals war das echt ja habe ich übrigens auch gemacht also ist nichts ungewöhnliches oh schön danke allerdings habe ich mich selbst retten können weil das nicht tief genug war doch ich das war ein Kinderbecken das war so flach da konnte man nicht abstürzen also draufgegangen nicht aber Verletzungsgeschichten habe ich einige aber das ist nicht draufgegangen also das Schlimmste was mir passiert ist ist auf der Bünder Seebrücke sind wir immer vom Geländer runtergesprungen und ich bin weggerutscht vom Geländer und bin ich weiß nicht wie hoch die ist auf dem Rücken gelandet war es dann kurz mit Atmen ein bisschen schwerer aber das verbuche ich nicht unter Nahtoderfahrung Autounfälle drei Stück aber das war auch nicht so schlimm also ich habe ich habe nichts ich habe jetzt 36 Jahre Führerschein und hatte einmal einen Autounfall mit so einem auf dem Parkplatz also nichts dramatisches einfach nur so gegengedutscht und aber ich hatte den Motorradunfall das war schon ziemlich kritisch und danach habe ich auch nie wieder so richtig zurückgefunden ich habe dann Motorrad nochmal wieder probiert da war irgendwie kein Vertrauen mehr drin aber ich habe es dann verkauft und ich habe immer vorgenommen dass ich irgendwann mal wieder Motorrad fahren will aber ich weiß nicht ob ich das mache also das das war dann doch zu traumatisch slabby als er in das Regal der jungen Frau pinkelte das war eine Nahtoderfahrung der Besen ich wollte es nicht erzählen verdammt ich wollte da gerade einen Witz draus machen ich wollte gerade Ina fragen von welches welches Modell ihr Bücherregal hat jetzt habt ihr es mir kaputt gemacht jetzt erzähl habe ich doch schon wann vor ein paar Wochen ich weiß es nicht aber das ist ja keine Nahtoderfahrung ne also doch als dieses eine Mädel mich da angeschrien hat ja dann das war eine Nahtoderfahrung erzähl es nochmal das ist wie mit Gerrit und den Frühstückstüten das ist einfach das muss so tu es ich war auf eine Party habe mich betrunken bin danach zu einem Mädchen abgestiegen und bin dann irgendwann aufgewacht weil ich offensichtlich im Schlafwandeln in ihr Bücherregal pinkeln wollte und wollte ihre Mitbewohnerin mich angeschrien hat warte mal wollte du hast doch oder nicht ja ja hab gut wir haben drüber gelacht und alles ist gut die hatte Fifty Shades of Grey im Bücherregal stehen ich habe der Gesellschaft einen Dienst da muss man drauf pinkeln und schlimmere Dinge tun meine Nahtoderfahrung hatte ich nicht wirklich ich habe einmal meinen Cousin mein Opa war in der Zeit gerade irgendwie so Wachmann so ähnlich von so einer Fabrikhalle übers Wochenende wenn die halt leer stand und hat uns dann halt immer mitgenommen und dann durften wir irgendwie auf diesen diesen Haken rumfahren hat er uns dann halt hochgezogen in die Lüfte und dann sind wir halt auf so einem Haken rumgeschwungen total total dämlich eigentlich von meinem Opa aber gut ist nichts passiert aber dann habe ich meinen Cousin auf so eine so eine Schubkarre halt genommen so eine nicht so eine Schubkarre sondern halt womit man so Steine transportieren kann so ein Karren und an dem Karren waren halt so die Stangen nicht mit Gummi geschützt sondern die waren halt Stangen und halt mit Loch drin und dann bin ich rumgefahren bin rumgefahren und bin halt irgendwann gegen was gefahren und konnte nicht mehr bremsen und dann ist diese Stange genau hier in meine Brust halt reingefahren und ich bin hinten rück links hinter mich gefallen auf dem Boden auf Rippen und dann ist mir auch für einen Moment halt der Atem in den Schocken gekommen aber so richtig schlimm war das nicht nach zwei Minuten oder so hatte ich halt dann wieder Atem habe immer noch eine Wunde aber war jetzt nicht so schlimm oh mein Gott Boggy hat wirklich 100 irgendwas Fragen ich sehe es gerade Boggy hat einfach nur gib mir Poesiealben Fragen bei Google eingegeben und hat die alle reingestellt muss irgendwann nochmal zum Klo wollen wir das eventuell fürs nächste Mal aufheben Pizza oder Spaghetti also wenn ich das hier lese haben eure Eltern schon mal euren Stream geguckt was sind eure schönsten Urlaubserlebnisse was ist euer Lieblingslied und welche Gefühle habt ihr dafür seid ihr auf etwas ganz besonders stolz was war schön ich glaube die an Geister oh mein Gott seid ihr spirituell angehaucht wollen wir das vielleicht heute weglassen oder wollt ihr Pasta Fari ey nein auf keinen Fall die müssen wir noch nicht mal beim nächsten Mal aufgreifen wow doch ich finde das schon ganz gut Pocky hat die gegoogelt na und aber die Fragen sind gut die würde ich mir schon nächste Woche reinziehen oder das nächste Mal also besser als die Standardfragen was macht ihr nachdem ihr aufgehört abzustreamen wollte ich gerade sagen habt ihr schon mal Online-Dating ausprobiert was waren eure schlimmsten Erfahrungen weil auch glaubt an die Liebe lieber auf den ersten Blick und dann sorry die Fragen sind doch so am Kennenlernen Ding also ich finde die Fragen echt nicht schlecht schön oder komm es kommen auch immer neue nach ja die nehmen wir wollen wir die fürs nächste Mal nehmen die sind echt gut ja aber die zwei anderen die noch waren äh dann brauchen wir nächste Woche brauchen wir kein Thema wir machen einfach Best of Boggy Fragen das wird doch das ist doch optimal so Boggy schick mal schick mal mal rein hier die machen wir wir machen nächstes Mal Special wir machen nächstes Mal Special Sendung jetzt jetzt mach ich's kaputt Boggy oder was hast du doch selber in den Chat geschrieben dass du die googlest aber wollen wir jetzt wirklich was davon nehmen oder nee 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 da waren nur zwei noch von Leuten die nicht Boggy sind aus Steiner und Hardliner was sind die die besten Piratenspiele antike Schiffsgefechtsspiele ähm Port Royale 2 oder oder Port Royale eins von den beiden ich weiß gar nicht gab's den zweiten Teil World of Warships ja World of Warships würde ich auch sagen ich kenne auch nicht mehr ich kenne auch kein anderes genau wie hieß das Level Action keine Ahnung Port Royale oder Monkey Island oh hier ist eine schöne Frage ne Monkey Island zählt nicht also ich kenne keine wirklich nicht aber hier hier ist eine schöne Frage ich glaub also ich find die witzig gibt es etwas das sofort ein Banngrund ist beziehungsweise schätzt ihr einen eure äh was schätzt ihr an euren Stammviewern das ist einfach meine Stammviewer sind nicht gebannt das schätze ich an ihn und ein Banngrund bei mir ist kann vielfältige Gründe haben was viele aber nicht verstehen ist dass 99% der Leute nicht von mir gebannt werden sondern von meinen Moderatoren ich kriege das gar nicht mit da bin ich auch ganz dankbar drüber die haben da ein Händchen für und meistens trifft es auch die Richtigen bei mir ist es andersrum bei mir sind es 99% aller Leute werden durch mich gebannt weil den Spaß lasse ich mir nicht nehmen diese gierigen Motts wollen das immer schneller machen als ich aber ich bin trotzdem immer schneller macht halt einfach zu viel Spaß und ein Banngrund bei mir ist wenn man reinkommt und sofort halt irgendeinen geschmacklosen Witz reinsetzt ich persönlich bin ein Fan von geschmacklosem Humor aber im Privaten nicht im Stream hätte ich gesagt also der Banngrund bei mir übrigens in der Regel sind das Besserwisser oder Selbstdarsteller die fliegen relativ schnell raus Banngründe bei mir sind glaube ich diese typischen Beleidigungen also ich habe eine relativ große Troll-Community wenn ich das so sagen kann also ich weiß dass alle im Herzen gut sind aber jeder trollt sich da gegenseitig auch ich werde getrollt und ich kann es auch mal ab wenn jemand reinkommt und einen Spruch bringt das ist es nicht aber wenn es wirklich beleidigend mir gegenüber oder gegenüber jemand anderen wird dann habe ich da gar keinen Bock drauf wenn jemand zu aufdringlich wird es kommen Leute rein die wirklich immer nur hey sexy hey süße und das geht gar nicht da habe ich keinen Bock drauf also wenn das einfach zu ja ne ansonsten das schätze ich in meiner Community dass sie relativ erwachsen sind dass sie sehr verständnisvoll sind und dass sie meinen Humor teilen also es ist halt einfach passt sehr gut muss ich sagen es passt sehr gut im Großteil Fertig? Fertig Banngründe sind Menschen die mir auf den Sack gehen Banngründe sind notorische Leute die über Sachen diskutieren wollen wovon sie überhaupt gar keine Ahnung haben Banngründe sind wenn Leute beleidigt werden äh und Banngründe sind wenn man sich mit einem meiner Mods anlegt und das ist ich teile da vollstes Verständnis wenn die abdrücken wenn sie den selber auf den Sack gehen also bei mir wird ziemlich viel gebannt bei mir gibt es auch kein Timeout oder so bei mir gibt es nur Banns also wer sich einmal daneben benimmt fliegt halt raus ist nun mal so Punkt aus Ende wir sind nicht bei Eite Dauts und so schwer sind unsere Regeln jetzt auch nicht was ich an den äh was ich an meinen Stammviewern schätze oder was ich generell an allen Viewern schätze ist dass ich einfach das sagen kann was mir in den Sinn kommt dass die Erwachsenen mit mir darüber reden und dass sich Leute manchmal anschreien lassen wenn sie mir auf den Sack gehen und das lernen genauso wie ich lernen darf dass ich manchmal was zu lernen habe und das schätze ich am meisten und was für mich oh was für mich auch ein ganz großer Grund ist ein Banngrund ist Mimimi und Pipi in den Augen und äh so wie Garak sagt Selbstdarsteller die denken dass sie irgendwas besseres sind und irgendwas zu sagen haben im Chat oder am Stream irgendwas mitentscheiden dürften hat der Stream auf jeden Fall aber nicht so wie die das wollen also Mimimi magst du Mimimi magst du nicht ne ich hasse Mimimi also Leute die wenn man dann irgendwie rumweinen und da zähle ich mich selber muss ich ich sag's gleich dazu ich zähle mich selber da auch zu ich hab manchmal auch so Momente wo ich anfange äh eine Träne abzudrücken in einer in einer anderen Form also nicht im Sinne von bildlich ne Träne abdrücken sondern weinerliches Reden in einer anderen Ton äh Ton im anderen Tonfall und das kotzt mich selber auch an also so weinerliche Krimskrams oh ich hab den Wortwitz grad schön welchen Mimimi magst du aber Mimimi magst du nicht oder so ich liebe Mimimi das klang so schön Mimimi sind guter da musst du Mimimi aber ganz schön kacke finden also wenn ich erstmal jetzt im Kopf rechne ich hab den der Duden ist noch hier ja ich würde mich manchmal selber gerne bannen ja aber wie gesagt ich hab mich so weit entwickelt dass ich endlich einfach rausgehen kann und rauchen gehen kann also es gibt wirklich so Tage habt ihr das auch dass ihr euch selber auf den Sack geht jeden Tag ja passiert mir auch oft ja oh also ohne Witz also an manchen an manchen Streamtagen gehe ich mir selber so dermaßen auf den Sack so wie vorhin zum Beispiel als du die Zeitung ausgepackt hast das war halt zu viel too much weißt du man hätte einfach sagen können mach blickste Zeitung bitte weg das geht mir halt auf den Sack oh da könnte ich mich selber den Duden zum Beispiel aber das ist ich weiß nicht woher das kommt ob man dann irgendwie gestresst ist oder so also bei was passiert das bei euch wisst ihr wann das so habt ihr dafür Ursachen also bei mir ist das ganz oft meine Tollpöttigkeit weil ich mach viele Dinge kaputt und darüber ärgere ich mich also man gewöhnt sich irgendwann dran aber es gibt so Momente wo ich sage es reicht jetzt Frau konzentrier dich und das ist ich kann das gar nicht beeinflussen aber es passiert und gab auch schon das habe ich auch im Stream dann gesagt ich bin es richtig angenervt von mir selbst und das gibt es halt also das ist bei mir so der Hauptgrund meistens Dinge kaputt mach weil ich irgendwas verschütte weil ich mir selber wehtue und dann irgendwann irgendwann ist dann so ein Punkt wo ich sage so Frau jetzt räuchst dich zusammen das halt bei mir zum Ende des Streams wenn ich total unterzuckert bin und merke okay jetzt so langsam lässt sich viel viel einfacher vom Chat nerven irgendwie Trolle kannst du nicht mehr als Trolle wirklich wahrnehmen sondern die nerven dich sofort dann könnte ich mich auch selber weil dann liegt es an mir sobald ich den Stream ausmache was essen gehe und dann darüber nachdenke was man ja nicht machen soll aber manchmal kommt das trotzdem dann denke ich mir ach okay so schlimm war das gar nicht gemeint von dem hätte ich jetzt gar hätte ich auch drauf eingehen können und mitspielen können statt halt genervt zu sein so dann finde ich mich selber auch kacke besonders dann das ist es auf jeden Fall das kommt mit der Zeit wahrscheinlich hast du irgendwas wo das bei dir richtig abgeht also ja es passiert aber ich kann das nicht richtig an irgendeiner Situation festmachen das kommt ganz ganz meistens hat mich dann irgendwas total genervt im Chat oder so und aber aber ich kann das nicht so direkt festmachen also das ist passiert von Zeit zu Zeit und ja das ist dann nicht so ganz einfach das zu händeln vor allen Dingen wenn die dann 300 Leute auf den Schoß gucken ja also ich meine du darfst ja auch nicht völlig austicken das ist alles nicht so leicht also man darf ja nie vergessen dass unheimlich viele Menschen dann zugucken und ja das ist aber ich kann es nicht an irgendwas genauen festmachen das passiert dann einfach ich habe auch keine Ahnung wo das herkommt aber ich gehe jetzt immer einfach eine rauchen aber manchmal bei mir geht es aber auch dann wieder vorbei also das ist dann so so fünf Minuten später ist die Welt schon wieder in Ordnung also man muss da auch drüber stehen und und dann einfach wieder zurückfinden sonst funktioniert das gar nicht sonst ist man ja nur noch gefrustet also bei mir wenn ich einmal richtig in Fahrt bin also richtig in Fahrt bin das kam mir auch schon mal vor so 45 Minuten Dialoge mit Feuer frei mal her dann ist vorbei also dann kann ich auch den Stream ausmachen dann geht mir wirklich der kann dann kann wirklich der Herr Selinski den liebe ich über alles oder irgendwer anders kann was schreiben gib mir auch auf den Sack egal was da steht da könnte es stehen du bist die geilste Sau von Mexiko und dann sehe ich das so als wenn er mich verarschen will und dann geht es gleich weiter ich weiß auch nicht wo das herkommt keine Ahnung aber das ist habe ich auch ja ich glaube also so was ich mir mehr denke warum ich auch die Streamzeit geändert habe dass man so viel auf dem Teller hat und das nicht wegkriegt also das sind so die Tage das das hatte ich heute zum Beispiel ich bin heute wollte ich mir eigentlich vor dem Stream was zu essen machen und ich habe es nicht gemacht und ich hatte heute auch so ganz kurz mal so einen Anflug von gleich geht es rund und dann habe ich mir gesagt mhm mhm ist egal machen wir nachher das ist irgendwie ganz komisch aber ich finde also mir persönlich ich finde so mal wilde Sau spielen macht schon Spaß nur alle verstehen leider nicht wilde Sau spielen oftmals zu Dark Souls spielen äh also ich sag mal äh zum Beispiel was ich was ich da immer sagen kann Mann und Ezekiel wenn die zusammen spielen die sind da kennen sich ja schon ein bisschen länger und wenn die sich richtig vollkoffern das müsste so müsste man das halt glaube ich machen dann in dem Moment einfach sich jemanden suchen und sich dann mit dem so ein bisschen ne so mal richtig so mal richtig prügeln und Gas geben also verbal und dann ist die Welt wieder in Ordnung aber das kannst du halt leider nicht machen man muss ja immer so wie Garak schon sagt ein bisschen Kontenanz wahren aber das ist manchmal wirklich sehr schwer muss ich ganz echt zugeben ja gelingt mir auch nicht immer also es gibt Streams die lösche ich danach ne die gibt es dann nicht mehr also wo dann ja das ist mir dann ne die hau ich dann weg also wenn es dann richtig derbe geworden ist die gibt es dann nicht mehr da gibt es dann keine Beweise mehr was halten sie von einer gepflegten Bambule was Bambule was ist das ja Keilerei also also verbal oder richtig mit Fäuse beides richtig mit Fäuse finde ich sehr geil ich finde es verbal auch sehr also ich sag mal wenn man sich verbal ich zum Beispiel mag schriftliche Bambule überhaupt nicht und ich mag auch Bambule nicht wenn man wenn man als Streamer mit dem Chat interagiert weil das ist eh Nonsens du bist viel weiter und kannst viel schneller darauf reagieren deswegen ist Diskutieren eigentlich äh also richtige Diskussion schwachsinnig im Stream Chat zu führen mit Streamern aber so eine richtige Keilerei in Worten finde ich schon witzig ich finde auch dafür dass wir uns mal roasten gegenseitig also wisst ihr Garak und Ina das was das ist ja ne ne dass man sich also beispielsweise Slappy macht jetzt einmal rundumlauf und macht sich komplett über Garak lustig über dich lustig und über mich lustig also volles Programm der zieht volles Leder ab in unserem Einverständnis und dann lässt Garak ein los und ich ein los und dann macht man sich halt untereinander halt mal so richtig lustig also denn dass ich jetzt zum Beispiel dann einfach einen Plankenschnack irgendwie mir die Zeitung rausnehme und dann mal nebenbei Nesca gucke und so also solche Sachen halt ja dass man das halt einfach mal witzig wiederbringt da hab ich auch mal richtig Lust drauf ich mach das mit Herr Doktor mach ich das immer sehr gerne also Herr Doktor macht sich über mich lustig ich weiß dass er es nicht ernst meint und ich mich über ihn und das sind halt echt schöne Sachen aber das Problem ist dass viele Leute das halt nicht verstehen ich könnte das glaube ich auch gar nicht so richtig also da hätte ich schon mal ein Problem mit also ja glaube ich also jetzt nicht das wenn du dich über mich lustig machst das wäre mir jetzt egal aber ich könnte mich über keinen anderen lustig machen das könnte ich gar nicht ich glaube die andere Richtung halt das könnte ich nicht also da weiß ich nicht da wüsste ich jetzt gar nicht wie da hätte ich echt Probleme mit glaube ich also mir würde was einfallen zu allen von euch aber ich könnte glaube ich also rüberbringen könnte ich das nicht ja aber daran wird es auch scheitern ja also ich kann Salih kann ich richtig gut nachäffen also Salih habe ich ja ich habe ja eine Woche mit Salih gestreamt und ich habe eine Woche wenn jemand donated hat oder gesubt hat habe ich sie nachgeäfft die ganze Zeit also das könnte ich wunderbar das habe ich schon habe ich drauf ich meine Slabby ist einfach da macht man halt die ganze Zeit so und redet so ein bisschen ruhiger und versucht die Thematiken zu erklären aber ich glaube dass das ist schwierig aber einfallen würde mir da schon eine ganze Menge also das das könnte man schon schon irgendwann mal vielleicht einen Angriff nehmen dann müsste man sich vielleicht ein Skript schreiben oder so oder sich was notieren hast du denn Bock da drauf Slabby oder wie du musst drücken sorry da muss man sich nur vorbereiten ne ich meine Keilerei ach so ja das kommt von meinem geistigen Zustand hängt das ein bisschen ab mit Freunden habe ich dann Bock mich zu keilen also so einfach nur Spaß halt so richtig volles Fund oder nicht ins Gesicht ohne Treppen ja gut das ist ja lang und nicht mit Schubsen weil ich habe noch Joghurt im Ranzen was das das kennst du nicht ne bitte nicht schubsen ich habe noch Joghurt im Rucksack ne kenn ich nicht oh Gott ne kenn ich auch nicht das ist auch so ein Ding da habe ich mich einmal versprochen seitdem ist es der Rucksack im Joghurt bei mir schön gut 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 haben wir haben wir ja dann doch ja dann würde ich sagen das von Boggi hier das heben wir alles auf das sind ja so eins acht eins zwei acht Fragen vielleicht ähm wollen wir uns den Streamer der Woche noch vorschlagen du meinst wohl YouTuber der Woche wir haben ja unser Kontingent für euch da draußen erweitert wir sind ja auf YouTuber und auf Streamer gegangen wir haben heute halb halb also es gibt Leute die haben Streamer es gibt Leute die haben YouTuber ja äh ich habe hier Ida möchtest du ähm ja am Ende oder möchtest du anfangen ähm mir ist das egal ja dann äh fang doch an dann fange ich an hast du die Seite schon offen ja ich habe eine Streamerin der Woche beziehungsweise ist das so meine Streamerin der letzten Wochen ähm größtenteils deshalb weil sie einfach meistens dann streamt wenn ich gerade aufhöre ist glaube ich ähm ursprünglich kommt sie aus Brasilien lebt jetzt in Kanada hat also eben andere Zeiten ähm ist eine englischsprachige Streamerin und sie zeichnet auf dem Tablet glaube ich also sie macht das digital und sie zeichnet so unfassbar gute Sachen sie hat Bob Ross gezeichnet sie zeichnet Rey von von Star Wars also könnt ihr euch mal angucken da sind so gute Sachen dabei und ähm ich feiere das einfach total sie ist super sympathisch sie ist super lieb also man kommt rein und sie begrüßt einen und ist total herzlich und ich finde die total niedlich und süß und was sie malt ist einfach richtig richtig gut ja Link ist im Chat Chat angucken okay oh ich hab sogar schon draufgedrückt hab ich ihr schon gefollowed die kenn ich schon wow okay äh ich mach mal schnell also ich hab diese Woche äh fast gar kein Twitch konsumiert oder ich sag mal so ich konsumiere äh so gut wie fast äh kein Twitch aktuell weil irgendwie mh mh und äh das einzige was ich zum Einschlafen gucke ist Summit ich kenn Summit seit als er angefangen hat mit 50 Würen ich mag Summit heute noch das ist halt einfach so ein so ein Typ der ist in seinem Alter also so 29 macht sein Ding ihm ist das alles so aktuell egal er hat auch so eine Phase wie ich gerade und macht einfach so sein Ding und spielt Pokémon Go finde ich sehr witzig und nimmt die Leute mit nach draußen und so also ist schon ein bisschen innovativ auch was er tut und ich mag Summit und ich guck Summit immer noch 1G's up in the chat Really Summit? Natürlich warum sollte man jetzt auch wen anders vorschlagen ähm geht ja auch um den Lieblingsstreamer der Woche ich hab hier Thilo Jung Jung und naiv das ist von Garak Ja Thilo Jung hat einen YouTube-Kanal unter anderem macht er auch Podcasts Video-Podcasts und Audio-Podcasts ist ein Journalist ähm hat sogar mal den Grimme Online Award gewonnen sehe ich hier gerade 2014 ähm der hat einen Kanal der heißt Politik für Desinteressierte wir hatten ja gerade letzte Woche so ein bei mir im Stream so ein Thema über warum so viele nicht wählen gehen wo wir sehr lange drüber diskutiert haben und ich doch einige glaube ich animieren konnte sich doch nochmal mit dem Wählen auseinanderzusetzen weil nur so kann man Demokratie leben und wer nicht wählt ist dumm ja und ähm und nicht nur weil in Twitter nicht mehr reinpasst sondern das ist ein Verschenken der Bürgerrechte und der macht hier so ganz tolle Sachen da kann man sich dann wenigstens mal ein bisschen das Bild machen das heißt er ähm hat eine ganz spezielle Art der Interviewtechnik er rückt seinen Interviewpartnern immer völlig nah auf die Pelle und duzt alle ähm beidseitig dann aber auch sonst macht er kein Interview also er hat zum Beispiel Oskar Lafontaine interviewt ein sehr interessantes Interview äh was ich immer oder eben auch Hans-Peter Friedrich und viele andere Gregor Gysi und ach alles mögliche zusätzlich macht er ähm Podcasts und Videopodcasts über die Bundespressekonferenzen und Regierungspressekonferenzen ich sag euch das ist hartes harter Tobak zum Teil äh guckt sich ja normalerweise kein Mensch an aber ihr glaubt gar nicht was da abgeht und die also man kann nicht sagen die Regierung erzählt uns nichts weil da äh kommt es dann live und ist äh eigentlich ganz gut gemacht wobei ich die schon sehr langatmig finde ich finde aber die Interviews die er macht äh äh mit den Politikern hauptsächlich Politikern schon sehr sehr interessant und man kann sich da dann wenigstens eine Meinung bilden und es ist äh selbst für mich interessant dass ich den ein oder anderen Politiker mit ganz anderen Augen sehe nach diesen Interviews weil der eine völlig andere Interviewtechnik hat und die anscheinend damit überhaupt nicht klarkommen also er meinte mal dass das Duzen alleine das bringt die meisten Politiker komplett aus dem Kontext weil die ihre Standardantworten nicht mehr rausfrasen können sondern sich Gedanken machen müssen und äh das scheint zu funktionieren also ich äh empfehle diesen YouTube Kanal Junge Naiv der ist richtig gut mhm so und dann noch ich ne slabby noch ich habe die Hardware Canucks auch von YouTube ausgewählt weil als ich letztes Jahr im Sommer meinen Rechner zusammengestellt habe habe ich auf YouTube 100.000 verschiedene Kanäle rausgesucht wo ich mir alle möglichen Tipps Tricks und Hardware und so rausgesucht habe die ich halt installiert habe in meinen Rechner und ähm die sind vielleicht nicht die informierendsten obwohl sie schon sehr sehr informierend sind aber da gibt es vielleicht noch ein, zwei auf YouTube die noch einen Ticken mehr ähm zu erzählen haben aber die sind einfach am ästhetischsten machen einfach Bilder ähm die ich so auf YouTube halt von so Hardware Zeug also es ist richtig nerdy natürlich aber so ähm die Bilder die die halt machen also die Videos die sind halt schon echt äh vom ästhetischen Grad äh on top und deswegen dachte ich mir schlage ich den mal vor oder die ist ja ein Team eigentlich am Ende glaube ich machen wir ESA hauen wir nochmal raus hier von der Sonne das ist äh Game Stun Quick in Europa oh Elias ist da seh ich gerade cool Elias ist auch bei Game Stun Quick gerade also das Pendant das europäische Spiel Dark Souls 3 na guck mal nice cool also Leute da gibt es auf jeden Fall noch was zu gucken das ist glaube ich so overall mal was wir empfehlen können denke ich mal oder also ich denke mal ihr geht da mal mit konform ja ja alright ich würde sagen wir äh kommen zum Ende dann oder habt ihr noch was auf dem Herzen nein mein Säcker klingelt um 5 wann 5 ja hau rin schlaf schön soll ich dir noch was vorlesen ruf es bei Skype an ne ich such schon mal das Kinderbuch oder das Kindermalbuch suche ich schon raus und ich lese dir die Bilder vor ok ja erzähl mir du kannst auch einfach drei Worte mir geben und ich erzähl dir eine gute Nachtgeschichte oi das mach ich einfach so ähm Ina unser Gast hat immer das Schlusswort alles klar dass du schon mal darauf eingestellt bist ich fang an wie immer ich bedanke mich bei euch allen dass ihr da wart es hat sehr viel Spaß gemacht heute war es ein bisschen holprig zwischendurch ich glaub das war das erste Mal dass wir eine ganz kurze Rangelei hatten wobei ich das nicht als Rangelei verbuchen möchte ich war eher so schnell mal anschnüffeln ähm es hat echt wieder sehr viel Spaß gemacht ähm es ist mittlerweile muss ich sagen echt schwierig noch äh Themen zu finden worüber man reden kann und so geht's uns irgendwie fast jeden Sonntag aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch was Neues drin hab ich zumindest das Gefühl also momentan wechseln auch die Fragen wieder so ein bisschen was ich sehr cool finde äh unsere Themen sind auch immer ähm aufschlussreicher oder wir diskutieren auch viel mehr ähm es macht echt immer noch viel Spaß dieses äh ja dieses dieses Format weiterzuführen ich bedanke mich bei euch allen schön dass ihr da wart schaut bitte bei Twitter vorbei äh bei Garak äh Ina und Slebi unten seht ihr ja die die jeweiligen äh Einblendungen über das findet ihr wahrscheinlich auch dann äh zu den Streams ähm den Plankenschnack gibt's morgen bei YouTube hoffentlich mal toi 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 nachher als Highlight falls ihr was vergessen habt schön dass ihr da wart Leute und äh bis hin denn wir sehen uns in zwei Wochen wieder wenn es heißt äh Plankenschnack ich glaube ich glaube sind wir dann bei 24 schon haben wir dann ein Jahr ne das kann ja nicht sein ein Jahr haben wir Ende August also sind noch 22 sind wir glaube ich ne ich glaube 22 haben wir wir sind schon fast ein Jahr damit beschäftigt Leute ja Wahnsinn Wahnsinn unglaublich nicht schlecht ein halbes Jahr ne ein Jahr 24 alle zwei Wochen von 52 äh wochen ja das sind 48 wir haben aber ja noch ein paar Sendungen bis Ende August 52 Wochen im Jahr bei 26 müssten wir dann bei einem Jahr sein alter Vater ja gut dann ist natürlich klar dass es ein bisschen schwer wird Themen zu finden nicht also ja gut ich gebe mein Wort mein Wort ab Dankeschön dass ihr alle da wart ihr wart ein tolles Publikum danke für die Fragen Boggi auch an alle äh die so noch gefragt haben bis hin Möchtest du? ja äh ja ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuschauen wie immer ne also das ist auch immer dasselbe ähm ich finde das auch cool dass wir das noch hinkriegen hier und äh ja und solange wir aufpassen dass es nicht langatmig wird es ist glaube ich auch interessant und äh ich denke war eine gute Sendung so jetzt am Ende ja würde ich sagen es war eine gute Sendung ich war in der Mitte nicht ganz davon überzeugt ob wir noch die Kurve kriegen aber wir haben sie gekriegt und äh das zeichnet ja auch unsere Professionalität aus finde ich und äh äh ja äh äh ich denke wir werden noch viele vielleicht kommt ja auch aus dem Zuschauerbereich was an Themen die interessant sein können wir haben uns ja mit Absicht ähm obwohl sich einer einzelnen Person hauptsächlich mit Gaming beschäftigt ähm vielleicht ist es ja auch ab und zu mal gar nicht schlecht so am Rand des Gamings rum es muss jetzt nicht unbedingt äh wir müssen jetzt nicht unbedingt politisch werden komplett aber äh vielleicht habt ihr die Idee für das ein oder andere Thema was zumindest noch in der Nähe der Unterhaltung bleibt ja dann äh danke ich euch und äh vielleicht sehen wir uns mal äh in jedem Fall beim nächsten Plan gestand ciao ciao darf ich kurz noch was einwerfen ne du bist durch okay ne mach doch nur weil das nicht deine Themen sind wenn diskutiert wird heißt das nicht dass das langatmig ist du Lümmel doch das war das war für jeden langatmig am Ende nee obwohl es auch nicht mein Thema war nein sieh 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 da jetzt hab ich dich jetzt hab ich dich und immer dann aber es war auch langatmig und dann kommst du Lümmel nämlich immer um die Ecke geschossen und holst dann so unterschwellig deine Zeitung raus ja das war die Augustausgabe von Fisch und Fang das ist nicht irgendeine Zeitschrift das ist nicht irgendeine Zeitschrift das ist Fisch darf ich dich besuchen und wir gehen angeln ja das geht los darf ich das vloggen ja klar okay dann komm ich dich besuchen dann angeln wir und dann reden wir uns mal reden wir da mal drüber ja ich hab genug angeln da kein Problem das mach ich danke okay es ist offiziell ja äh Sleppy Entschuldigung äh nö unterhaltet euch ich will euch ja nicht unterbrechen ja wir sind ja fertig sehr gut ähm ja von mir auch danke dass ihr da wart äh war mir eine Ehre mal wieder dabei zu sein ähm danke Ina für deine für deine also fürs dabei sein Hilfe für deine Hilfe genau ähm für die nette Diskussion die wir hatten über ähm ein Spiel ungefähr in der Mitte des Streams ähm heute ist aber ansonsten ne Spaß beiseite äh wir sind ja erwachsene Menschen ne das passt schon alles das sieht manchmal ein bisschen anders aus ähm genau ansonsten genau wegen thematiken ich find's jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm weil das ist das das ist der Weg einer jeden glaube ich Talkshow auch auf Twitch dass irgendwann halt die allgemein thematiken wegbleiben und man sich halt über aktuelles unterhält äh das geht im Fernsehen genauso wie halt auf Twitch die Jungs von ähm Dropped Frames oder so die unterhalten sich auch nicht mehr über über äh Depressionen äh hinter hinter der Kamera oder über irgendwelche anderen allgemeinen Themen sondern die gehen halt auch auf die Sachen ein die halt gerade aktuell sind in der Twitch Welt und ähm das ist ja normal man lässt am besten einfach die Diskussion laufen manchmal das ist ja auch besser oder steigt halt mit ein oder so von daher find ich's gar nicht mal so schlimm ähm genau und deswegen freue ich mich auf in zwei Wochen ähm vielleicht haben wir dann ja ein vernünftiges Thema und vielleicht ähm also ein allgemeines oder wir unterhalten uns wieder über Spiele ach oder über also Themenvorschläge an Hashtag Plankenschnack ne ja auf jeden Fall das wäre das wäre zum Beispiel mal eine Maßnahme das ist eine gute Idee ja Themenvorschläge an Hashtag Plankenschnack also falls ihr was auf der Seele habt ich guck da jeden Tag rein auf geht's Leute falls ihr irgendwas Bestimmtes habt und noch nicht äh angesprochen wurde dann aufi ja das ist eine gute Idee und in dem Sinne sag ich in bis in zwei Wochen Gott bless wie Boggy halt immer noch Fragen rein schickt wir brauchen einen Boggy das ist alles voll wobei die Fragen sind echt gut also ohne Witz jetzt das mit dem Eis ja wenn ich ein Eis wäre wie würdet ihr mich äh essen das ist doch top also ich find das lustig Sondersendung Boggy Schnack so wie Hardliner geschrieben Boggy Schnack ja schön so darf ich die Bühne ist eröffnet ich lege ich lege an oh Wahnsinn page is yours vielen Dank für die Einladung es hat sehr Spaß gemacht ich war auch kurzzeitig so aber es hat ja es hat mir gefallen es war interessant und ich finde das auch gar nicht so schlimm ich finde tatsächlich wie Slebi sagte sowas entwickelt sich auch während des Ganzen und ja ich bin froh gleich auf die Toilette zu dürfen Dankeschön das sagst du im Schlusswort ja jetzt zöger das noch nicht weiter hinaus tessi andere Leute haben hier reden geschwungen ja es war super geil mit euch da zu sein ich freu mich dass ihr alle ich freu mich dass ihr alle bei mir im Stream mal reinguckt und sie hört auf mit ja also ich freu mich ich komm auf Toilette Ina hat euch nicht lieb durch die Blume hat sie gesagt sie hat euch nicht lieb so aber ich muss aber ich muss auf Wiedersehen meine Damen und Herren Tschüss Tschüss winke winke bye bye tschaui aus Maui ich könnt es gut danke